Das Leben kleben von Marina Lewitzka Aus dem Englischen von Sophie Zeitz Gelesen von Katharina Thalbach Fisch Es dämmerte bereits, als ich am Samstagabend die Gasse zum Kennern-Haus hinaufging. Worauf hatte ich mich da bloß eingelassen? Ich spähte nach einem Lichtschein. Hatte sie vergessen, dass ich kam? Obwohl das Haus im Dunkeln lag, hatte ich das Gefühl, beobachtet zu werden. Ich blieb stehen. Es war nichts zu hören, bis auf ein leises Blätterrascheln. Ich ging weiter, und als ich mich der Veranda näherte, platzte eine Katze aus dem Unterholz und sprang vor mir auf dem Pfad. Und dann noch eine. Und noch eine. Als wäre ich mitten in einen wimmelnden, schwarmpelziger Fische getreten. Durch die matte Glasscheibe in der Haustür konnte ich jetzt einen schwachen Lichtschein sehen. Als ich klingelte, vergrößerte sich der Lichtstreifen zu einem Rechteck. Dann hörte ich schlurfende Schritte, und Mrs. Shapiro öffnete mir die Tür. »Gargine! Darling! Kommen Sie herein!« Der Gestank, der mich empfing, als ich die Schwelle übertrat, war schwer zu beschreiben. Es war eine Mischung aus Moder, Katzenpisse, Fäkalien, verschimmelten Lebensmitteln, altem Gemäuer und Abwasser und alles, überlagernd, ein widerlicher Gestank nach altem Fisch. Letztere, wie mir erschütternd klar wurde, war das Abendessen. Die Katzen hatten sich mit mir durch die Tür geschoben. Letztendlich waren es doch nur vier. Mrs. Shapiro klatschte in die Hände, um sie zu verscheuchen, doch sie lächelte nachsichtig. »Kleine Biskus!« Sie trug ein langärmliches Kleid aus karminrotem Samt, taliert und mit einem gewagten Ausschnitt, der die schlaffe Haut ihres Dekolletes entblößte. An ihrem Hals schimmerte ein doppelter Perlenstrang. Die dramatischen schwarzen Locken hatte sie hochgesteckt und einen Hauch von passendem karminrotem Lippenstift aufgetragen, der allerdings nicht nur auf ihren Lippen gelandet war. Ich trug Jeans und einen ausgeleierten Pullover unter dem braunen Duffelcoat. Sie beäugte mich kritisch. »Was tragen Sie für alte Schmatten, Gorgine? Das ist aber nicht schmeichelhaft für eine junge Frau, so finden Sie nie einen Mann.« »Ich, äh, brauche kein...« Ich brach ab. »Vielleicht war ein Mann genau das, was ich brauchte.« »Kommen Sie, ich suche Ihnen etwas Besseres.« Sie führte mich durch die große Eingangshalle, aus deren Mitte sich eine polierte Mahagonitreppe in den ersten Stockwand. Unter der Treppe stapelten sich schwarze Müllsäcke, zum Bersten voll mit Büchern, Elektrogeräten, Geschirr und Wäsche. Daneben parkte der alte Kinderwagen, mittlerweile randvoll mit gebündelten Lumpen, auf denen es sich ein paar getigerte Katzen bequem gemacht hatten. Mrs. Shapiro scheuchte sie fort und begann, die Lumpen durchzugehen. Schließlich fand sie einen dunkelgrünen Zipfel, der sich, als sie daran zog, in ein schweres grünes Seidenkleid mit langen, ausgestellten Ärmeln verwandelte. »Hier«, sie hielt mir das Kleid ans Kinn. »Ich glaube, damit sehen Sie hübscher aus. Nie wahr?« Ich warf einen Blick auf das Etikett. »Das Kleid war von Karen Milne. Wo zum Teufel hatte sie es her?« »Es ist wunderschön, aber wenn ich so darüber nachdachte, ahnte ich, wo sie es her hatte.« »Aber das kann ich unmöglich annehmen. Wer warf ein solches Kleid auf den Müll?« Dann dachte ich an Ripsachen, die ich fortgeworfen hatte und verstand. Irgendwo war noch ein anderes Herz verspritzt. »Vielen Dank, Mrs. Shapiro, aber...« Ich klopfte die Katzenhaare ab, die an dem seidigen Stoff klebten. »Probieren Sie es. Keine falsche Bescheidenheit, Darling.« Sie überwachte mich dabei, wie ich mich bis auf die Unterhose auszog und mir das Kleid, das noch warm von den schlafenden Katzen war, über den Kopf streifte. Es rutschte über meine Schultern und Hüften wie maßgeschneidert. »Warum tat ich so etwas?«, fragte ich mich. »Warum sagte ich nicht höflich, aber bestimmt gute Nacht?« »Aber dann dachte ich an die Mühe, die sie sich wahrscheinlich mit dem Essen gemacht hatte und wie enttäuscht sie wäre. Und ich dachte an mein leeres Haus und die grellrosa Würstchen im Kühlschrank. Und dann war es zu spät. Warten Sie, ich mache den Reißverschluss zu.« Ich fühlte Ihre Hände wie knochige Klauen auf meiner Haut. »Sehr hübsch, Darling. So sehen Sie viel besser aus. Sie sind eine hübsche Frau, Gorgine. Hübsche Haut, hübsche Augen, gute Figur. Aber sehen Sie Ihr Haar an. Sieht aus wie ein Schafspopo. Wann waren Sie das letzte Mal beim Friseur?« »Ich weiß es nicht mehr. Ich erinnerte mich, wie Ripp mich früher angesehen hatte. Ihr mir durchs Haar strich, wenn wir uns küssten. Soll ich Ihnen ein bisschen Lippenstift auflegen?« »Nein, nein, danke, Mrs. Shapiro.« Sie musterte mich. »Na gut. Bitte, kommen Sie.« Dann folgte ich ihr in einen langen, düsteren Raum, wo ein ovaler Mahagoni-Tisch für zwei gedeckt war. In der Mitte der Tischdecke lag der große, weiße Kater und schlief. »Raus, Wonderboy, raus!« Sie klatschte in die Hände. Der Kater streckte ein muskulöses Bein hinter dem Ohr aus und begann, sich das Geschlecht zu lecken. Schließlich stand er auf, sprang vom Tisch und schlenderte durchs Esszimmer. »Das ist Wonderboy!« »Sieht aus, als hat er sich in der Ecke was gewünscht.« An der Wand war ein nasser Fleck. Als er sich bückte und Wonderboy hinter den Ohren kraulte, schnurrte er wie ein startendes Motorrad. »Er ist mein Liebling.« »Bald lernen Sie auch Violetta und Stinkerli kennen.« »Die Kleinen aus dem Kinderwagen kennen Sie ja schon.« »Mussorski versteckt sich irgendwo. Er ist ein bisschen eifersüchtig auf Wonderboy. Borodin lässt sich sowieso nie blicken. Insgesamt sind es sieben. Meine kleine Familie, nicht wahr?« Ich reichte ihr die Flasche Wein, die ich mitgebracht hatte. »Riocha, passt gut zu Fisch.« »Bitte, Gorgine, setzen Sie sich.« Aus der Nähe sah ich, dass die Tischdecke nicht weiß war, sondern gräulich-gelb, mit einer dicken Schicht Katzenhaare. Auch die Servietten waren nicht weiß, sondern hatten rote Flecken. Während Mrs. Shapiro in der Küche werkelte, versuchte ich diskret, die Schmutzkruste zwischen den Zinken meiner Gabel zu entfernen und sah mich um. Das einzige Licht kam von einer Energiesparlampe in einem Messing-Kronleuchter. An einer Wand war ein marmorner Kamin und darüber hing ein großer Spiegel, der so trüb war, dass ich, als ich aufstand, um mich in dem grünen Kleid zu bewundern, welk und grau wirkte. An der gegenüberliegenden Wand waren hinter langen Vorhängen zwei hohe Fenster, die anscheinend mit Brettern vernagelt waren, und dazwischen hing ein Schwarz-Weiß-Foto eines jungen Mannes, im Smoking, mit markanten, klaren Zügen und hellem, lockigem Haar. In der linken Hand hielt er eine Violine. Er hatte irritierend helle Augen, die mich aus dem Foto anblickten, fast als wäre er hier. Seltsamerweise wirkte das Foto, obwohl es schwarz-weiß war, leuchtender und lebendiger als mein eigenes Spiegelbild. Als ich das Foto betrachtete, kam ein fischiger Geruch ins Zimmer gezogen. Ich drehte mich um und sah, es ist Shapiro, mit einem großen Silbertablett in der Tür. »Soup de Poisson«, verkündete sie strahlend, dann stellte sie einen Teller vor mich und setzte sich mit dem anderen mir gegenüber. In einer schmutzig-braunen Flüssigkeit schwammen ein paar graue Flocken herum. »Bitte, fangen Sie an!« Ich tauchte den Löffel ein. »Wahrscheinlich bringt es mich nicht um«, sagte ich mir. »In Kippex habe ich Schlimmeres gegessen. Mrs. Shapiro schlürfte ihre Suppe mit gesegnetem Appetit und hielt nur inne, um sich mit der Serviette die Lippen abzutupfen. »Aha, die roten Flecken.« Ich stellte fest, dass ich, wenn ich die Luft anhielt, die Flüssigkeit schlucken konnte. Die grauen Flocken versuchte ich, am Boden meines Tellers zu zerdrücken. Der zweite Gang war zum Teil besser, zum Teil schlimmer als der erste. Besser, weil es gekochte Kartoffeln und Lauch mit heller Soße gab, die einigermaßen essbar aussah. Schlimmer, weil der Fisch, ein ganzes Filet von etwas Hartem, Braunem und Gelbem, so ekelerregend roch, dass ich wusste, ich würde es nicht runterbekommen. Selbst meine Mutter hatte nie so schlecht gekocht. In diesem Moment spürte ich einen warmen Druck in der Leistengegend und das Pieksen scharfer Krallen in meinem Schenkel. Ich schob die Hand unter den Tisch und berührte warmes Fell. »Mrs. Shapiro, das Foto«, ich zeigte auf die Wand hinter ihr, »wer ist das?« In dem Moment, als sie mir den Rücken zuwandte, schob ich das Fischfilet von meinem Teller auf den Boden und gab der Katze einen Schubs. »Das ist mein Mann«, sie drehte sich wieder zu mir um. »Artem Shapiro, mein geliebter Arte«, unter dem Tisch wurde das Schnurren lauter. »War er Musiker? Einer der größten, Darling, vor dem Krieg, bevor ihn die Nazis ins Lager gesteckt haben. Er war im Konzentrationslager, an der Ostsee, viele Juden aus ganz Europa sind dort geendet, sogar ein paar, die wir noch aus Hamburg kannten. Ihre Familie kam aus Hamburg? Wir sind 1938 geflohen. Und Artem hat er überlebt? »Oh, das ist eine lange Geschichte, Gorgine.« Der junge Mann auf dem Foto starrte mich mit seinen intensiven Augen an. Ich sah, wie elegant seine Finger den Hals der Violine hielten. Im verspritzten Herz würde der Geliebte der Heldin auch solche Hände haben, dachte ich. Mrs. Firestorm spitzte die Ohren, sie witterte eine große Liebesgeschichte vor dem stürmischen Hintergrund des Zweiten Weltkriegs. »Bitte erzählen Sie sie, Mrs. Shapiro, ich liebe Geschichten.« »Ach, ja, es hieß deine Liebesgeschichte«, seufzte sie. »Aber ich weiß nicht, ob sie ein Happy End hat.« Artem Shapiro, erzählte sie, wurde 1904 in der kleinen Stadt Orscha geboren, in einem Land, das mal zu Polen, mal zu Russland, mal zu Litauen gehörte, die meiste Zeit aber einfach ein Ort war, wo die Leute, die Juden zumindest, still ihren Geschäften nachgingen und während der Kriege, der Pogrome und dem politischen Tauziehen, den Kopf einzogen. »So sind wir. Wir glaubten, wenn wir stillhalten, würden wir alles überleben.« Artems Vater war Geigenbauer und er dachte, dass auch der Sohn dieses Handwerk erlernen würde, doch eines Tages griff Artem nach der Geige und begann zu spielen. Und so fing alles an. »Darling!« Jeder, der ihm zuhörte, war tief bewegt. Die Leute konnten nicht glauben, dass ein kleiner Junge so schön spielen konnte. Als Artem heranwuchs, zog seine Familie nach Minsk. Seine Eltern bezahlten ihm Unterricht bei einem Geigenlehrer und der Lehrer riet, dass Artem nach St. Petersburg gehen sollte oder Leningrad, wie es inzwischen hieß, um am Konservatorium zu studieren. Nach der Revolution war Leningrad der Mittelpunkt des politischen und kulturellen Lebens. Musiker, Schriftsteller, Philosophen wurden von dem Strudel politischer Ideen mitgerissen. Viele sympathisierten mit der Revolution und wollten ihre Kunst in den Dienst des Volkes stellen. Auch Arti wollte die große Musik zu den Massen bringen. Er hatte die sozialistischen Ideen von seinem Vater, der ein jüdischer Bundist war. Solange man nichts Schlechtes über die Bolschewiken sagte, konnte man damals spielen, was man wollte. Doch dann, als Stalins Griff fester wurde, wurden auch die Musiker auf Linie gebracht. Wie der arme Prokofiev. Er musste öffentlich bereuen. Wenn ich die siebte Symphonie höre, muss ich immer daran denken, wie sie ihn gezwungen haben, den Schluss zu ändern. Wegen der falschen Sicherheit, die der Hitler-Stalin-Pakt versprach, rechnete in Russland niemand mit dem Überfall der Deutschen im Sommer 1941. Und so hielt es Arti, als er hörte, dass sein Vater krank war, für ungefährlich, im Juni nach Minsk zu fahren, um seine Familie zu besuchen. Zur gleichen Zeit, als jeder Jude, der konnte, nach Osten floh, reiste Artem als blinder Passagier auf einem Güterzug nach Westen, just als die deutschen Truppen in die Sowjetunion marschierten. Fand er seine Familie wieder? Ja. Seine Eltern und zwei seiner Schwestern waren noch da. Aber die Nazis errichteten in Minsk einen Stacheldrahtzaun um die Straßen, in denen die Juden lebten, damit keiner weglaufen konnte. Ein Ghetto. Ghetto. Gefängnis, alles dasselbe. Viel zu viele Menschen, keine Lebensmittel. Jeden Tag wurden auf der Straße Menschen von Soldaten erschossen. Andere starben an Krankheiten. Manche machten Suizid. Doch trotz des Hungers, der Krankheiten und der täglichen Massenerschießungen starben die Leute einfach nicht schnell genug weg. Sie alle zu erschießen, hätte zu viel Munition gekostet. Dann kam einem örtlichen Nazi-Kommandanten eine clevere Idee, wie man Juden effektiv töten konnte, ohne kostbare Kugeln zu verschwenden. Eines Morgens wurden etwa 40 Juden willkürlich von den Straßen geholt, in ein Waldstück gebracht und gezwungen, eine Grube auszuheben. Dann wurden sie mit Stricken zusammengebunden und in die Grube gestoßen. Russische Kriegsgefangene mussten sie lebendig begraben. Aber die sturen Bolschewiken weigerten sich und schließlich mussten sie die Juden doch erschießen und die Russen dazu. Arthems Vater hatte zu den 40 gehört. Er selbst wurde in ein Arbeitslager geschickt. Wer arbeitete, durfte essen. Die anderen starben. Eines frühen Morgens kam Arthem auf dem Weg zur Arbeit an einem Wachmann vorbei, der, immer noch blau vom Vorabend, an eine Mauer pinkelte. Arthem erkannte seine Chance. Er nahm einen Stein und schlug ihn dem Litauer über den Schädel. Dann stahl er seine Uniform und seine Papiere. Und er rannte, so schnell er konnte, in den Wald davon, um sich den Partisanen anzuschließen. Mrs. Shapiro hielt inne und griff nach einer Zigarette. Was ist dann passiert? fragte ich. Ach, Gorgine, ich kann diese Geschichte nicht erzählen, während wir hier gutes Essen verzehren. Ich erzähle ein andermal weiter. Jetzt will ich lieber Musik hören. Die großen russischen Komponisten, möchten Sie das? Ich nickte. Mrs. Shapiro stöckelte in die Küche. Mir war ein bisschen blümerant. Zu zweit hatten wir beinahe die ganze Flasche Wein getrunken. Nach einer Weile bemerkte ich ein Geräusch aus dem Nebenzimmer. Es war ein tiefer, klagender Laut. Erst dachte ich an die Katzen, doch dann begriff ich, dass es Musik war. Leise, traurige Musik. Am Anfang war es eine einzelne Geige, dann stimmten weitere mit ein, und eine zutiefst melancholische Melodie wurde erkennbar, die sich ein ums andere Mal wiederholte und dabei immer lauter und höher wurde. Aus irgendeinem Grund dachte ich plötzlich an Rip, an Rip und mich, wie wir uns liebten, wie wir uns immer wieder fanden, immer zusammenkamen, in ewigen Variationen. Jetzt änderte sich das Tempo der Musik. Sie wurde lauter, heftiger, mit Beckenschlägen und Pauken, und die Violinen tanzten die Tonleiter hinauf und hinunter, immer schneller. Wieder dachte ich an Rip, und ich erinnerte mich an unseren letzten Streit. In meinem Magen rumorte und tobte es. Dann stand Mrs. Shapiro mit einem weiteren Tablett in der Tür. Das Dessert. Ich, sie stellte das Tablett auf den Tisch. Es sah aus wie ein Fertigkuchen aus dem Supermarkt. Das konnte ich verkraften, mit solchen Dingen war ich aufgewachsen. Ein Becher Sonderpreissahne stand daneben. Nur zwei Tage drüber. Vorsichtig kostete ich den Kuchen. Er schien in Ordnung. Ich nahm einen Tropfen Sahne, die ebenfalls in Ordnung war. Mögen Sie das? fragte Mrs. Shapiro. Ja, sehr. Wunderbar, was ist es? Prokofiev, symphonischer Gesang, es wird noch besser. Wieder änderte die Musik das Tempo. Die ursprüngliche Melodie kehrte zurück. Doch diesmal mit mehr emotionalen Tiefen und Höhen, als würde sie über ihren eigenen Schatten springen, sich über die Widersprüche hinwegsetzen, bis in eine neue, glückliche Welt, wo alles wieder gut war, für immer und ewig. Tränen stiegen mir in die Augen. Die Musik verstummte. Mrs. Shapiro betupfte sich mit der Serviette die Augen. Dann suchte sie in ihrer Tasche nach Zigaretten und inhalierte mit einem tiefen Seufzer. Ach, wir haben hier in diesem Haus zusammengelebt und musiziert. Ich habe Klavier gespielt, eher Geige. Jetzt bin ich hier allein. Aber das Leben geht weiter, nicht wahr? Wie viel besser wäre es, dachte ich, zu lieben und geliebt zu werden, bis das der Tod einen schiet, als zu spüren, wie die Liebe abstarb, während das Leben um einen herum weiterging, trostlos und ohne Liebe. Zum Teufel, zum Teufel, da war es wieder mein verspritztes Herz. Warum weinen Sie, Gorgine? Haben Sie auch jemanden verloren? Ja, nein, mein Mann, er hat mich verlassen. Sie finden einen anderen, Darling. Ich werde Ihnen helfen. Das nächste, woran ich mich erinnere, ist, wie ich mich vor meiner Haustür übergab. Mir war schrecklich schlecht. Ich kniete auf den Stufen. Dann spürte ich etwas Warmes neben mir. Violetta. Hallo, Katze. Ich streichelte sie, und sie rieb sich an mir. Dann fing sie an, das Erbrochene aufzulecken. Teil 2 Abenteuer mit Polymeren Freie Auswahl Warum ich? fragte ich mich halb neugierig, halb genervt, während ich auf der Suche nach Mrs. Shapiro die Station durchquerte. Endlich fand ich sie, zusammengeschrumpft in ihrem Krankenhausbett. Mrs. Shapiro? Naomi? Gorgine. Gott sei Dank, dass Sie da sind. Sie müssen mich hier rausholen. Ich tue mein Bestes, Mrs. Shapiro. Was ist denn passiert? Ah, auf dem Eis ausgerutscht, gebrochenes Handgelenk. Sie winkte mit der eingegipsten linken Hand. Sie müssen mich hier rausholen. Das Essen ist grauenhaft. Ich muss Würstchen essen. Soll ich sagen, Sie möchten koscher essen? Ich will koscher, aber freie Auswahl. Kein Schinken, keine Wurst, aber Speck. Ein bisschen manchmal macht ja nichts. Nie wahr? Die zuständige Schwester rümpfte über das Konzept von koscherem Essen mit freier Auswahl die Nase. Also bat ich Sie, Mrs. Shapiro auf eine koschere Diät zu setzen. Sie schrieb etwas in das Krankenblatt. Wir brauchen Ihre Versicherungskarte oder sonst ein Dokument, um zu prüfen, welche Ansprüche sie hat. Anscheinend sah sie, wie ich die Lippen zusammenpresste. So ist das Gesetz. Als ich zurück an ihr Bett kam, versuchte Mrs. Shapiro gerade mit ihrem Bettnachbarin ins Gespräch zu kommen, die durch eine Sauerstoffmaske atmete. Mrs. Shapiro, fragte ich, haben Sie eine versicherten Karte oder sonst einen Ausweis? Sie seufzte theatralisch. Oh, siebzig Jahre bin ich in diesem Land und keiner hat mich je nach einer Karte gefragt. Aber Sie brauchen irgendein Dokument, aus dem hervorgeht, wie lange Sie schon hier leben. Was ist mit den Rechnungen für das Haus, Grundsteuer, Gas? Alle Papiere sind im Sekretär. Wenn Sie möchten, gehe ich und sehe nach. Sie deutete mit der verbundenen Hand hinter sich. Der Hausschlüssel ist in meinem Mantel. Im Schrank neben dem Bett hing ein dunkelbrauner Persianer, elegant tailliert, doch mit unübersehbaren, kahlen Stellen am Rücken. Ich ging die Taschen durch. Ein ekliges, rotzverkrustetes Stofftaschentuch, eine Streichholzschachtel, ein Zigarettenstummel, ein Keks und ein Schlüssel. Hier ist er. Ich werfe einen Blick in den Sekretär und sehe, ob ich etwas finde, das die Bürokraten glücklich macht. Aber nur in den Sekretär schauen. Nicht überall die Nase reinstecken, Gorgine. Mit einer nervösen Handbewegung kletterte sie die Bettdecke. Darling, ich mache mir solche Sorgen um Wonderboy. Stellen Sie ihm bitte etwas zu essen hin. Die anderen Katzen gehen auf die Jagd, aber der arme Junge ist immer hungrig. Und wenn Sie wiederkommen, bringen Sie mir Zigaretten mit, ja? Im Nachbarbett gab die Frau mit der Sauerstoffmaske ein schreckliches Gurgeln von sich. Zwei Schwestern eilten herbei und zogen die Vorhänge um das Bett zu. Sie müssen mich hier rausholen, Gorgine. Mrs. Shapiro packte mein Handgelenk. Alle hier sind krank. Alle sterben. Ich streichelte ihre Hand. Bald sind Sie wieder daheim. Soll ich Ihnen sonst noch etwas mitbringen? Wenn Sie Wonderboy... Ich glaube nicht, dass Haustiere hier erlaubt sind. Aber gegen das Foto von Atem hätte sicher niemand etwas. Sie schüttelte den Kopf. Hier treiben sich zu viele Diebe herum. Aber Wonderboy würde niemand stehlen. Da hatte sie allerdings recht. Sie haben mir die Geschichte von Atem nie zu Ende erzählt. Wie er nach England gekommen ist. Wie sie sich kennengelernt haben. Das ist eine lange Megila Gorgine. Sie sagten, er war in den Wald gelaufen, um sich den Partisanen anzuschließen. Er in Naliboki. Schlomo Sorin und seine Pobeda-Bande nahmen alle Juden auf, die es bis in die Naliboki-Wälder schafften, und schickten Kundschafter in die Ghettos, um Fluchten zu organisieren. Atem übernah mehrere dieser Missionen. Sein hellblondes Haar half ihm, als Christ durchzugehen. Er wollte auch seine Mutter und seine Schwestern in die Freiheit holen. Doch als er ankam, wirkte das Ghetto in Minsk wie eine Geisterstadt, bevölkert von wandelnden Gerippen. Von einem Nachbarn erfuhr er, dass seine Mutter verhungert und eine seiner Schwestern an Typhus gestorben war. Was aus der anderen geworden war, wusste niemand. Danach zerbrach etwas in Atems Herz. Die Musik starb. Eines Morgens nach einer Nacht voller heulender Albträume schleuderte er seine Geige gegen einen Baum. Dann verabschiedete er sich von Sorin und brach in Richtung Orsha auf. Vielleicht hoffte er, Überlebende seiner Familie zu finden. Doch als er im Frühjahr 1942 ankam, war das Ghetto von Orsha längst ausgelöscht. Sie wollten uns wirklich alle umbringen. Artem kehrte nicht zu Sorin zurück. Er ging stattdessen nach Norden, um sich einer Gruppe russischer Partisanen anzuschließen. Anfang 1943 war er bei einer Gruppe, die auf einem Schlitten Kartoffeln und Rüben über den gefrorenen Ladoga-See ins belagerte Leningrad schmuggelten, als sie von einer deutschen Patrouille beschossen wurden. Seine drei Kameraden waren sofort tot, genau wie das Pony. Doch Artem wurde nur verwundet. Er kletterte auf den Schlitten, versteckte sich unter den Wolfsfällen, die die Rüben bedeckten, und wartete ab. Entweder die Deutschen nahmen ihn gefangen, oder die Russen retteten ihn, oder er erfrohr. Er wusste nicht mehr, wie lange er ohnmächtig dort gelegen hatte, als er von einem heftigen Ruck zurück ins Bewusstsein gerissen wurde. Er fuhr vorsichtig spähte er unter den Wolfsfällen hervor und sah, dass vor den Schlitten ein anderes Pony gespannt worden war. Über und hinter ihm saßen zwei Männer. Sprachen sie Deutsch oder Russisch? Die ganze Zeit stapfte das Pony durch Schnee und Eis, stapfte immer weiter und weiter und weiter. Sie verstummte. Ich wartete. Nach einer Weile merkte ich, dass sie eingeschlafen war. Wann, meinen Sie, kann Mrs. Shapiro wieder nach Hause? fragte ich die Schwester auf dem Weg zum Ausgang. Das können wir noch nicht sagen. Wir müssen uns erst ein Bild von ihrer Wohnsituation machen. In ihrem Alter kann es sein, dass sie in einem Heim besser aufgehoben ist. Warum? Wie alt ist sie denn? Nein. Sie hat uns gesagt, sie sei 96. Sie sah auf. Ist sie denn nicht ihre Großmutter? Nein, sie ist nur eine Nachbarin. Konnte Mrs. Shapiro wirklich schon 96 sein? Aber warum sollte sie wegen ihres Alters lügen? Noch ein Grund, warum es gut wäre, einen Ausweis von ihr zu sehen. Gummi. Bei meinem nächsten Besuch im Krankenhaus hatte eine andere Krankenschwester Dienst. Kommentarlos sah sie sich die Papiere an, die ich mitgebracht hatte, und machte ein Kreuzchen in Mrs. Shapiros Krankenblatt. Wie geht es ihr? fragte ich. Gut, sie kann wieder nach Hause, sobald wir ihre Wohnsituation geprüft haben. Sie ging das Krankenblatt durch. Wie ich sehe, haben sie den Schlüssel zu ihrem Haus. Ich sage Mrs. Goodney Bescheid, dass sie sich bei Ihnen wegen eines Termins melden soll. Wieder Mrs. Goodney. Ich stellte mir eine Frau mit Grübchen in den rundlichen Knien vor. Mrs. Shapiro schien es gut zu gehen. Sie hatte im Krankenhaus zugenommen. Ihre Wangen waren rosig und ihre Augen wirkten blauer. Ja, ihre Augen waren eindeutig blau. Hallo, Sie sehen gut aus, Mrs. Shapiro. Werden Sie gut versorgt? Haben Sie Wonderboy mitgebracht? Ich habe es versucht, aber er ist mir entwischt. Ich wollte sie nach den Fotos fragen, aber ich hielt mich zurück, weil ich nicht zugeben wollte, dass ich die Blechdose gefunden hatte. Ich würde die Geschichte irgendwie anders aus ihr herausholen müssen. Mrs. Shapiro, ich mache mir Sorgen, dass Ihr Haus... Also, meinen Sie nicht, es ist ein bisschen viel Arbeit für Sie? Wäre eine Wohnung nicht bequemer oder ein Wohnheim? Sie sah mich mit schreckgeweiteten Augen an. Warum sagen Sie so etwas, Gorgine? Es fiel mir schwer, höfliche Worte für den Grad des Verfalls Ihres Hauses zu finden, also sagte ich, Mrs. Shapiro, die Krankenschwester denkt, dass Sie zu alt sind, um allein zu leben. Sie hat mir gesagt, Sie wären 96. Sie blinzelte. Ich gehe nirgendwo hin. Mrs. Shapiro, wie alt sind Sie? Was würde aus meinen lieben Katzen werden? Wie geht es, Wonderboy? Das nächste Mal müssen Sie ihn mitbringen. Ich erzählte ihr von Wonderboy und dem Vogel. Aha, der ungezogene Junge. Und von Violettas kläglichem Miauen. Och Gott! Und von der Katze, die sich nach oben geschlichen hatte, um bei ihr im Bett zu schlafen. Das ist Musoski. Vielleicht ist das meine Schuld, denn ich erlaube es. Darling, manchmal bin ich so einsam in der Nacht. Sie sah mich an. Sie sind auch einsam. Gorgine, nicht? Ich nickte widerstrebend. Ich war diejenige, die Fragen stellen sollte. Doch sie drückte mir die Hand. Erzählen Sie mir von ihrem Mann. War es Liebe auf den ersten Blick? Ja, das war es wirklich, Mrs. Shapiro. Unsere Augen haben sich in einem Raum voller Menschen gefunden. Der Raum war ein Gerichtssaal in Leeds, wo gegen zwei Bergarbeiter wegen einer Rauferei an der Streitpostenkette verhandelt wurde. Rip war der Verteidiger. Er war noch im Referendariat und arbeitete ehrenamtlich für das Chapel Town Law Center. Ich arbeitete als Reporterin für die Evening Post. Nach der Urteilsverkündung, Freispruch, gingen wir ins Pub. Später fuhr Rip mich nach Hause und wir liebten uns vor dem Kamin im Bungalow meiner Eltern. Glücklicherweise hatten wir die Kleider wieder an, bis sie nach Hause kamen. Mama hatte er sofort um den Finger gewickelt. Mein Vater hielt ihn für einen Klassenfeind. Rip kam nämlich aus einer wohlhabenden Familie. Und ich hatte Angst, dass er sich vielleicht wie ein Snob aufführen würde. Aber er war nett und respektvoll. Sie wackelte ungeduldig mit dem Kopf. Erzählen Sie mir von der Liebe. Also, man könnte sagen, es ist die Geschichte einer verbotenen Liebe zwischen einem beinahe Aristokraten und einem einfachen Mädchen aus einer Bergarbeiterstadt. Sie nickte. Das ist ein guter Anfang. Sie kamen vom Wohlfahrtsverein der Bergarbeiter in Kasselfort zurück, von der Abschiedsfeier eines Kumpels. Mein Vater hatte glasige Augen. Mama war perlos zum Fahrer auserkoren worden, aber auch sie hatte einen im Tee. Papa, was zum Teufel hat unsere Georgie daheim gebracht? Mama, da hast du einen dicken Fisch geangelt, Georgie. Ich verlegen zu Rip. Das sind meine Eltern, Gene und Dennis Shadworth. Rip. Rip Sinclair, hoch erfreut, sie kennenzulernen. Mama. Rip, das ist ein ungewöhnlicher Name. Rip. Es ist die Abkürzung von Euripides. Meine Eltern hatten Großes mit mir vor. Papa. Nicht dein Typ, Georgie. Ich. Du irrst dich. Er ist nicht so einer. Papa schweigt. Wir hatten uns alle zusammen auf die Bank in der Küche gequetscht. Rip klemmte zwischen meinem Vater und der Ecke. Ich saß mit Mama auf der anderen Seite. Papa. Und? Was machen Sie so? Rip. Ich bin in der Ausbildung. Pariser. Ich. Warum nimmt er sich eigentlich so komisch? Mama. Das klingt interessant. Rip. Zum Rechtsanwalt. Er macht mir hinter dem Tisch Zeichen, die ein bisschen an Wichsen erinnern. Ich. Er hat die Bergarbeiter verteidigt, Papa. Papa. So meinst Fairboys und Gamma? Rip. Ja, Gamma. Gummi. Papa. Sie wurden freigesprochen, oder? Hätten nie vor Gericht kommen sollen. Rip. Wichsbewegung. Äh, Geringfügigkeiten. Auf dem Boden. Beim Feuer. Die Gerechtigkeit hat gesiegt. Ich. Der Groschenfeld. Entschuldige, Mama. Ich, ähm. Ich zwängte mich an ihr vorbei und rannte ins Wohnzimmer. Da lag es, auf dem Boden vor dem Kamin, glänzend und glitschig. Ich hob es auf und warf es in die Glut. Es zischte und roch kurz nach verbranntem Gummi. Mrs. Shapiro war eingeschlafen. Als ich nach Hause kam, nahm ich die sechs Fotos aus meiner Tasche und breitete sie vor mir aus. Stirnrunzeln versuchte ich mir die Geschichte zusammenzureimen, die es dazu geben musste. Auf dem ersten Foto die Familie Shapiro mit Artem als Kleinkind. Dann das Hochzeitsfoto. Vor Naomi musste Artem Shapiro mit einer anderen Frau verheiratet gewesen sein. Auf einem anderen Foto dasselbe Paar. Im Hintergrund liegt Schnee. Auf der Rückseite stand Stockholm. Trott. Den Rest konnte ich nicht lesen. Dann war da ein Gruppenfoto. Ein Mann und vier Frauen in eleganter Abendkleidung, die um einen Flügel herum sitzen. Familie Wechsler, London 1940, stand auf der Rückseite. Ich sah näher hin, doch die Gesichter waren zu klein, um etwas zu erkennen. Auf einem weiteren Foto erkannte ich Cannon House. Mit der Araukarie im Hintergrund. Highbury, 1948. Zwei Frauen stehen auf der Veranda. Die Größere sieht aus wie die Frau vom Hochzeitsfoto. Die trotzige Haltung der anderen, lockig und elfenklein, kam mir bekannt vor. Naomi. Sie waren zusammen in Cannon House gewesen. Ich sah die größere Frau auf einem weiteren Foto wieder. Allein unter einem Torbogen blinzelte sie mit ihren dunklen Augen lächelnd in die Sonne. Auf der Rückseite stand Lydda 1950. Ein schöner Name, dachte ich, für eine schöne Frau. Doch wer war sie? Die Tür schlug zu. Halb fünf. Ben kam von der Schule. Ein paar Minuten später hörte ich das Begrüßungsgebimmel seines Computers. Er hatte nicht mal Hallo gesagt. Ich hatte das Gefühl, als ob etwas gegen mein Herz klatschte. Der Umzug von Leeds nach London war schwer für Ben gewesen. Er brachte nie Freunde mit nach Hause. Ich ging hinauf in sein Zimmer. Was möchtest du zum Abendessen, mein Schatz? Spaghetti. Schön. In einer halben Stunde? Ich komme runter, mein Okay? Sagte er in einem Ton, der hieß, lass mich in Ruhe. Ich ging in die Küche und schenkte mir ein Glas Rioja ein. Als Ehefrau versagt, als Mutter versagt, ohne Freunde, denn meine alten Freunde in Leeds waren auch Rips-Freunde. Ich trank das Glas in wenigen Schlucken aus und schenkte mir nach. Vielleicht sollte ich mir eine Katze anschaffen. Oder sieben? Oder acht? Nein, ich würde mich einfach zusammenreißen müssen. Eine Freundin hatte ich schon, zugegeben, ihre Lebensmittelhygiene ließ zu wünschen übrig, aber wir verstanden uns gut. Außerdem hatte ich Online-Arbeitskollegen, die ich allerdings nie gesehen hatte. Irgendwann würde ich einfach bei der Klebstoffe-Redaktion hereinschneiden und Hallo sagen. Vor allem war ich neugierig auf Nathan, den Chef. Wenn wir telefonierten, klang er immer so sanft. Ich hatte keine Ahnung, wie er aussah, doch ich stellte mir vor, dass er intelligent und attraktiv war und eine Hornbrille und einen weißen Laborkittel trug. Penny hatte mir gesagt, er sei Single und wohne mit seinem Vater zusammen, was verantwortungsvoll klang. Penny machte das Sekretariat. Auch sie hatte ich nie persönlich getroffen, aber sie erzählte mir gern Klatsch über all die anderen, die ich nie kennengelernt hatte. Sheila, die Bürogehilfin, Paul und Vic, die sich um alles Technische kümmerten, und abwechselnd um Sheila, die maulende Marie. Und dann gab es andere freie Mitarbeiter wie mich, deren Intimleben Penny hemmungslos vor mir ausbreitete. Ich schenkte mir noch ein Glas Rioja ein. Dann holte ich mein Schreibheft und vertiefte mich in das vierte Kapitel von »Das verspritzte Herz«. Plötzlich spürte ich eine Hand auf meiner Schulter. »Wann gibt's Essen?« Ich schlug das Heft zu. »Ah, tut mir leid, Ben, ich musste noch etwas fertig machen.« Er sah mich stirnrunzelnd an. »Du solltest mit dem Wein vorsichtig sein.« »Wie bitte?« Ich kicherte. Dann sah ich die Besorgnis in seinem Blick und riss mich zusammen. Vielleicht hatte er nicht ganz Unrecht. Wir kochten zusammen und hörten während des Essens die Abendnachrichten. Ich achtete nicht darauf. Ich dachte an Rip, seine Obsession mit dem Blackberry, meine Obsession mit dem Zahnbürstenhalter. Wie hatten wir zulassen können, dass unser Glück von so trivialen Dingen zerstört wurde? »Warum tun Sie sowas?« fragte Ben plötzlich. »Was?« »Selbstmordattentäter«, er lauschte den Nachrichten. »Weil, wenn Menschen verzweifelt sind, sie wollen Aufmerksamkeit, wenn man unbedingt jemanden verletzen will, so sehr, dass es einem egal ist, ob man sich selbst dabei verletzt.« »Verzweifelt«, ich dachte an die aufgeschäumte Milch. »Überall in der Küche verspritzt.« »Aber warum sowas? Es ist so wie...« »Da war so ein Junge an der Schule, der sich mit einer Rasierklinge die Arme aufgeschnitten hat.« »Oh, Ben, warum?« »Weiß nicht. Wahrscheinlich wegen der Aufmerksamkeit.« »Ben, wenn es dir nicht gut...« »Ist schon okay, Mama, mir geht's gut.« Er lächelte flüchtig. Dann stellte er seinen Teller in die Spülmaschine und schlurfte nach oben. Haltbarkeit Nachdem Rip in Peets Mansardenwohnung gezogen war, einigten wir uns darauf, dass Ben abwechselnd eine halbe Woche bei ihm und eine halbe Woche bei mir wohnen würde. Wir zerbrachen ihn in zwei Hälften. An den Tagen, an denen er nicht da war, ertrug ich es kaum, alleine zu Hause zu sein. Die Stille war wie ein grelles Klingeln. Anfangs versuchte ich es damit, das Radio anzustellen, aber das machte es noch schlimmer. Ich spürte die Stille, selbst wenn ich sie nicht hörte. Wenn es mir zu viel wurde, machte ich meist einen Spaziergang. In meinem uralten braunen Duffelcoat mit Fledermausärmeln wanderte ich durch die Dämmerung und spähte durch erleuchtete Fenster in das Leben anderer Leute. Eines Nachmittags ging ich bis nach Eilingen Green zu Fuß, weil ich vorhatte, ein paar Sachen bei Sainsbury's einzukaufen. Es war gegen vier und die Dame mit den Aufklebern platzierte gerade die abendlichen Rabatte. Um sie herum wogte eine Schar von Kunden wie ein Schwarm Piranhas. Meine Mutter war eine große Verfechterin des Einkaufs abgelaufener Lebensmittel. Sie glaubte nicht an Salmonellen oder Listerien. Wer den Pfennig nicht ehrt, sagte sie und tätschelte ihre elastische Mitte. Mama ehrte ihre Pfennige, als kämen sie direkt vom Himmel und jetzt, ohne die Gewissheit im Hintergrund, dass Ripps Lohn jeden Monat auf unserem gemeinsamen Konto landete, verstand ich auf einmal die scharfe Kante der Unsicherheit, die sie ein Leben lang begleitet haben musste. Oder ich war einfach so deprimiert, dass ich mich mit den verschmähten Chicken Wings solidarisch fühlte. Jedenfalls schloss ich mich dem Gedränge an. Die Aufkleberdame arbeitete unendlich langsam und sobald sie ein Produkt gekennzeichnet hatte, schoss ein Arm aus der Menge und riss es ihr aus der Hand. Die reduzierten Waren erreichten nicht einmal das Regal. Dann fiel mir auf, dass es immer dieselbe Hand zu sein schien. Eine knochige, mit Klunkern überzogene Hand, die unermüdlich zuschlug. Als ich der Hand mit den Augen folgte, entdeckte ich eine alte Frau, die zwischen den Schultern zweier dicker Damen durchtauchte. Mrs. Shapiro. »Hallo«, rief ich. Sie starrte mich einen Moment lang an. Dann erkannte sie mich. »Gorgine«, rief sie. Sie sprach das G hart aus und dehnte den vorletzten Vokal. »Guten Tag, Darling.« »Schön, Sie zu sehen, Mrs. Shapiro.« Ich beugte mich zu ihr und gab ihr ein Küsschen auf jede Wange. Sie roch reif und furzig, gemischt mit einem Hauch von Chanel Nummer 5. »Jede Menge schöne Schnäppchen heute, Darling«, Mrs. Shapiro war atemlos vor Aufregung. »Schmeckt immer besser, wenn man weniger bezahlt, nicht?« Sie sollten meine Mutter kennenlernen. Sie ist ständig auf Schnäppchenjagd. Sie sagt, es hat mit dem Krieg zu tun. Ich nahm an, dass Mrs. Shapiro etwas älter als meine Mutter war, vielleicht Ende 70. Faltiger, aber auch lebhafter. Statt in den alterstypischen Halbstiefeln wackelte sie auf zehenfreien Stöckelschuhen herum, aus denen ihre schmuddeligen Baumwollsocken heraussahen. »Nicht nur mit dem Krieg, Darling. Ich hab schon früh im Leben lernen müssen, über die Runden zu kommen. Ein hartes Leben ist ein guter Lehrmeister, nicht wahr?« Ihre Wangen waren rot, der Blick konzentriert, die Stirn leicht gerunzelt vom Mitrechnen, als die neuen Etiketten auf den alten landeten. »Kommen Sie schon, Gorgine, Sie müssen zupacken. Man muss schnell sein. Mögen Sie Würstchen, hier!« Mrs. Shapiro riss einem erschrockenen Rentner eine Packung Würstchen aus der Hand, die auf 59 Pens reduziert war, und warf sie in meinen Korb. »Oh, danke!« Die Würstchen sahen unappetitlich rosa aus. Sie flüsterte mir ins Ohr. »Die können Sie gern haben. Juden essen keine Würstchen.« Enttäuscht sah der Rentner den Würstchen hinterher. »Sind Sie auch jüdisch, Gorgine?« Entscheinend hatte sie meinen entgeisterten Blick bemerkt. »Nein, ich bin aus Yorkshire.« »Macht nicht, Sie gönnen ja nichts dafür.« »Haben Sie sich die Schallplatten schon angehört, Mrs. Shapiro?« »Herrliche Platten! Was für Musik so erhebend!« Sie spreizte die knorrigen Hände theatralisch in der Luft, mit glitzernden Ringen und kirschroten Fingernägeln. »Schostakovich, Prokofiev, Measkowski. Mein Arti hat sie alle gespielt.« »Wer ist Arti?«, fragte ich. Doch sie wurde von einer Kischlurin für 79 Pens abgelenkt. Ich wollte nicht zugeben, dass ich mich nicht für Klassik interessierte. Für mich war es Rips Angebermusik. »Ich fürchte, ich habe kein Ohr für Musik. Große Kunst ist nichts für die Massen, Dallink. Aber vielleicht wollen Sie etwas lernen, hm?« Sie klimperte mit ihren azurblauen Lidern. »Essen Sie gern Fisch?« Bei ihrer Schnäppchenbeute lagen mehrere Packungen Fisch. Ich zögerte. Dieser Fisch roch eindeutig verdächtig. Selbst Mama hätte ihn liegen lassen. »Kommen Sie zum Essen, ich koche für Sie.« Armes altes Ding. Sie musste einsam sein, dachte ich. Das würde ich gerne, aber, während ich versuchte, mir eine Ausrede einfallen zu lassen, stieß sie plötzlich einen gellenden Schrei aus. »Du Dieb!« Im Gang entstand ein wütendes Handgemenge. Der Rentner, dem sie die Würstchen weggenommen hatte, hatte heimlich versucht, sie aus meinem Korb zurückzuklauen. Doch Mrs. Shapiro entriss sie ihm. »Du Dieb! Zahl gefälligst den vollen Preis für deine Würstchen, wenn du welche willst!« Erniedrig zog der Rentner alleine. Mrs. Shapiro drehte sich triumphierend zu mir um. »Ich wohne nicht weit von Ihnen. Dudley Place. Garnan House. Kommen Sie am Samstag um sieben.« Biopolymere Wonderboy lag auf der Veranda, als ich den Weg zu Garnan House hinaufging, und riss gerade einem Vogel die Eingeweide heraus. Ich schloss die Tür auf und mir schlug das stechende Odeur von Katzenpisse, Feuchtigkeit und Moder entgegen. Ich hielt mir das Taschentuch vor die Nase. Aus dem Nichts tauchte Violetta auf, kläglich miauend. Das arme Ding. Sie musste mindestens drei Tage im Haus eingeschlossen gewesen sein. Ich folgte ihr in die Küche. Im Chaos von schmutzigen Tellern, benutzten Tassen, leeren Dosen und fettigen Fertigkostverpackungen bedeckte jeden Zentimeter der verklebten Arbeitsfläche. Im ganzen Haus war es kalt und modrig. Nach kurzer Suche fand ich ein Dutzend Katzenfutterdosen in einem Schrank. Ich schöpfte ein paar Löffel für Violetta in eine Schüssel und sie schlang es so schnell herunter, dass sie fast an ihrer eigenen Gier erstickte. Dann schloss ich die Hintertür auf. Der Schlüssel steckte von innen, füllte die Schüssel noch einmal und stellte sie draußen auf die Stufe. Wonderboy tauchte auf, fauchte Violetta an und leerte die Schüssel. Auch ein paar andere dürre Gestalten drückten sich draußen herum. Ich fütterte sie alle. Es musste ein gutes halbes Dutzend Katzen sein. Dann kehrte ich ins Haus zurück und schloss die Tür wieder ab. Der Sekretär, von dem Mrs. Shapiro gesprochen hatte, befand sich in einem Zimmer im Erdgeschoss, was vielleicht einmal das Herrenzimmer gewesen war. Er war voll mit Papieren, hauptsächlich Rechnungen an Naomi Shapiro und ein paar Ältere mit dem Adressaten Artem Shapiro und Auszüge eines gemeinsamen Kontos. Der letzte zeigte zu meiner Überraschung ein Guthaben von über 3.000 Pfund. Der älteste Auszug stammte aus dem Jahr 1948. Anscheinend ging monatlich eine kleine Rente, so wie Mrs. Shapiros Witwengeld, auf dem Konto ein. Ich nahm aufs Gerate wohl ein paar Auszüge heraus. Würden sie dem Krankenhaus als Information reichen? Ich entdeckte außerdem einen Briefwechsel mit der Kommune wegen der Arocarie, die Mrs. Shapiro fällen lassen wollte, die aber anscheinend Bestandsschutz genoss. Und in der letzten Schublade fand ich schließlich einen dicken Umschlag mit offiziell aussehenden Dokumenten. Ein Pass, hellblau mit einem schwarzen Streifen. Artem Shapiro. Geburtsdatum 13. März 1904, Geburtsort Orsha. Ausstellungsdatum 4. März 1950, London. Führerschein. Artem Shapiro. 1948. Totenschein. Artem Shapiro. 1960. Todesursache? Lungenkrebs. Ich war seltsam berührt. So hatte seine Reise also geendet. Doch was war mit ihr? Ein Koop-Sparbuch war das einzige Dokument, das ihren Namen trug. Mrs. N. Shapiro. 13. Juli 1972. Ich erinnerte mich an ihre Worte. Aber nur in den Sekretär schauen. Wenn sie irgendetwas versteckt hatte, dann nicht hier. Ich sah mich in den anderen Zimmern um. Im Sideboard im Esszimmer fand ich Nutella und Besteck. Im Wohnzimmer war es dunkel. Die Fenster waren verbarrikadiert und der Lichtschalter funktionierte nicht. Ich hätte eine Taschenlampe gebraucht. Ich versuchte es im Keller. Dort schien eine Art Werkstatt zu sein. An der Wand hingen rostige Werkzeuge und seltsam geschwungene Holzstücke. Ich brauchte einen Moment, bis ich begriff, dass es sich um Teile von noch nicht fertiggestellten Violinen handelte. Auf der Werkbank stand ein Topf mit eingetrocknetem Leim. Tierleim. Biopolymere. Wurde für Holzarbeiten verwendet, bevor es bessere, moderne, synthetische Klebstoffe gab. Nathan, mein Chef, hatte mir erzählt, dass die Nazis aus Menschenknochen Leim gemacht hatten. Ich ging die steinerne Treppe wieder hinauf. Doch dann fiel mir etwas Farbiges oben auf der Werkzeugvitrine auf. Neugierig kehrte ich nach unten zurück und sah nach. Es war eine Kixdose mit Fotos. Ich klemmte sie mir unter den Arm und ging zurück nach oben. Im ersten Stock gingen neun Türen ab. Eine war einen Spalt geöffnet. Ich schob sie auf. Zwei dürre Katzen schossen heraus. Das Zimmer war groß und hell, mit einem Doppelfenster zum Vorgarten und wurde von einem massiven Articot-Bett beherrscht, auf dem ein Kater mit zerrupften Ohren schlief. Es stank entsetzlich. Ich öffnete das Fenster und versuchte, den Kater hinaus zu scheuchen, doch er sah mich nur verächtlich an. Dies war vermutlich Mrs. Shapiros Schlafzimmer, denn es lagen überall ihre Kleider herum, die Schiebermütze, die zehenfreien Stöckelschuhe und ein schmutziges Hemdhöschen aus pfirsichfarbener Seide. In einer Frisierkommode durchwühlte ich mehrere Lagen uralter Schminkutensilien und muffiger Unterwäsche. Doch nichts davon war interessant, und so setzte ich mich aufs Bett, öffnete die Blechdose und nahm die sechs Fotos heraus. Die meisten waren schwarz-weiß. Nur obenauf lag eines in Sepiatönen. Es war ein Familienporträt der Jahrhundertwende. Die Mutter mit einem Baby im Arm, der Vater mit Bart und zwei weitere Kinder, ein Mädchen und ein auffällig blonder Junge. Auf der Rückseite war etwas gekritzelt, das keinen Sinn ergab, bis mir klar wurde, dass es kyrillisch war. Ich konnte nur die Jahreszahl lesen. 1905. Dann fiel mein Blick auf ein Hochzeitsfoto. Ein blonder Mann, der die Hand einer hübschen Frau mit leidenschaftlichen dunklen Augen und schwarzen Locken hielt. In dem Mann erkannte ich Atem, Shapiro, aber wer war die Frau? Ich sah mir das Bild genau an, aber es konnte keinen Zweifel geben. Die Frau auf dem Foto war nicht Naomi Shapiro. Ich starrte das Foto immer noch an, als ich Stimmen im Garten hörte. Hastig steckte ich die Fotos in meine Tasche und versteckte die Blechdose oben auf dem Kleiderschrank. Dann spähte ich in den Garten. Ein Mann und eine Frau standen auf dem Weg und sahen sich das Haus an. Die Frau war stämmig und rothaarig und trug eine grellgrüne Jacke. Der Mann war untersetzt. Ich konnte nicht verstehen, was er sagte, doch ich sah das zähnefletschende Lachen der Frau. Bis ich unten an die Tür kam, waren sie fort. Das Kleben ungleicher Materialien Als ich nach Hause kam, setzte ich Teewasser auf und griff zum Stift. Das verspritzte Herz Kapitel 2 Es war ein sonniger Oktobertag und Rippk und Rippk äh P-Wig und Rippk war in Gedanken bei fleischlichen Freuden, als er mit seinem Mini-Porsche durch die mittelnds... durch die mittelnds... nicht so... Hügelkrochen... rührte Ein paar Kilometer nach Liga... Nach ein paar Kilometern sollte ich auch die Ortsnamen ändern. Ich versuchte mich an meinen Journalismuskurs bei der munteren Mrs. Featherstone zu erinnern, doch ich wusste es beim besten Willen nicht mehr. Äh... machte die Straße eine scharfe Rechtskurve Komma und Gina erblickte Hortemhaus Anna Holt die Towers wie eine steinerne Fregatte in einem schimmernden Meer Punkt Unwillkürlich war Gina beeindruckt. Nein. Fühlte sich Gina auf unerklärliche Weise zu dem Haus majestätischen Bauwerk hingezogen und ihr entging nicht Komma dass diese Leute Kohle hatten. Nö. Storisch. So also lebten die oberen Zehntausend dachte sie. Sie musste zugeben Komma dass sie angetan war. Wie grauenhaft. Als Ripp und ich uns ineinander verliebten hatte ich mir manchmal vorgestellt wir wären die romantischen Figuren einer großen stürmischen Liebesgeschichte vor dem turbulenten Hintergrund des Bergarbeiterstreiks die die Grenzen von Geld und Klassen überwandten. Ich war seine Tür zur exotischen Welt von Kippex wo edle Wilde über den Sozialismus diskutierten während sie einander in den gruben Waschräumen den Rücken einseiften. Er war meine Tür zu Pemberley Hall und Mansfield Park. Wir waren so voller Illusionen übereinander dass es vielleicht zwangsläufig in einem Gemetzel enden musste. Die Unterschiede zwischen unseren Familien hatten Ripp allerdings viel weniger zu schaffen gemacht als mir. Ich Du hast mir gar nicht gesagt dass ihr so reich seid. Er Wenn man Geld hat merkt man erst wie unwichtig es ist. Ich Ja Aber wenn man nicht genug hat ist es wichtig. Er Ungleichheit spielt nur eine Rolle wenn die Menschen sich deshalb minderwertig fühlen. Ich Er Aber Was für ein Quatsch! Er Du fühlst dich doch nicht minderwertig, oder Georgie? Ich Nein Natürlich fühlte ich mich minderwertig. Ich weiß nicht was ich mit den ganzen Messern und Gabeln tun soll. Er Küsst mich sanft auf die Lippen. Teil 1 Klebstoffe in der modernen Welt Klebrige Gerüche Als ich Wonderboy zum ersten Mal sah pinkelte er mir ans Bein. Vermutlich sollte es eine Warnung sein was vorausschauend von ihm war wenn man bedenkt wie die Geschichte ausging. Eines Nachmittags Ende Oktober hatte ich irgendwo zwischen Stoke Newington und Highbury im Norden von London zwischen zwei Gartenmauern einen versteckten Weg entdeckt. Nach 50 Metern erhob sich vor mir eine große Villa halb verfallen und mit Efeu überwachsen. Ich ging davon aus dass das Haus leer stand wer konnte an einem solchen Ort wohnen am Torpfosten war eine Inschrift Kernenhaus Der Name verströmte einen modrigen Hauch von Frömmigkeit Im Dämmerlicht sah ich bröckelnden Stuck abblätternde Farbe geflickte Fenster und eine stachelige Arocarie die viel zu dicht am Haus gepflanzt war. Dann zerriss ein Heulen die Stille Schaudernd zuckte ich zurück Doch es war nur ein großer weißer Kater mit drei schwarzen Pfoten und einem hässlichen und brutalen Gesicht Er schlenderte heran Doch als ich mich bückte um ihn zu streicheln hob er den Schwanz und ein klebriger Strahl Ode Kater schwängerte die Luft Bevor ich ihm einen Tritt verpassen konnte war er schon wieder verschwunden Unsere zweite Begegnung fand etwa eine Woche später statt Eines Abends gegen Elle hörte ich Geräusche auf der Straße Ich sah aus dem Fenster Jemand holte Sachen aus dem Müllcontainer vor unserem Haus Eine dürre alte Frau zerrte an den dunkelroten Velourvorhängen im Container um eine Kiste mit den alten Schallplatten meines Mannes freizulegen Ich winkte ihr durchs Fenster zu Fröhlich winkte sie zurück Dann zerrte sie weiter Plötzlich löste sich die Kiste und die Frau fiel rückwärts auf den Boden Ich lief hinaus Haben Sie sich verletzt? Sie rappelte sich hoch Ihr Gesicht war halb unter einer großen Ballonmütze verborgen Ich weiß ja nicht was für Menschen solche Musik wegwerfen die großen russischen Komponisten Eine klangvolle Stimme braun und körnig wie Früchtebrot Ich konnte ihren Akzent nicht einordnen Müssen Barbaren sein die hier wohnen Nicht wahr? Schauen Sie sich das an Tchaikovsky Shostakovich in der Mülltonne Bitte Nehmen Sie die Schallplatten mit sagte ich entschuldigend Ich habe keinen Plattenspieler Ich wollte nicht dass sie mich für eine Barbaren hielt Danke Jetzt sah ich dass hinter dem Container ein altmodischer Kinderwagen stand in den sie bereits einige der Bücher meines Mannes gepackt hatte Die Bücher können Sie auch mitnehmen Haben Sie alle gelesen? fragte sie als wollte sie mich über meine barbarischen Tendenzen verhören Alle Dann ist ja gut Danke Ich bin Georgie Sinclair Sie nickte steif Ich wohne noch nicht lange hier Wir sind erst vor einem Jahr aus Lizia hergezogen Da hob sie eine behandschuhte Hand wie eine verschrobene Monarchin Mrs. Naomi Shapiro Ich half ihr die Platten von der Straße einzusammeln und sie auf die Bücher zu laden Dann wackelte sie auf hohen Absätzen davon Selbst in der kalten Luft konnte ich sie riechen Stechend und streng wie reifer Käse Als sie ein paar Meter gegangen war entdeckte ich den weißen Kater wieder Er folgte ihr die Straße hinunter Dann sah ich dass da eine ganze Kohorte Katzen war die der alten Frau nachlief Ich sah ihr nach bis sie um eine Ecke bog Die Königin der Katzen Im nächsten Moment hatte ich sie vergessen Ich hatte andere Probleme Von der Straße aus konnte ich sehen dass in Bens Zimmer noch Licht brannte und sein Computer flimmerte Ben, mein kleiner Junge Inzwischen 16 ein vollwertiger Bürger der webweiten Welt Das Lichtfenster blinkte blau dann rot dann grün In welchen Gewässern war er heute unterwegs so spät allein Ich spürte einen Stich im Herzen Mein sanfter ernster Ben Wie konnten zwei Kinder derselben Eltern so unterschiedlich werden Seine Schwester Stella die 20 war hatte das Leben an den Hörnern gepackt und brachte ihm bei ihr aus der Hand zu fressen Zusammen mit einer Menage junger Männer in einer Wohngemeinschaft in der Nähe der Durham University wo immer eine Party tobte Ich ging ins Haus und schrieb meinem Mann einen Zettel mit der Bitte seinen Müll abzuholen schob ihn in einen Umschlag und klebte eine Briefmarke auf Gleich am nächsten Morgen würde ich die Entsorgungsfirma anrufen damit sie den Container abholte Lassen Sie mich erklären warum ich die Sachen meines Mannes in einen Container geworfen hatte Eines Morgens in der Küche Rip muss ins Büro und drückt auf seinem Blackberry herum Ich mache Kaffee und schäume Milch auf Ben poltert oben in seinem Zimmer herum Ich Ich habe einen neuen Zahnbürstenhalter gekauft Meinst du, du könntest ihn an der Wand festmachen? Er Schweigen Ich Weißes Porzellan Er Wovon zum Henker redest du, Georgie? Ich Von dem Zahnbürstenhalter Er muss an der Wand angebracht werden Im Bad Ich glaube, es ist ein Fall für Akutbohrer und Dübel Er Manche von uns versuchen auf der Welt etwas zu bewirken Wichtige Dinge, Georgie Dinge, die die Entwicklung der Menschheit vorantreiben und du quatschst von Zahnbürsten Ich kann nicht erklären was in diesem Moment über mich kam Mein Arm zuckte und plötzlich war alles voller Milchschaumflocken Die Wände Er Sein Blackberry Er Was ist denn in dich gefahren, Georgie? Ich Dir ist alles scheißegal, oder? Das Einzige, was dir wichtig ist ist deine verdammte weltverändernde zukunftsgestaltende Scheißarbeit Er Zufälligerweise ist mir nicht alles egal Es ist mir wichtig was auf der Welt passiert Auch wenn ich nicht sagen kann dass mir eine Zahnbürste wichtig ist Ich Ein Zahnbürstenhalter Er Was zum Teufel ist ein Zahnbürstenhalter? Ich weiß nicht warum ich mir sowas anhören muss Ich Keiner verlangt das von dir Warum gehst du nicht einfach? Er Deine hysterischen Anfälle sind nicht sehr attraktiv Ich Nein Und du bist auch nicht attraktiv Du blöder Furz Dabei war er attraktiv Das war das Problem Und jetzt habe ich endgültig alles vermasselt dachte ich während ich mir vorstellte wie Mrs. Shapiro durch die Straßen wackelte mit seiner Sammlung russischer Komponisten in ihrem Kinderwagen Klebriges braunes Zeug Am Sonntagmorgen wachte ich gegen 10 Uhr auf In meinem Kopf hämmerte es Ich taumelte ins Bad wusch mir das Gesicht und kehrte ins Schlafzimmer zurück Das Licht war zu grell Ich zog mir eine schwarze Unterhose über den Kopf und legte mich wieder ins Bett Wenn Rip da gewesen wäre hätte er gelacht Wenn Rip da gewesen wäre hätte er mir eine Tasse Tee gemacht und mich getröstet Ich erinnerte mich an die gestrige Musik War das ein Traum gewesen? Bei unserer Hochzeit hatte der Organist Der Einzug der Königin von Saba gespielt und mein Vater hatte seine atheistischen Skrupel so weit überwunden dass er mich zum Altar führte Es war die erste Begegnung zwischen Rips Eltern und meinen und die Stimmung war quälend höflich Rip hatte diskret den Kupferstich des Kohlebergwerks in Staffordshire abgehängt das 1882 einem seiner Ahnen gehört hatte und ich hatte meinen Vater überredet nicht die Krawatte der Bergarbeitergewerkschaft zu tragen Mr. Sinclair plauderte mit meinem Vater über Rugby indem er von seiner Schul-Rugby-Mannschaft erzählte ohne die Tatsache zu erwähnen dass es seine Schule war nach der der Sport benannt war Mein Vater tat sein Bestes mitzuhalten ohne auf dem Unterschied zwischen Rugby Union und Rugby League herumzureiten Mrs. Sinclair machte meiner Mutter Komplimente für ihren Hut und meine Mutter bat sie um das Rezept für ihre Schokoladen-Profi-Rollen Mrs. Sinclair umging die Frage ohne zu erwähnen dass alles die Profi-Rolle eingeschlossen von einem Catering-Service in Lee kam als ich später am Nachmittag aufwachte ging es mir viel besser ich ging nach unten um nach etwas Essbarem zu suchen und goss mir stattdessen ein Glas Wein ein wahrscheinlich wäre es klüger gewesen bei Toast und Tee zu bleiben aber ich brauchte etwas Aufmunterndes ich vermisste Ben noch drei Tage bis er wieder bei mir war ich nahm mein Weinglas mit nach oben und als ich sah dass die Tür zu seinem Zimmer angelehnt war ging ich ohne bestimmten Grund hinein mein Blick wanderte über die vielbeschäftigte Unordnung und ich lächelte in mich hinein der liebe Ben sein Schreibtisch war eine Deponie zerknüllter Zettel zerbrochener Kulis und Taschentücher alles voller Spritzer eines klebrigen braunen Zeugs vielleicht die Reste eines Kakaos ein kleines Foto klebte am unteren Rand des Bildschirms Ben und Stella ich beugte mich vor um näher hinzusehen dabei blieb mein Ärmel an meinem Weinglas hängen das umfiel sich über den Tisch ergoss und sich mit dem braunen Zeug vermischte ich zerrte ein Taschentuch aus der Tasche als ich die Maus abwischte erwachte plötzlich der Computer zum Leben der Bildschirm leuchtete auf ein schwarzer Hintergrund mit einem Wort darauf das rot blinkte und mit flackernden Flammen verziert war Armageddon es sah aus wie irgendein blödes Computerspiel nach dem Fischessen mied ich Mrs. Shapiro ein paar Wochen und dann vergaß ich sie mein Leben ging weiter seinen hinkenden Gang Ben kein Ben Ben kein Ben manchmal um mich aufzuheitern träumte ich von Rache im dritten Kapitel das verspritzte Herz plante Gina nachdem sie Ricks Seitensprünge aufgedeckt hatte eine dramatische Revanche die mit Fischsuppe zu tun hatte eines trüben November Nachmittags dann klingelte mein Telefon Mrs. Jordina Sinclair eine unbekannte Frauenstimme die kreischte wie ein rostiges Gartentor ja mit wem spreche ich ich bin Margaret Goodney aus dem Withington Hospital was ist passiert wir haben eine Mrs. Naomi Shapiro in der Notaufnahme ich muss gestehen ich spürte nur Erleichterung nicht Ben nicht Stella auf dem Aufnahmebogen sind sie als nächste Angehörige angegeben Pheromone ich saß an meinem Schreibtisch schaute hinaus in den Regen und versuchte die November Ausgabe von Klebstoffe in der modernen Welt fertig zu stellen als der Containerlaster kam Klebstoffe können ziemlich zäh sein ich war dankbar für jede Ablenkung ich sah zu wie der Lastwagen rückwärts heranfuhr dann baumelte der Container in der Luft mit den zerzausten Papieren den Müllsäcken voller Kleider und den Kartons die die nassgeregneten Reste von Rips ach so wichtiger Arbeit enthielten bevor er mit einem befriedigenden dumpfen Schlag auf die Pritsche knallte als der Mann fertig war ging ich hinaus und bezahlte ihn und ich muss gestehen ich hatte ein schlechtes Gewissen als er an dem Tag mit dem Streit abends aus dem Büro kam hatte ich mich längst beruhigt doch er war immer noch sauer er fing an seine Sachen ins Auto zu laden ich was machst du da er ich gehe ich ziehe bei Pete ein ich geh nicht Rip es tut mir leid es ist doch nur ein Zahnbürstenhalter ich bringe ihn selbst an mit dem Akutbohrer er es geht doch wohl nicht nur darum oder ich was meinst du damit gibt es er nein es gibt keine andere Frau nur ich nur ich er ich muss los ich wenn du das willst grüß Pete von mir Pete war Australier Rips Squash Partner und Kollege bei seinem Zukunftsentwicklungsprojekt wir nannten ihn Pete das Muskelpaket trotzdem mochte ich ihn irgendwie er und seine Frau Ottolein ein zartes Porzellanpüppchen mit Kirschmund wohnten in Eilington und sie hatten ein Dachgeschossapartment das sie manchmal vermieteten die Heulphase dauerte ein paar Wochen dann kam die Wut ich komme wieder und hole den Rest meiner Sachen ab hatte er gesagt als er ging aber er kam nicht und ich wollte nicht dass er mit seinem alten Zeug mein neues unabhängiges Leben verstopfte ich werde es überstehen redete ich mir ein und nur um mich zu überzeugen dass ich es ernst meinte hatte ich den Container bestellt vielleicht hätte ich alles zu Oxfam bringen sollen aber ich hatte kein Auto und außerdem wäre ich zu Oxfam gegangen wäre diese Geschichte vielleicht nie geschrieben worden weil es der Container war der mich und Mrs. Shapiro zusammenführte etwa eine Stunde nachdem der Container weg war klingelte es an der Tür jetzt schon ich stand wie angewurzelt da gelähmt von der Ungeheuerlichkeit dessen was ich getan hatte auf Zehenspitzen ging ich in den Flur und legte mich auf den Boden wo ich durch kein Fenster zu sehen war es klingelte wieder und wieder und wieder dann klapperte der Briefkastenschlitz dann war es still irgendwann ging mir ein Lied durch den Kopf did you think I'd lay down and die oh no not I I will survive du dachtest ich lege mich hin und sterbe oh nein nicht ich ich überlebe Gloria Gaynor I will survive grölte ich so fand mich Ben als er aus der Schule kam geht's dir nicht gut Mom fragte er besorgt doch natürlich Schätzchen ich rappelte mich auf und sah eine Broschüre auf der Fußmatte liegen Ben hob sie auf der Wachtturm was das denn das ist die Zeitschrift der Zeugen Jehovas es geht um das Ende der Welt wenn Jesus zurückkehrt und alle wahren Gläubigen in den Himmel geholt werden hm zu meiner Überraschung steckte er sie ein und stapfte damit die Treppe hinauf als Ben und ich uns zum Abendessen hinsetzen wollten klingelte es wieder Ben ging an die Tür hallo Dad hallo Ben ist deine Mutter da diesmal konnte ich mich nicht verstecken das Muskelpaket war bei ihm beide trugen Jogginganzüge sie mussten den ganzen Weg von Eilinken gelaufen sein ich roch ihren Schweiß die ganze Küche stank nach Pheromonen und sofort verspürte ich einen demütigenden Anflug von Lust er mit ausgestreckten Beinen auf den Stuhl geflätzt als würde ihm alles hier gehören hallo Georgie ich bin hier um meine Sachen zu retten ich Hilfe was habe ich getan da bist du zu spät heute morgen haben sie den Container abgeholt er mit aufgerissenen blinzelnden Augen ein Mund wie ein kleines O das mich an einen Karpfen erinnert du machst Witze sie haben meine Platten abgeholt ich hm er und meine alten Rugby Stiefel ich den ganzen Müll wie kann ein Mann der ohne mit der Wimper zu zucken seine hingebungsvolle Ehefrau sitzen lässt wegen eines Paars alter Turnschuhe feuchte Augen bekommen er warum bist du nur so kindisch Georgie hm kindisch ich ich griff nach einem Teller Nudeln dann sah ich Bens ängstlichen Blick ich stellte den Teller ab stürmte aus dem Zimmer und rannte die Treppe hinauf dann warf ich mich aufs Bett und blinzelte die Tränen weg ich überlebe ich bin stark ich tausche die Schlösser aus schau dir Gloria Genner an sie hat aus ihrem gebrochenen Herzen ein Lied gemacht und Millionen geschäffelt ich konnte nicht singen aber ich konnte schreiben tatsächlich war ich schon fast so weit ich hatte einen Arbeitstitel und einen tollen Künstlernamen meine bisherigen Romanversuche zwölfeinhalb vollgeschriebene Hefte hatte ich in einer Schublade verstaut zusammen mit einer Mappe voll hochnäsiger Ablehnungsschreiben sehr geehrte Mrs. Firestorm besten Dank für die Zusendung ihres Manuskripts das verspritzte Herz ihr Text bietet eine beeindruckende Menge an Adjektiven aber ich bedauere Ihnen sagen zu müssen dass es uns nicht ganz überzeugt hat Pünktchen 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 so etwas war schlecht für den Kampfgeist aber es nutzte nichts der Same des Optimismus keimte in meinem Herzen und in meinem Kopf begannen bereits die ersten Zeilen zu sprießen ein leeres Heft hatte ich noch übrig das verspritzte Herz Kapitel 1 Es war nach Mitternacht als Rick sich erschöpft auf seinem muskulösen dicklichen Rücken wälzte und sich mit kräftigen Fingern mit abgekauten Nägeln durch das dichte kommal lockige kommal naturblonde nein diskret gefärbte Haarfuhr Punkt Unten im Flur hörte ich Stimmen die Haustür fiel ins Schloss dann ging die Schlafzimmertür einen Spalt auf Alles in Ordnung Mom? Bad Eel Miss Bad Eel rief mich ein paar Tage später an wir verabredeten uns am Haus wie zuvor kam ich eine Stunde früher und machte sauber der Phantomscheißer war wieder am Werk gewesen ich putzte die Haufen weg und machte einen schnellen Rundgang mit Staubwedel und Schrubber ein paar Minuten später tauchte Violetta an der Haustür auf gefolgt von einer Person die nur Miss Bad Eel sein konnte die erste Enttäuschung war dass sie überhaupt nichts von einem Aal hatte tatsächlich war sie hemmungslos mollig sie streckte mir die Hand entgegen Hallo Mrs. Sinclair ich bin Cindy Bad Eel sie betonte ihren Namen auf der zweiten Silbe ihr honiggoldenes Haar fiel in üppigen Locken über ihre Ohren ihre Augen hatten die Farbe von Engelwurz ihre Haut war wie Pfirsich sie duftete nach Vanille trotz meiner Enttäuschung fand ich dass sie etwas ungemein Appetitliches an sich hatte wahrscheinlich hatte ich sie ziemlich unhöflich angestarrt Violetta brach das Schweigen mit einem Miau wir bückten uns beide gleichzeitig um sie zu streicheln und danach war alles ganz leicht sie ging gelassen durchs Haus und zuckte selbst im Badezimmer nur kurz zusammen eines überrascht mich sagte sie als wir wieder die Treppe hinunterstiegen sie scheint gar keine Unterstützung von der jüdischen Gemeinde zu bekommen den gleichen Gedanken hatte ich auch schon gehabt doch inzwischen wusste ich dass Mrs. Shapiro wie ich ein Mensch war dessen Bindungen sich gelöst hatten naja es ist wohl ihre eigene Entscheidung sie schrieb etwas in ein kleines Notizbuch was würde mit dem Haus passieren wenn sie ins Heim müsste ach ich glaube nicht dass es so weit kommt wenn doch würde die Gemeinde ihr das Haus wegnehmen oh nein so etwas tun wir nicht wenn jemand ins Heim kommt wird erstmal eine Schätzung seiner Finanzen vorgenommen falls er über ein Vermögen von mehr als 21.000 Pfund verfügt muss er die Kosten des Pflegeheims selbst tragen darunter übernimmt es die Kommune ein Pflegeheim kann ziemlich was kosten 400-500 Pfund die Woche und wir versuchen immer erst den Leuten zu helfen ihre Unabhängigkeit zu Hause zu bewahren würde das Haus auch zum Vermögen zählen wenn hier sonst niemand lebt und die betreffende Person in einem Heim ist könnte es verkauft werden um die Kosten zu decken aber was wenn die Person nicht verkaufen will machen sie sich keine Sorgen ich werde ein bedürfnisorientiertes Versorgungspaket empfehlen dass sie dabei unterstützen wird weiter allein zu Hause zu leben Miss Bediel war so appetitlich dass ich am liebsten in sie hineingebissen hätte doch stattdessen umarmte ich sie Mrs. Shapiro dagegen war enttäuscht von Miss Bediel nicht jüdisch zu fett ich war sofort zum Krankenhaus geeilt um ihr die guten Neuigkeiten zu überbringen sie sagte sie können ein Versorgungspaket für sie organisieren vielleicht eine Haushaltshilfe jemand der ihnen beim Saubermachen hilft sowas will ich nicht da sind alles Diebe sie sah mich mit einem kleinen Lächeln an ich habe Neuigkeiten für sie ich hatte einen Besucher sie zog eine orange-grüne Karte hervor Wolf and Diabello darunter stand Mr. Nick Wolf ein Germanter Mann hat mir ein Angebot für mein Haus gemacht ich schnappte nach Luft sie drehte die Karte um auf der Rückseite stand mit blauem Kugelschreiber zwei Millionen Pfund das ist eine Menge Geld was haben sie gesagt dass ich drüber nachdenken werde sie lächelte verschmitzt wofür brauche ich zwei Millionen Pfund ich bin zu alt ich habe alles was ich brauche die Krankenschwester war zufrieden mit dem Versorgungspaket und wir machten einen Termin für Mrs. Shapiros Entlassung aus ich versprach dass ich da sein würde um sie in Empfang zu nehmen zuvor jedoch musste ich den orientalischen Handwerker anheuern damit er das Schloss an der Hintertür auswechselte das Versorgungspaket es war recht spät sie ist eine Bürostute diese Behörden Sozialarbeiter haben keine Ahnung sie kommen damit nicht durch wissen sie wenn es sein muss gehe ich zur Polizei entschuldigen sie aber ich habe keine Ahnung wovon sie sprechen wir kennen diesen Trick jemand freundet sich mit einer schwachen alten Dame an und schwupps hat sie ihr Testament geändert mein Adrenalinspiegel schoss in die Höhe niemand hat hier irgendein Testament geändert aber dahinter sind sie her nicht wahr hinter dem Haus immer freundlich immer zur Stelle die Katzen füttern das nennt man Nachbarschaftshilfe niemand tut irgendwas ohne dass er sich was dafür erhofft sie sind nicht mit ihr verwandt sie kennen sie kaum wenn sie mich beschuldigen ich beschuldige niemanden Mrs. Sinclair aber wenn er rauskommt dass sie in irgendeiner Weise Druck auf die alte Frau ausüben dann ist das eine Sache für die Polizei es dauerte einen Moment bis diese Dreistigkeit bei mir ankam ich bin diejenige die sie anzeigen sollte sie und Damien und sie haben den Nerv mitten in der Nacht mit solchen Anschuldigungen bei mir anzurufen ich beschuldige niemanden Mrs. Sinclair ich gebe ihnen nur einen Rat und informiere sie über Konsequenzen die ein gewisses Verhalten ihrerseits nach sich ziehen würde sie legte auf doch trotz Mrs. Goodneys verschleierter Drohung kehrte Mrs. Shapiro noch vor Ende der Woche nach Hause zurück sie wirkte froh wieder zu Hause zu sein an den Füßen trug sie immer noch die König der Löwenhausschuhe sie sind mir eine sehr gute Freundin Gorgine ohne sie hätten die mich ganz gewiss ins Altenheim gesteckt haben sie denn keine Familie Mrs. Shapiro Schwestern Brüder irgendjemand der sich um sie kümmern kann warum sollte sich jemand um mich kümmern auch wenn es ihnen jetzt bestens geht sie werden nicht jünger und außerdem kommt heute Nachmittag die Dame vom Sozialamt wissen sie noch ihr Versorgungspaket Versorgungspaket Mrs. Shapiros Versorgungspaket war eine mürrische Frau namens Elvina aus Estland die tatsächlich etwas Ordnung ins Chaos brachte Mrs. Shapiro nannte sie eine Nazi-Kollaborateurin und warf sie wenige Tage später raus mit der Begründung sie habe eine silberne Kaffeekanne und ein paar Katzenkekse geklaut Der Handwerker Mr. Ali kam mit dem Fahrrad Ich bin da um Schloss reparieren verkündete er als er es an die Veranda lehnte er stutzte Juden wohnen hier in seiner Stimme lag Schärfe Ja, woher wissen sie das? Mesusa er zeigte auf eine kleine Blechröhre die an den Türrahmen genagelt war sie war mir nicht aufgefallen ist komisch für mich murmelte er macht nichts hier in London ist kein Problem Sind Sie jüdisch? Ich schüttelte den Kopf Ich bin aus Yorkshire Er sah mich seltsam an wahrscheinlich verstand er den Scherz nicht Wo haben Sie Problemschloss? Es hatte etwas niedlich Hamsterartiges dachte ich Ich führte ihn zur Hintertür in die Küche Er strich sich über dem Bad abgeschlossen Kriegen wir nur mit Gewalt auf Er drehte den Knauf Haben Sie nach Zweitschlüssel gesucht? Wo sollte ich denn da suchen? Das ist nicht mein Haus Er sah mich an als wäre ich vollkommen hirnlos Dann fing er an Schranktüren und Schubladen zu öffnen In einer Kaffeekanne fand er ein Schlüsselbund Probieren Sie Er reichte ihn mir Einer davon passte Ihr Problem ist gelöst Ja Vielen Dank Mr. Ali Aber es wäre trotzdem schön wenn Sie das Schloss austauschen könnten Ich glaube der andere Schlüssel ist gestohlen worden Er rieb sich über das Kinn Ich verstehe In diesem Fall ich muss neues Schloss kaufen Kaum war er weg ergriff ich die Gelegenheit und setzte meine Untersuchung des Hauses fort Irgendwo musste es ein Packen Dokumente oder Briefe geben die die Identität der geheimnisvollen Frau lüften würden Ich ging in Mrs. Shapiros Schlafzimmer und setzte mich auf die Bettkante Mein Blick fiel auf die Frisierkommode und auf eine Geheimschublade direkt unter dem Spiegel Ich hatte sie vorher nicht bemerkt weil das ihr Zweck war nicht bemerkt zu werden Ich zog sie auf Es lag ein Wust verknoteter Schmuckstücke darin Darunter jedoch entdeckte ich ein Foto Ich nahm es heraus Doch es war nur eine Landschaft felsig und kahl Im Tal war eine Siedlung Es sah aus wie Griechenland Ich drehte das Foto um Auf der Rückseite stand Kepha Daniel und Ich schicke dir meine Liebe übers Meer und bete dass du eines Tages kommst Naomi Dann Dann hörte ich draußen eine Fahrrad klingel und einen Augenblick später tauchte Mr. Ali wieder auf Er brauchte weniger als zehn Minuten um das neue Schloss einzusetzen und wollte zehn Pfund plus die Kosten für das Schloss aber ich überredete ihnen zwanzig zu nehmen Immer besser sagte er als er sein Werkzeug einpackte zuerst gewaltfreie Lösung probieren Die Klebstoffe Party An der Tür begrüßte mich Penny mit einer Umarmung Sie war kurvig Mitte 40 und trug einen kurzen Paillettenrock Ich folgte ihr in ein Zimmer wo derart laute Musik wummerte dass ich mir die Ohren zuhalten musste Der Raum war voll von tanzenden Leuten Penny gab mir einen Schubs Georgie Hier ist jemand den du kennenlernen musst Ich starrte ihn an Es war unglaublich Die Hornbrille Die tiefblauen Augen Das dunkle Haar Die intellektuelle Stirn Ihm fehlte nur der weiße Kittel Und vielleicht ein paar Zentimeter Gut Er war klein Aber Spielte das eine Rolle Hallo Ich bin Nathan Georgie Schön dass wir uns endlich kennenlernen Die Rose von Chetty Yuji Wie bitte? Georgia Ja, du weißt schon Der Chatter Yuji River Oh, Geografie ist nicht meine Stärke Tolles Kleid Danke Am Ärmel war ein kleiner Kotzefleck Aber wahrscheinlich hatte er ihn nicht bemerkt Ich habe mich darauf gefreut dich kennenzulernen Georgia Diese dunkle vertrauliche Stimme Sollte ich ihm meine Gedanken zur Polymerisation anvertrauen? Ich mich auch Ich habe darüber nachgedacht was du gesagt hast Ich meine die ganzen Jahre am Telefon über Klebstoffe Für mich bist du so etwas wie Professor Uhu So ähnlich Dann stellte sich ein älterer bärtiger Mann neben mich Willst du mich nicht vorstellen Nathan? Georgia Das ist mein Vater Tati Das ist Georgia Georgia Aha Der Staat oder die Republik? Äh War das ein Erdkunde Quiz? Ich merkte sofort wie ich rosa anhief Die Glocken von Big Ben retteten mich Nathan griff sich eine Flasche und schenkte uns beiden ein Ich trank einen großen Schluck der mir direkt in den Kopf stieg Der alte Mann nahm meine linke Hand mit seiner rechten und streckte die andere nach Nathans Hand aus Dann begann er zu singen Shout out acquaintance before God Was dann geschah war ein bisschen wie Polymerisation Plötzlich griffen all die einzelnen Personen Moleküle mit gekreuzten Armen nach den Händen ihrer Nachbarn und bildeten eine lange kovalente Kette Dann begann Nathans Tati mich stürmisch zu küssen ein stacheliger würziger Kuss Ich kämpfte doch sein Griff war fest Nathan eilte zu meiner Rettung Frohes neues Jahr Georgia murmelte er Unsere Lippen trafen sich Alles begann sich zu drehen Doch der alte Mann klemmte sich dazwischen in der Hoffnung auf noch eine Runde und ich machte mich los und verschwand Als ich heimkam war das Haus ruhig dunkel und warm Ich sah nach ob Ben bereits zurück war Doch er lag nicht in seinem Bett Ein rotes Licht blinkte an seinem Computer Der Bildschirmschoner ein grelles geometrisches schwindelerregendes Muster aus weißen und roten Spiralen Als ich die Maus berührte erwachte die Seite die er sich zuletzt angesehen hatte zum Leben Es war die gleiche rote Schrift auf schwarzem Hintergrund wie beim letzten Mal Diesmal lautete das Wort jedoch Antichrist Was für ein Müll sah er sich da an Aus Neugier drückte ich auf den Zurückknopf und landete in einer Art Chatroom Zwei Namen Benbow und Spikey Spikey Hi Benbow Prost Neujahr Das ist das Jahr der Herrschaft des Antichrist Pass auf Benbow Wer glaubst du ist der Antichrist Putin oder Bush Spikey Putin ist der König des Nordens der sich bei der Schlacht von Armageddon mit dem König des Südens zusammenschließt Daniel 11 40 Benbow Wo ist Armageddon Spikey Norden von Israel Benbow Wer ist der König des Südens Spikey Gaddafi oder Saddam Hassain oder Osama Bin Laden Benbow Glaubst du OBL lebt noch Spikey Er hat Gicht Aber sonst geht's ihm gut Benbow Ich hab gelesen dass Prinz Charles der Antichrist Strichcode von Dutchie of Cornwell Spikey 666 ist die Zahl von Satan Check den Link Benbow war Ben nahm ich an Aber wer war Spikey Wer immer er war Von seiner Rechtschreibung hielt ich war Er Ermüdungsbrüche Am nächsten Tag schneite es pudrig Schnee als ich am Schaufenster von Wolf in Diabello vorbeikam Ich musste eine Packung Schokopops besorgen Ben mochte sie und ich lag im ständigen Wettbewerb mit dem was einen Eilingen bekam Als ich einen flüchtigen Blick ins Fenster warf sah ich Nick Wolf An einem Impuls folgend ging ich hinein. »Mr. Wolf, haben Sie einen Moment Zeit?« »Was kann ich für Sie tun, Georgette?« Ich erklärte ihm meine Sorge wegen des Haupttahns und des Schlüssels zur Hintertür, wobei ich mir Mühe gab, keinen Vorwurf durchhören zu lassen. »Sie haben schon mit Marc darüber gesprochen, nicht wahr?« Demonstrativ sah er auf die Uhr. Ich ignorierte den Wink. »Ich verstehe einfach nicht, was Sie und Mr. Diabello vorhaben.« Ich lächelte süß. »Er will das Haus für eine halbe Million verkaufen. Dann geht er rauf auf eine Million. Dann tauchen Sie im Krankenhaus auf und bieten zwei Millionen. Sie müssen zugeben, dass es, nun ja, ein bisschen irritierend ist.« »Hören Sie, Georgette, um ehrlich zu sein, ich weiß nicht, was das mit Ihnen zu tun hat. Soweit ich weiß, sind Sie nicht einmal mit ihr verwandt?« Er sah wieder auf die Uhr. »Ich habe Mrs. Shapiro ein sehr faires Angebot gemacht. Mehr als fair. Ich weiß nicht, was Marc Ihnen gesagt hat, aber lassen Sie uns eins klarstellen. Nur weil es auf den Markt kommt, heißt das noch lange nicht, dass es den Marktpreis erzielt oder dass derjenige, der es zunächst kauft, auch der ist, der es behält, wenn Sie verstehen, was ich meine.« »Sie meinen, Marc Diabello kauft es für eine halbe Million und verkauft es für zwei Millionen weiter, während die Differenz in seine Tasche wandert?« »Das habe ich nicht gesagt, Georgette«, er stand auf. »Wollen Sie mich jetzt entschuldigen?« Als ich wieder auf dem Bürgersteig stand, war mir schwindelig. Ich sah zu Hendricks und Wilson. Das hatte ich zu verlieren. Drinnen saß ein dünner Junge mit Gelfrisur an einem Computer. Als ich hereinkam, sah er auf und lächelte. »Ich suche Damien«, sagte ich. »Das bin ich. Kann ich Ihnen helfen?« Ich versuchte es mit meinem gewohnten Sprüchlein von der Tante, die ihr Haus am Totally Place verkaufen wollte. Dabei beobachtete ich aufmerksam sein Gesicht, doch ich sah keinerlei Reaktion. Was immer Mrs. Goodney plante, anscheinend hatte sie noch keine Schritte eingeleitet. »Könnten Sie mir eine grobe Einschätzung geben?«, fragte ich. »Gern. Auf dem Heimweg fahre ich vorbei und sehe es mir an.« »Danke. Ich rufe Sie morgen an.« »Danke, Damien.« »Woher wussten Sie?« Ich ging schnell zur Tür. Als ich am nächsten Morgen mit Damien telefonierte, war ich noch fester davon überzeugt, dass er in keine schmutzigen Tricks verwickelt war. Er wollte mir keine Zahl nennen, aber er sagte, »Ein Grundstück wie dieses, mitten in Highbury, da steckt Baupotenzial drin. Wir reden hier von Millionen.« »Ich glaube nicht, dass meine Tante wollen würde, dass es bebaut wird, aber vielen Dank für Ihre Hilfe.« »Wenn Damien nicht in der Sache drinsteckte, bedeutete das, es mussten Wulf und Diabello sein.« Wut kochte in mir auf. »Einatmen, zwei, drei, vier. Ausatmen, zwei, drei, vier. Was für ein paar Mistkerle!« Ich rief in Ihrem Büro an und hinterließ eine Nachricht bei Susie Brentwood. »Bitte richten Sie aus, dass mich einer von Ihnen zurückrufen möge. Sagen Sie Ihnen, Sie sind ein paar miese, verschlagene Gauner.« Es war Marc Diabello, der innerhalb von zehn Minuten zurückrief. »Ich habe Ihre Nachricht erhalten, Georgina. Was haben wir getan, dass Sie so wütend sind?« »Sie haben nichts getan. Ich habe etwas getan. Ich habe mir eine zweite Meinung eingeholt.« »Das sollten Sie auch, Georgina. Und?« »Und er sagte, das Grundstück ist bebaubar. Er sagte, es könnte mehrere Millionen wert sein.« »Wer sagt das?« »Jemand von Hendrix.« »Sie sind eine sehr emotionale Frau, Georgina. Das gefällt mir. Aber Sie haben vergessen, was ich gesagt habe.« »Was haben Sie gesagt?« »Ich sagte, dass ich mit jeder überzeugenden Schätzung mitziehen würde.« »Hatte er das gesagt?« »Ich denke, Sie schulden mir eine Entschuldigung, Georgina.« »Ich lege da auf.« »Bei Klebeverbindungen kann es zu Ermüdungsbrüchen kommen, wenn die Materialien verschiedene Koeffizienten thermaler Ausdehnung aufweisen.« Seit mindestens einer halben Stunde starte ich den Satz auf dem Bildschirm an, während ich grübelte, was zwischen Rip und mir schiefgelaufen war. Bei ihm dauerte es lange, bis er wütend wurde. Aber wenn er wütend war, blieb er es viel länger. Ich brauste schnell auf, aber ich beruhigte mich auch schnell wieder. Meine Gedanken wanderten zurück zu der Unterhaltung, die ich mit Marc Diabello geführt hatte. Ja, vielleicht war ich auch dazu aufbrausend gewesen. Was hat er wirklich genau gesagt? Ich wusste es nicht mehr. Die ganzen Klebstoffe hatten mir das Gehirn zersetzt. Es war Zeit für die Mittagspause. Ich war gerade dabei, Rührei zu machen, als es klingelte. Marc Diabello stand mit einer Flasche Shampoos vor der Tür. »Sind Sie hier, um mir einen ausführlicheren Einblick in Ihren Service zu geben?« »Hätten Sie das dann gern?« Wir landeten oben im Schlafzimmer. Das Ganze lief erstaunlich schnell ab, mit der gut geölten Präzision eines Oberklasse-Jaguas. Er verabreichte mir genau die richtige Menge Champagner, küßte mich genau auf die richtige Art und seine Hände fanden unfehlbar die richtigen Stellen. Mein Körper schnurrte. Es war fantastisch. Er ging, bevor Ben aus der Schule kam. Ich dachte, ich würde mich vielleicht schmutzig fühlen oder benutzt oder mich vor mir selbst ekeln. Aber ich vermute, tief im Inneren wusste ich, dass mit einem anderen Mann zu schlafen Teil eines Reparaturprozesses war, den ich durchlief. Sobald ich hörte, wie sein Jaguar wegfuhr, ließ ich den tränenfreien Lauf. Ich wusste nicht einmal, warum ich weinte oder was diesen Sturm in mir ausgelöst hatte. Vielleicht hatte der Sex die Starre in mir gelöst, mit der ich die Tränen zurückgehalten hatte. Abends, als Ben im Bett war, schenkte ich mir ein Glas Wein ein und griff nach meinem Schreibheft. Das verspritzte Herz Kapitel 5 Von ihrem treulosen Ehemann zurückgewiesen, guck mal, fand Gina endlich Liebe und Erfüllung. Trost In den Armen eines umherziehenden Mandolinenspielers mit Obsidian-Saphirgrünen Augen wie Lapislazuli Als ich eine Stunde später das Heft zuschlug, stellte ich fest, dass die Weinflasche leer war und ich noch eine geöffnet hatte. Das war nicht gut. Experimente mit Velcro Mark kam am nächsten Mittwoch wieder, mit einem Blumenstrauß und einer kleinen Schachtel. Von der Haustür zum Schlafzimmer brauchten wir etwa fünf Minuten. Willst du dein Geschenk nicht aufmachen? Ich griff nach der Schachtel, die vom Bett gerutscht war, und zog die Schleife auf. Etwas Rotes glitt heraus. Ein winziges Höschen aus glänzender roter Seide mit schwarzer Spitze. Ich wandte mich hinein und spürte, wie es um meine Schenkel flatterte wie Mottenflügel. Etwas war merkwürdig daran. Der Zwickel. In der Mitte war ein Loch. Wozu? Sie sollte es schon bald herausfinden. Nicht ich, nicht Georgie Sinclair, nein. Eine andere Frau. Eine hemmungslose Frau in einem Seidenhöschen mit einem Loch im Zwickel. Schau. Da ist noch was, sagte er. Die sexy Frau griff hemmungslos in die Schachtel und zog, was zum Teufel war das? Zwei Ringe aus gepolstertem, mit schwarzer Spitze besetztem rotem Satin. Strapse? Nein. Sie hatten Velcro-Klettverschlüsse. Er beugte sich über sie und fesselte sie mit den Handgelenken an die Bettpfosten, legte sich mit seinem ganzen Gewicht auf sie, presste alle Luft aus ihr heraus, bis sie aufschrie. Sie kam fast sofort, noch bevor er in sie eingedrungen war. Kurz nach vier drehte sich der Schlüssel im Schloss und ich verwandelte mich wieder in eine Mutter. Hallo, Mom. Ben ließ die Tasche fallen. Er sah angespannt und blass aus. Alles in Ordnung? Ja, alles cool. Möchtest du ein Sandwich? Schokopumps? Nee, nur ein Glas Wasser. Er trank mit beiden Ellbogen auf dem Tisch. In letzter Zeit fühle ich mich so komisch. Wie meinst du das? Ich habe irgendwie so komische Gefühle, so Ahnungen. Was für Ahnungen, Ben. Als wären wir an der Schwelle von etwas. Ich hatte keine Ahnung, wovon er redete. Ich wartete. Irgendwie, als hätte die Endzeit angefangen, Mom. Ich habe das gegoogelt und da habe ich bemerkt, dass es nicht nur mir so geht. Da sind diese Vorhersagen in der Bibel über das Ende der Zeit. Kriege, Erdbeben, Überschwemmungen, Plagen und alles erfüllt sich jetzt. Aber du glaubst doch nicht an dieses Zeug, oder, Ben? Nein. Doch. Ich denke, wenn so viele Leute es glauben, könnte doch was dran sein, oder? Aber diese Dinge hat es schon immer gegeben. Ja, ich weiß. Aber jetzt geht alles viel schneller. Jedes Jahr passiert irgendwas. Es erfüllt sich irgendwie alles. Also in der Bibel. Da wird vorausgesagt, dass die Juden nach Israel zurückkehren. Und das haben sie gemacht. 1948. Nach dem Holocaust. Das war der Anfang von den ganzen Kriegen im Nahen Osten. Und es sind nicht nur die Juden und die Christen. Auch viele Moslems glauben, dass der große Prophet kommt, der, den sie den letzten Imam nennen. Mit den gesteigerten Hebungen schien er meinen Einspruch herausfordern zu wollen. Wie konnte ich ihm erklären, dass etwas, nur weil Millionen von Menschen daran glaubten, noch lange nicht wahr sein musste? Warum hast du mir nicht erzählt, dass du solche Gedanken hast, Ben? Oder Rip? Ich dachte, ihr denkt die Spinne. Und ihr hättet auch gar nicht zugehört? Du und Dad, ihr hört doch nie zu. Ihr seid so überzeugt, dass ihr schon alles wisst. Er meint es nicht als Vorwurf, aber es brannte wie einer. Wir waren so mit unseren eigenen Problemen beschäftigt, dass wir den Hilferuf unseres Sohnes nicht gehört hatten. Es tut mir leid, Ben. Du hast recht. Wir hören nicht immer zu. Wollen wir jetzt darüber reden? Nein, schon gut, Mann. Er trank den Rest des Wassers. Jetzt geht's schon wieder. Ich glaub, ich mach mir ein paar Schokopups. Nachdem er hinaufgegangen war, saß ich mit einem Glas Wein in der Küche und fragte mich, wann wir die falsche Abzweigung genommen hatten. Wir hatten ihn dazu erzogen, Unterschiede zu respektieren, Vielfalt zu respektieren. Jeder Glaube war gleichberechtigt. Christentum, Islam, Hinduismus, Judentum, Evolution, Kreationismus, Sozialismus, Darwin, Hawking, Nostradamus, Elisabeth Tissier, sie alle waren da draußen. Wie sollte irgendjemand wissen, was die Wahrheit war und was nicht? Teil 3 Bindungen Die Feiertage Über Weihnachten fuhr ich zu meinen Eltern. Es war mein erstes Weihnachten ohne Ben und Stella und ich spürte eine wunde Lücke im Herzen. Als ich aus Kippex zurückkehrte, wartete Wonderboy mit einem toten Vogel vor meiner Haustür. Ich nahm an, dass es seine Vorstellung von einem Geschenk war. Deshalb ließ ich ihn in die Küche und gab ihm Milch. Er dankte es mir, indem er seine Duftmarke an die Spülmaschine klebte. Am Abend vor Silvester dann klingelte etwa fünf Minuten vor Mitternacht das Telefon. Hallo? Ich bin's, Ben. Ben, was ist los? Mom, bist du morgen da? Ich hab meinen Schlüssel vergessen. Natürlich, aber ich dachte, du bleibst bis nach Neujahr. Wollte ich auch. Wollte ich auch. Aber jetzt war ich morgen schon. In seiner Stimme lag ein Zittern. Er legte auf. Es war halb fünf, als Ben am nächsten Tag endlich zu Hause ankam. Hallo, Mom. Hallo, Ben. Er ließ die Taschen im Flur fallen und grinste steif, während ich ihn umarmte. Ich brannte darauf, zu hören, was an Holten passiert war. Warum bist du früher zurückgekommen? Ach, ich hatte einfach keine Lust mehr. Und Stella? Ja, sie war doch auch da. Ja, war nicht lange. Ich glaub, sie ist zu ihrem Freund. Ich hatte ihr ein Geschenk geschickt. Einen handgemachten Seidenschal. Ich hatte gehofft, sie würde anrufen. Doch sie hatte mir nur eine SMS geschickt. Danke, Mama. Toller Schal. Frohe Weihnachten. Obwohl ich ihm vor Weihnachten eine Nachricht hinterlassen hatte, rief Mark Diabello erst am Silvestermorgen zurück. Ich wollte die Sache mit dem abgedrehten Haupttahn aufklären. Mrs. Sinclair, was kann ich für Sie tun? Haben Sie über Weihnachten Ihre Tante besucht? Na gut, auch ich war nicht ganz ehrlich gewesen. Hören Sie, Mr. Diabello, ich möchte nur wissen, was hier läuft. Sie bieten Mrs. Shapiro eine halbe Million Pfund für das Haus. Dann erhöhen Sie einfach so auf eine Million. Und dann bietet Ihr Partner ihr zwei Millionen an. Bei einer einzigartigen Immobilie wie dieser, Mrs. Sinclair, ist es schwierig, zu einer akkuraten Einschätzung zu kommen. Letztlich ist der Marktwert die Summe, die der Höchstbietende zahlt. Deswegen hatte ich vorgeschlagen, dass wir es mal auf den Markt stellen, um zu sehen, was für Angebote wir bekommen. Das ist einigermaßen plausibel. Tatsächlich klang es ziemlich logisch. Und dann schleicht er hin und dreht den Haupthahn ab. Nick hat es getan. Ich bin mir sicher, dass er es war. Er war morgen da und hat Mrs. Shapiro mit Sherry eingelullt. Pause. Ich denke, Sie dürfen keine vorschnellen Schlüsse ziehen, Mrs. Sinclair. Oder darf ich Sie Georgina nennen? Durfte er? Vor lauter Hormonenrauschen konnte ich mich gar nicht denken hören. Manchmal schießt er etwas über das Ziel hinaus. Wenn er sich in ein Grundstück verliebt, vergisst er, dass es jemand anderem gehört. Seine Stimme veränderte sich. Wissen Sie, vielleicht überrascht Sie das, Georgina, aber das Handeln mit Immobilien hat viel mit Liebe zu tun. Man spielt das Spiel, weil man eine Leidenschaft für Häuser besitzt. Wir möchten Träume wahr werden lassen, Mrs. Sinclair. Leider verbringt man die meiste Zeit damit, Sozialwohnungen an Leute zu verschleudern, die von etwas Besserem geträumt haben. Die Leidenschaft kühlt ab. Aber dann passiert es, dass etwas Besonderes daherkommt, an das man sein Herz verlieren kann und den Kopf wie Canon aus. Wie schon gesagt, ich war keine Frau, die automatisch an Sex dachte, wenn sie mit einem Mann sprach. Ich brachte meine aufjuchzenden Hormone zum Schweigen. Es ist nicht zu verkaufen, zischte ich und legte auf. Was machst du heute an Silvester, Mom? Ich weiß nicht, wozu hast du Lust? Ich dachte, ich könnte was mit ein paar Kumpels machen. Ja, natürlich. Ich besuche Mrs. Shapiro. Geh mit deinen Kumpels, alles gut. Er hatte Freunde, ein armer, zweigeteilter Junge. Er würde sich an Silvester betrinken und in den Gulli kotzen und nicht zu Hause bei seiner Mutter bleiben. Insgeheim hoffte ich allerdings, ich würde von Mrs. Shapiro verschont bleiben und den Abend allein zu Hause verbringen dürfen. Dann, gegen sechs, klingelte das Telefon. Ich seufzte. Ich war mir sicher, dass es Mrs. Shapiro war. Doch, es war Penny von Klebstoffe. Hallo, Georgie. Hast du schon Pläne für heute Abend? Ich mache eine Party. Ein paar Leute von der Arbeit kommen auch. Sie nannte mir die Adresse. Kurz überlegte ich, was ich anziehen sollte. Dann fiel mir das grüne Seidenkleid ein. Ich hatte es reinigen lassen wollen, aber ach, was soll's. Kein Job zu klein Am nächsten Tag beschloss ich, bei Wolf und Diabello vorbeizugehen. Das Büro war leer, als ich eintrat. Dann endlich kam Susie Brentwood aus einer Tür im hinteren Teil. Sie wirkte ertappt. Hallo, Mrs., was kann ich für Sie tun? Meine Tante würde gern vor Weihnachten ihr Haus verkaufen, sagte ich sehr laut. Wie durch Zauberhand ging die hintere Tür wieder auf und Mr. Diabello tauchte auf. Hallo, Mrs. Sinclair. Das zu verkaufen Schild, haben Sie es aufgestellt? Er lächelte. Dieses unwiderstehliche Grübchen lächeln. Nun, wir haben Munkeln hören, dass Hendricks auch einen Gutachter geschickt hat. Das muss Damien gewesen sein, dachte ich. Aber wie war er reingekommen? Das ist doch völlig in Ordnung, Mrs. Sinclair. Es ist ein freier Markt. Vergleichen Sie, aber ich hatte das Gefühl, Sie verdienen einen ausführlicheren Einblick in unseren Service. Seine Fragen dem Braun fragten. Mrs. Firestorm tauchte auf, um sich die Sache anzusehen, und sie war beeindruckt. Verdienen, Einblick, Service, langsam wiederholte sie die Worte, doch die Sache war noch nicht geklärt. Sie meinen, Sie stecken ohne Erlaubnis des Eigentümers ein Zuverkaufen-Schild in irgendeinen Vorgarten? Die Branche ist knallhart. Hendricks und Wilson, Sie haben nicht den besten Ruf, unsaubere Methoden, Kundenklau. Auf wie viel hat er das Haus geschätzt, wenn ich fragen darf? Ich sah ihm in die Augen. Eine Million, vielleicht mehr. Er zuckte nicht mit der Wimper. Ich bin mir sicher, dass wir damit gleichziehen können, Mrs. Sinclair. Er lächelte, und ich hätte umgehend in seine Arme sinken können. Doch im letzten Moment fiel mir mein zweiter Streitpunkt ein. Sie haben den Schlüssel geklaut. Wie bitte? Den zur Hintertür in der Küche. Er steckte in der Tür. Mrs. Sinclair, ich war das nicht, das versichere ich Ihnen. Haben Sie die andere Möglichkeit bedacht? Welche andere Möglichkeit? Er presste die Lippen zusammen. Hendricks. Ich dachte zurück. Ich stand in der Küche und fütterte die Katzen. Mr. Diabello wanderte durchs Haus, steckte der Schlüssel im Schloss. Ich konnte mich nicht erinnern. Ich überprüfe das. Wenn ich mich geirrt habe, möchte ich mich entschuldigen. So oder so, dachte ich, ich musste nur das Schloss auswechseln. Wo bekam ich ein neues Schloss her? Ich erinnerte mich an die Werbung eines Baumarkts. B&Q, die nächste Filiale, war in Tottenham. Ich fand die Abteilung mit den Türschlössern und ich nahm aufs Gratewohl ein paar aus dem Regal, während ich mich zu erinnern versuchte, wie Mrs. Shapiros Tür aussah. Am Ende des Gangs sah sich ein Mann die Türangeln an, ein kleiner, pummeliger Orientale. Ich fing seinen Blick auf und lächelte ein Fräulein in Nöten lächeln. Er kam sofort. Brauchen Sie Hilfe? Ich suche nach einem Einsteckschloss mit einem großen Schlüssel. Leider habe ich den Schlüssel verloren. Wissen Sie, welcher Typ? Ich schüttelte den Kopf. Er ist für die Hintertür. Wie sieht aus? Können Sie beschreiben? Ich glaube, es sieht so aus wie das hier. Ah, oder das da. Ich zeigte willkürlich auf Schlösser. Er seufzte und reichte mir eine kleine, verknickte Visitenkarte. Handwerker. Mr. Al Ali. Telefon 07711 733106. Kein Job zu klein. Marine Klebstoffe. Erst am Montagmorgen fiel mir ein, dass ich Mrs. Shapiros Katzen nicht gefüttert hatte. Ich hörte ein bekanntes Jaulen im Garten und als ich aus dem Fenster sah, hockte Wonderboy unter dem Lorbeerstrauch inmitten einer Masse Federn. Ihn hier in meinem Garten zu sehen, machte mich wütend. Ich wollte nicht, dass er meine Vögel umbrachte. Ich machte mich auf den Weg zum Totally Place. Bei diesem Besuch fielen mir drei seltsame Umstände auf. Das erste war ein frischer Haufen. Fast genau an der Stelle, wo Mr. Diabello neulich in einen hineingetreten war. Dabei war ich mir sicher, dass ich bei meinem letzten Besuch alle Katzen aus dem Haus gescheucht hatte, bevor ich abschloss, wer war der Schuldige und wie war er reingekommen. Als ich mich aufrichtete, fiel mein Blick auf ein Bild an der Wand direkt über der Stelle, wo der Haufen gewesen war. Es war das verblasste Foto eines steinernen Torbogens mit einem Kreuz darüber. Der gleiche Torbogen wie auf dem Foto mit der dunkeläugigen Frau Lüder. Das dritte, was mir auffiel, war, dass der Schlüssel zur Hintertür in der Küche fehlte. Jemand hatte ihn gestohlen. Schlagartig wurde mir klar, dass es nur Mr. Diabello gewesen sein konnte. Hastig fütterte ich die Katzen und stürmte wütend nach Hause. Doch als ich zum Telefon griff, um meine Wut an Wolf und Diabello auszulassen, klingelte es in meiner Hand. Es war Penny, die Sekretärin von Klebstoffe, die wissen wollte, ob ich die Pressemitteilung zu den Marienklebstoffen bekommen hätte. Irgendeine Firma war dabei, eine synthetische Version des Klebstoffs zu entwickeln, den Schalenweichtiere wie Miesmuscheln und Austern verwenden, um sich an Felsen festzuhalten. Tatsächlich hatte ich sie schon vor zwei Tagen gekriegt, aber ich hatte noch nicht richtig hineingesehen. Ich mummelte eine halbherzige Entschuldigung. Was ist los, Georgie? Irgendwas stimmt nicht, Schätzchen, das merke ich. Ist es wieder dein Ehemann? Nein, es ist ein anderer hinterhältiger Mann. Ich erzählte ihr von dem verschwundenen Schlüssel und dem zwielichtigen Immobilienmakler. Hm, bloß nichts überstürzen, Schätzchen. Vielleicht liegst du falsch mit dem Schlüssel und dann verboxt du deine Chance bei diesem sexy Typen. Woher wusste sie, dass er sexy war? War ich so durchschaubar? Du solltest dir eine zweite Meinung holen, Schätzchen. Zwei zweite Meinungen. Eine zum Wert des Hauses und die andere zu dem, was diese Sozialtussi sagt. Mrs. Goodney arbeitete für das Krankenhaus, nicht bei der Kommune, das wusste ich. Und so rief ich am nächsten Tag wieder beim städtischen Sozialamt an. Ich erklärte der gut gelaunten Stimme bei den Senioren, dass meine Nachbarin im Krankenhaus war und eine Überprüfung der Wohnsituation brauchte, bevor sie nach Hause durfte. Hm, einen Augenblick bitte. Eileen, wie heißt noch mal die, wo die Hausbesucher macht? Eilins Stimme, gedämpft im Hintergrund, sagte etwas, das klang wie »Bad Eel«, die macht gerade Kaffeepause. »Da müssen Sie mit Mrs. Bad Eel sprechen. Leider ist sie gerade in einem Meeting. Sie ruft sie zurück. Bad Eel. Böser Aal«, ich stellte mir eine glitschige Person vor, mit rotem Lippenstift und einer Pistole im rüschen Strumpfband. Ich nahm die Pressemitteilung zu den marinen Klebstoffen zur Hand, stellte aber schnell fest, dass mich die kommerzielle Anwendung von Muscheln nicht besonders interessierte und als die andere, schwer erreichbare maritime Kreatur bis Mittag immer noch nicht zurückgerufen hatte, machte ich mich auf den Weg zum Krankenhaus. Als ich ankam, saß Mrs. Shapiro im Aufenthaltsraum, in einem Krankenhausmorgenmantel und mit Wollsocken an den Füßen. Mein schlechtes Gewissen regte sich. Wahrscheinlich war es als nächster Angehörige meine Aufgabe, ihr passende Krankenhauskleidung mitzubringen. Sie schien in eine zusammenhanglose Diskussion mit der alten Dame vertieft, die neben ihr saß. »Aber die war auf der Station, als sie nicht gesollt hätte«, sagte die alte Dame nachdrücklich »und die neue Schwester hat gesagt, es wäre sie nix angegangen.« »Wenn sie nicht mehr dagewesen sind, dann hat sie wohl jemand genommen.« »Nein, weil sie ja nicht da sein hätte sollen«, sie entdeckte mich an der Tür. »Fragen Sie sie?« Mrs. Shapiro drehte sich um und streckte mir die Hände entgegen. »Gorgine, Sie müssen mich hier rausholen. Hier sind nur Verrückte.« »Gewäsch«, sagte die alte Dame und watschelte davon. »Was ist denn hier los?« »Die ist Mischuge«, erklärte Mrs. Shapiro. »Wie geht es Ihnen?« »Die haben gesagt, ich muss ins Altersheim. Ich habe ihnen gesagt, ich gehe nirgendwo hin.« Entschlossen verschränkte sie die Arme vor der Brust. Eine neue Schwester hatte Dienst, ein junges Mädchen, kaum älter als Ben. »Was ist bei der Einschätzung der Wohnsituation herausgekommen?«, fragte ich sie. »Die Empfehlung ist Pflegeheim. Wir können Sie nicht in eine ungeeignete Wohnsituation entlassen.« »Was sind denn die Alternativen?« »Hören Sie, ich glaube, es ist besser, wenn Sie mit Mrs. Goodney sprechen.« Ich ging zu Mrs. Shapiro zurück. »Keine Angst«, sagte ich, »ich sorge dafür, dass es noch einmal geprüft wird.« »Danke, Darling«, sie drückte meine Hände. »Vielen Dank.« »Und meine lieben Katzen?« »Den Katzen geht es gut. Nur Wonderboy scheint eine Menge Vögel umzubringen.« »Oh, der arme Darling ist völlig durcheinander. Sie müssen ihn herbringen. Versprechen Sie es mir, Gorgine?« Ich murmelte etwas Ausweichendes, doch glücklicherweise kam im gleichen Moment die Teedame mit ihrem Wagen. »Gibt es keinen Kräutertee?«, fragte Mrs. Shapiro mürrisch. »Na schön, dann nehme ich eben diese Pferdepisse.« Sie lehnte sich zurück. »So, Gorgine, Ihr davongelaufener Ehemann, Sie haben die Geschichte nicht fertig erzählt.« »Doch, aber Sie sind dabei eingeschlafen.« Sie sah mich an und lachte kurz. »Sie haben von Ihren Eltern erzählt. Das ist ein bisschen langweilig, nicht wahr? Aber was ist mit Ihrem Mann? Waren Sie glücklich?« Zuerst, aber dann... Er hat sich immer mehr in seiner Arbeit vergraben und ich habe die Kinder bekommen. Ein Mädchen und einen Jungen. Damals hatte ich meine Stelle als Journalistin aufgegeben. Rip fand die Arbeit als Rechtsanwalt langweilig und bewarb sich um einen Job bei einer nationalen Stiftung. Er war engagiert und immer unterwegs und einer von uns musste zu Hause bleiben. Ich versuchte mich im Schreiben von Romanzen, Mamas Lieblingslektüre. Doch kein Verlag wollte meinen Roman veröffentlichen. »Das verspritzte Herz. Ein schöner Titel, Gorgine.« »Danke.« Rip fand es zu melodramatisch. »Ah, er ist ein Mann. Ist es veröffentlicht worden?« »Nein, noch nicht. Ich überarbeite es gerade, aber es ist schwer, Zeit dafür zu finden.« »Ich habe noch einen anderen Job. Ich schreibe für ein Online-Magazin.« »Line-Magazin? Was ist das?« »Eigentlich ist es eine Gruppe von Zeitschriften. Klebstoffe in der modernen Welt, Baukeramik in der modernen Welt, solche Dinge.« »Ich arbeite für Klebstoffe, seit neun Jahren.« »Oh, das klingt hochinteressant.« »Ach ja, es ist nicht gerade welterschütternd. Aber es zahlte die Miete, und es bedeutete, dass ich zu Hause bei den Kindern sein konnte. Und seltsamerweise freundete ich mich damit an. Das ist meine Geschichte. Nicht sehr aufregend.« »Na, wir müssen zusehen, dass wir Ihnen ein Happy End basteln.« Sie hob die Teetasse. »Auf Happy Endin!« Auf dem Heimweg ging ich bei Canon House vorbei, um die Katzen zu füttern und ein bisschen aufzuräumen für den Fall, dass Bad Eel sich zu einem Besuch herabließ. Als ich am Totally Place um die Ecke bog, fiel mir sofort auf, dass etwas anders war. Da stand etwas. Halb verborgen im Gebüsch. Ein grün-oranges Zu-verkaufen-Schild von Wolf and Diabello. Ich riss es heraus und stürmte nach Hause. Als ich aufmachte, klingelte das Telefon. Es war Rip. »Hallo, Georgie. Ich wollte kurz mit dir über Weihnachten reden. Hast du Pläne?« »Lichts Bestimmtes. Warum?« »Grauen überfiel mich. Würde ich Weihnachten allein überleben?« »Ich habe daran gedacht, mit Ben und Stella nach Holdham zu meinen Eltern zu fahren.« »Kein Problem.« »Tatsächlich hätte ich mich am liebsten ertränkt.« »Tu das.« »Und was machst du?« »Ich habe noch nicht darüber nachgedacht.« Nachdem er aufgelegt hatte, warf ich mich aufs Bett und heulte los. Ich weinte um meine kaputte Ehe und um meine kaputte Familie. Und ich dachte an Muscheln. Ganz gleich, woraus der außergewöhnliche Klebstoff gemacht war, der es ihnen ermöglichte, sich festzuhalten, während um sie herum die Stürme tobten. Genau das war es, was ich jetzt brauchte. Polymerisation Am nächsten Morgen hatte ich Kopfschmerzen, machte mir Sorgen um Ben und schlug mich mit Polymerketten herum. Polymerisation ist der Schlüssel der Klebstoffchemie. Wenn sich ein einzelnes Molekül rechts und links an zwei ähnliche Moleküle klammert, um eine Kette zu bilden, nicht gerade das, worauf man frühmorgens Lust hat. Dann klingelte das Telefon. Es war Mrs. Goodney, die mich überreden wollte, ihr den Schlüssel zu überlassen, damit sie die Wohnsituation von Mrs. Shapiro prüfen konnte. Ich bestand darauf, dass wir uns Kennenhaus zusammen ansahen. Wir verabredeten uns für Mittag. Ich ging schon eine Stunde früher hin, um das Haus auf dem Besuch vorzubereiten. Ich hatte dazu einen Eimer mit Putzmitteln, Raumspray und Gummihandschuhen beladen. Statt des Fledermaus-Outfits trug ich ein graues Jackett, in dem ich, wie ich hoffte, einen seriösen Eindruck machte. Wieder lag ein Klumpen Vogelfedern auf dem Gartenweg, eine Taube diesmal. Ich kickte sie zur Seite, fütterte die Katzen vor der Küchentür und achtete darauf, dass ich keine ins Haus schlich. Dann ging ich in der Küche an die Arbeit. Ich putzte den schimmelnden Dreck aus der Spüle, füllte mehrere Müllsäcke mit dem schweren den Inhalt des widerlichen Kühlschranks. Die Vorstellung, dass ich etwas gegessen hatte, was aus diesem Kühlschrank kam, auf diesem Tisch angerichtet und in diesen Töpfen erwärmt worden war, ich hatte Glück, dass ich noch lebte. Ich kippte Bleiche in die Spüle, wischte den Boden in der Küche und im Flur und entfernte den Katzenhaufen, der neben dem Telefontisch vor sich hingammelte. Ich ging nach oben in Mrs. Shapiros Zimmer, öffnete die Fenster, sprühte alles mit Raumspray ein, hob die Kleider vom Boden auf und schüttelte die Tagesdecke aus. Als ich mein Werk bewunderte, hörte ich plötzlich eine rostige Frauenstimme im Garten. Sie sprach laut, im Handy-Tonfall. Ich gehe gerade rein, um mich umzusehen. Pause. Hier wohnt nur eine alte Schachtel, die kommt ins Heim. Pause. Weiß ich nicht. Ich lasse ein gutes Gutachten machen. Pause. Henoix. Pause. Bah, fünf Mülle. Pause. Damien. Pause. Ich frage wegen dem Baum, muss los. Sie ging zum Gartentor zurück. Es war die Rothaarige, die neulich schon mal hier gewesen war. An der giftgrünen Jacke erkannte ich sie sofort. Am Tor blieb sie stehen, um auf mich zu warten. Ich wollte nicht, dass sie mich aus dem Haus kommen sah, also ging ich durch die Küchentier hinaus und schloss hinter mir ab. Als ich um die Ecke bog, blätterte Mrs. Goodney in einer Akte. Hallo. Ich bin Georgie Sinclair. Sie musste Mitte 40 sein, etwa in meinem Alter. Ihre Knie waren nicht zu sehen, aber ich bezweifelte, dass sie Grübchen hatten. Dann reichte sie mir ihre Visitenkarte. Aha. Margaret Goodney. Ich leite die Abteilung für Soziales im Krankenhaus. Danke, dass Sie gekommen sind. Ich ging voran zum Haus. Glücklicherweise waren die Katzen verschwunden. Nur die hübsche, freundliche Violetta tauchte auf und rieb sich an unseren Beinen. Hallo, Mieze Kätzchen, schrillte Mrs. Goodney. Sie nahm einen Spiralblock aus der Schultertasche. Cannon House, Toodley Place, schrieb sie oben auf eine Seite. Das ist ja ein richtiger Urwald, was? Der Baum muss unbedingt gefällt werden. Er steht unter Naturschutz. Sie machte sich eine Notiz. Als ich Mrs. Shapiros Haus durch Mrs. Goodneys Sozialdienst Augen sah, wurde mir klar, wie fruchtlos meine Aufräumversuche gewesen waren. Sobald wir die Schwelle übertreten hatten, rümpfte sie die Nase. Das Raumspray war bereits verflogen. Unter ihren Absätzen klapperten die losen Fliesen in der Eingangshalle. Ihr Blick huschte herum. Zu jedem Zimmer, das wir betraten, machte sie sich Notizen. Beim Esszimmer schrieb sie, gut geschnitten, antiker Kamin. Bei der Küche schrieb sie, Totalrenovierung. Ein Haus dieser Größe ist eine Belastung, sagte sie nicht unfreundlich. In einem Pflegeheim wäre sie viel besser aufgehoben. Sie machte sich noch eine Notiz. Wir müssen tun, dass das Beste für Sie ist. Meinen Sie nicht, Mrs. Sinclair, Georgie? Hat sie da gar nichts mitzureden? Oh, doch, natürlich. Wir brauchen Ihre Zustimmung. Und dabei können Sie uns sehr helfen, Mrs. Sinclair. Wollte sie mir fünf Miller anbieten? Doch sie lächelte nur ihr zähnefletschendes Lächeln. Als wir ins Schlafzimmer kamen, hielt sie sich die Nase zu. Mussorski hatte sich irgendwie vor uns hereingeschlichen und seinen Posten auf dem Bett eingenommen. Diese Katzen, oh, die müssen natürlich weg. Es sind ihre Freunde, sie ist einsam. Ja, Gesellschaft, ein weiterer Vorteil, ein Pflegeheims. Sie machte sich eine Notiz. Auf dem Boden neben dem Bett lag Mrs. Shapiros fleckiges Hemdhöschen, das ich übersehen hatte. Sie hob es hoch, hielt es zwischen spitzen Fingern, dann ließ sie es fallen und wischte sich die Finger diskret an einem Taschentuch ab. Ich kann es nicht erklären, aber danach hasste ich sie. Das Bad war für uns beide ein Schock. Der Gestank war eindeutig menschlich. Die Toilettenschüssel hatte braune Flecke, war gesprungen und verkrustet. Die Verfärbung war bis in den Boden gesickert und hatte einen feuchten Kreis in die faulenden Dielen geätzt, die zum Teil unter der Schüssel eingebrochen waren, sodass diese sich in einem gefährlichen Winkel zur Seite neigte. Ein Spülbecken hing lose an der Wand und die Schmutzränder in der Wanne wuchsen schichtweise. Das alles muss raus, murmelte sie. Als wir wieder unten in der Halle standen, streckte Mrs. Goodney mir die Hand entgegen. Vielen Dank, Mrs. Georgie. Ich werde da meinen Bericht schreiben. Sie wollen sie in ein Heim stecken, nicht wahr? Meine Empfehlung ist natürlich vertraulich. Sie schürzte die Lippen. Aber ich glaube, ein Pflegeheim könnte die richtige Lösung sein. Wir müssen tun, was für sie am besten ist, nicht was uns gefällt. Meinen Sie nicht, Georgie? Für jemanden, der einen Menschen pflegt, ist es manchmal schwer, loszulassen. Er denkt, er tut das alles für den anderen. Dabei klammert er sich an die Rolle des Betreuers, weil es sein Selbstwertgefühl stärkt. Sie lächelte ein leeres, professionelles Lächeln. Ich hätte sie am liebsten erwürgt. Sie halten mich also für eine egoistische Ziege mit einem Katzenkacke-Fetisch. Sie sah mich scharf an. Wir wollen es doch nicht verantworten müssen, wenn sie wieder einen Unfall hat, oder? Sie drehte sich um und klackerte davon. Sobald ich wieder zu Hause war, nahm ich Mrs. Goodneys Karte, rief die Nummer an, die darauf stand und fragte nach Damien Hendricks. Hier ist der Sozialdienst im Krankenhaus, vielleicht wollten Sie mit dem städtischen Sozialamt sprechen. Ich versuchte es dort. Könnte ich mit Mr. Damien Hendricks sprechen? Es tut mir leid, hier arbeitet niemand, der so heißt. Worum geht es denn? Es geht um eine ältere Dame, die ins Heim soll. Einen Moment, ich stelle sie zur Abteilung für Seniorenbelange durch. Es knisterte in der Leitung. Senioren? Sang eine gut gelaunte Stimme in mein Ohr. Ich suche nach Mr. Damien Hendricks. Hm, wir haben keine Hendrixe hier. Danke, ich legte auf. Später am Nachmittag schlenderte ich durch die örtliche Einkaufsstraße und erinnerte mich wehmütig, dass uns dieses kleine Viertel nach unserem Umzug wie eine lauschige Insel der Freundlichkeit im riesigen Moloch London erschienen war. Es gab die türkische Bäckerei, das Song Bee, unseren Lieblingslieferservice, Peppes Feinkost und zwei Immobilienmakler, eine Filiale von Wolfen Diabello an der Ecke, an der ich stand, und Hendricks und Wilson gegenüber. Plötzlich fiel es mir wie Schuppen von den Augen. Hendricks? Sollte ich rüberlaufen und eine Szene machen? Stattdessen drückte ich die Tür von Wolfen Diabello auf. Wenn Mrs. Goodney sich von Damien ein Gutachten über den Wert von Kenyan House erstellen ließ, konnte ich das auch. Eine junge Frau mit glattem, blonden Haar saß an einem Schreibtisch. Auf ihrem Namensschild stand Susie Brentwood. Meine Tante denkt daran, ihr Haus zu verkaufen. Könnten Sie uns ein vorläufiges Gutachten erstellen? Natürlich. Ich gebe Ihnen einen Termin mit einem unserer Geschäftsführer. Würde es am nächsten Freitag gehen? Wie lautet die Adresse? Als ich sie ihr nannte, zuckten ihre Brauen nach oben. Rentierfleisch und Trockenfisch Als ich nach Hause kam, war auf dem Anrufbeantworter eine Nachricht. Hallo, Mrs. Sinclair, hier ist Cindy Bed-Ehl vom Sozialamt. Ich sollte Sie zurückrufen. Ich rief sofort zurück, doch erreichte wieder nur den Anrufbeantworter. Also versuchte ich es am nächsten Tag noch einmal beim Sozialamt. Senioren! Könnte ich bitte Mrs. Bed-Ehl sprechen? Sie ist Miss, nicht Mrs. Könnte ich trotzdem mit dir sprechen? Einen Moment. Hallo? Hier ist Cindy Bed-Ehl. Oh, hallo, Mrs. Bed-Ehl. Ich meine, Miss, ich brauche dringend Ihre Hilfe. Ich meine, eine Freundin braucht Ihre Hilfe. Mrs. Naomi Shapiro. Sie ist im Krankenhaus. Sie hat sich die Hand gebrochen. Und jetzt will man sie in ein Heim stecken. Ganz langsam, bitte. Mit wem spreche ich? Mein Name ist Georgie Sinclair. Ich habe Ihnen eine Nachricht hinterlassen. Ah, ich weiß. Miss Sinclair, immer mit der Ruhe. Holen Sie Tiefluft und jetzt zählen Sie. Eins, zwei, drei, vier. Entspannen. So, das ist besser. Wellen der Ruhe umfingen mich. Wie alt ist die Dame? Sie ist ziemlich alt, aber bis jetzt kam sie gut zurecht. Und dann hatte sie einen Unfall, sagten sie. Der Unfall ist auf der Straße passiert. Sie ist auf dem Eis ausgerutscht. Das hätte jedem passieren können. Und Sie sagen, dass jemand da war, um Ihre Wohnsituation zu überprüfen? Jemand aus dem Krankenhaus. Mrs. Goodney. Es war ein bisschen unordentlich im Haus. Es steht uns nicht zu, anderen Menschen einen Lebensstil vorzuschreiben. Ich werde mir das Haus ansehen. Aber ich brauche die Erlaubnis der Dame. In welchem Krankenhaus ist sie? Sobald ich aufgelegt hatte, lief ich ins Schlafzimmer, stopfte ein paar Sachen in eine Stofftasche und machte mich auf den Weg. Ich wollte Mrs. Shapiro vorwarnen, damit sie nicht mit einem neuerlichen Anfall von Sturheit ihre Chance verspielte. Unter dem Dach des Wartehäuschens vor dem Krankenhauseingang drängten sich die Raucher. Bisher war ich immer ohne einen Blick vorbeigegangen, doch diesmal rief jemand nach mir. »Gargine!« Ich musste zweimal hinsehen, bevor ich Mrs. Shapiro erkannte. Sie wurde von einem viel zu großen rosa Schenilbademantel fast verschluckt. Darunter sahen die Spitzen von großen Hausschuhen mit Tiergesicht hervor. Ich glaube, das Motiv war der König der Löwen. Ihre Begleiterin war die Übergeschnappte, mit der sie sich neulich gestritten hatte. Sie teilten sich eine Zigarette. »Mrs. Shapiro!« »Hübscher Bademantel!« »Gehört der alten Frau im Bett neben mir.« »Tot!« »Die Zigaretten waren in der Tasche.« »Hübsche Hausschuhe!« »Hat mir die Schwester gegeben.« Wir ließen die Übergeschnappte die Zigarette zu Ende rauchen und gingen zusammen auf die Station, wo ich Mrs. Shapiro die Tasche übergab, die ich gepackt hatte. Sie nahm meine Bürste, den Rest gab sie mir zurück. »Zu Hause habe ich bessere Nachthänden, nicht solche Schmatten. Bringen Sie mir das nächste Mal eins mit Gorgine und Wonderboy.« »Ich glaube nicht, dass er hier rein dürfte. Er ist nicht sehr... Es gibt so viele idiotische Vorurteile hier. Aber Sie finden bestimmt einen Weg, da bin ich mir sicher.« »Ja, ich tue mein Bestes,« log ich und zog uns im Aufenthaltsraum zwei Stühle ans Fenster. »Mrs. Shapiro, eine Dame vom Sozialamt wird kommen. Miss Bed-Eal. Das ist gut. Bed-Eal ist ein guter jüdischer Name. Das überraschte mich, aber was wusste ich schon. In Kippex gab es keine Juden. »Sagen Sie ihr, dass ich den Schlüssel habe und mich am Haus mit ihr treffen kann.« Sie griff nach meiner Hand. »Gorgine, mein Darling, wie kann ich Ihnen danken? Es gibt ein Problem. Sie wird nach Ihrem Alter fragen.« Jetzt sah sie mich an. Ein wacher, schlauer Blick. »Mrs. Shapiro, ich helfe Ihnen, wenn ich kann. Aber Sie müssen mir die Wahrheit sagen.« Sie zögerte. Dann flüsterte sie mir ins Ohr. »Ich bin 81.« Ich versuchte, mich an das Bild der beiden Frauen zu erinnern. Highbury, 1948. Ich überschlug die Zahlen im Kopf. Sie musste damals 23 gewesen sein. Ich wollte weitere Fragen stellen, aber ohne zuzugeben, dass ich bei ihr herumgeschnüffelt hatte. »Lüder, wer war sie?« »Wann hatten Sie und Artem geheiratet? Was war aus ihr geworden?« »Sie haben mir Atems Geschichte noch nicht fertig erzählt. Das Pony.« »Ach, ja, stellen Sie sich vor, es war gar kein Pony. Es war ein Rentier.« Die Samen, die Atems Schlitten gefunden hatten, kamen aus Lapland. Als sie Atem unter den Wolfsfällen entdeckten, diskutierten sie, ob sie ihn umbringen sollten. Aber dann öffnete er die Augen und er lächelte, weil er lebte, und begann, ein russisches Bauernlied zu singen. Eine wunderschöne Weise über die Liebe. Das Lied rettete ihm das Leben. Die schwache, krechzende Stimme des verwundeten Soldaten brachte die Samen zum Lachen. Und so nahmen sie ihn mit in ihr Dorf, und als er vollständig genesen war, machte sich Atem auf den Weg nach Schweden. Rentierfleisch und Trockenfisch im Gepäck. Er hat nach seiner Schwester gesucht, doch sie war fort. Vielleicht ist sie nie da gewesen. Zu jener Zeit war Schweden voller Juden, die vor den Nazis flohen. Jeder suchte irgendwen. »Ah, aber das reicht für heute. Sie sind dran, Gorgine.« Dieser Ehemann. »Warum ist er davongelaufen? Gab es eine andere?« »Ich glaube nicht. Er war einfach zu sehr auf seiner Arbeit fixiert. Er wollte die Welt verändern. Ich glaube, das häusliche Leben hat ihn gelangweilt.« »Da, jetzt war es raus.« Mrs. Shapiro rümpfte die Nase. »Ah, so. Die typische Geschichte. Er will die Welt verändern, aber er will keine Windeln wechseln, nicht wahr?« »Hm, so ähnlich.« »Glauben Sie, dass er zurückkommt?« »Ich glaube nicht. Ich habe sein ganzes Zeug in den Container geworfen.« »Bravo!« Sie klatschte in die Hände. »Was hat er gesagt?« Er sagte, »Warum bist du nur so kindisch, Georgie?« Sie kreischte vor Lachen. »Ich lachte mit.« Schlösschen in der Brust. Dann wurde mir klar, dass ich nicht mehr so gelacht hatte, seit... ... seit Rip gegangen war. Schlösser austauschen. Etwa drei Wochen nach Neujahr kam ich eines Morgens sehr früh nach unten in die Küche. Ich wollte mir gerade eine Tasse Tee machen, als das Telefon klingelte. Es war Mrs. Shapiro. »Gardine, bitte kommen Sie schnell. Jemand hat die Tür aufgebrochen.« Sie öffnete mir in ihrem rosa Morgenmantel und den König-der-Löwen-Haus-Schuhn die Tür und führte mich in die Küche. Es war bitterkalt. Eine der Scheiben in der Hintertür war eingeschlagen. Der Schlüssel, der von innen gesteckt hatte, war gestohlen worden. Ansonsten schien nichts zu fehlen. »Vielleicht war es ihr Parki.« Warum ausgerechnet er? Der Ärger war mir anzuhören. Beim letzten Mal hat er nicht einmal etwas berechnet. Es könnte jeder gewesen sein, ein Einbrecher oder sonst wer. Als ich ihren ängstlichen Blick sah, wünschte ich, ich hätte nichts gesagt. Ich hatte ihr nicht erzählt, dass Mr. Ali bereits einmal das Schloss ausgetauscht hatte, weil ich sie nicht beunruhigen wollte. Aber jetzt war ich selbst beunruhigt. Die Niedertracht einer wehrlosen alten Frau in ihrem eigenen Haus, solche Angst einzujagen, war kaum zu fassen. Am besten, Sie lassen das Glas reparieren und gleich heute das Schloss auswechseln. Sie sollten Mr. Ali anrufen. Sie fing an, nach dem Teichwassertee zu suchen. »Kleiner Kläferknödel, dieser Parki. Aber ich glaube, ich rufe lieber meinen Niki an.« »Schön. Sie und ihr Mr. Wolf schaffen das schon.« Ich stand abrupt auf und ging zur Tür. Ich hatte genug von ihren ständigen Forderungen und kleinlichen Vorurteilen und kindischen Geheimnissen. »Soll sie doch machen, was sie will«, dachte ich. »Kaum war ich zu Hause«, klingelte das Telefon erneut. »Seien Sie nicht ärgerlich, Gorgine. Bitte rufen Sie Mr. Ali für mich an. Ich habe die Nummer verloren.« »Okay, okay.« Sie rief mich ein paar Stunden später zurück, um mir zu sagen, dass Mr. Ali ein Brett vor die Tür genagelt und das Schloss ausgetauscht hatte. Auch an der Vordertür hatte er ein neues Einsteckschloss angebracht. »Und wie viel hat er berechnet?«, fragte ich. »Ich habe ihm zehn Pfund gegeben. Und er wollte den vollen Preis für die Schlösser. Sie sollten ihm dankbar sein.« »Seien Sie nicht ärgerlich. Sie sind meine einzige Freundin.« »Ich bin nicht ärgerlich, Mrs. Shapiro.« Es stimmte. Ich war nicht mehr ärgerlich. Ich hatte andere Dinge im Kopf. Rip hatte mittags angerufen, um zu sagen, dass er Ben morgen nach der Arbeit abholen würde. Ich musste mich mental darauf vorbereiten, ihm entgegenzutreten. Am Montagnachmittag klingelte es etwas früher, als ich erwartet hatte. Ich setzte mein zu allem Bereitlächeln auf und ging an die Tür. Doch draußen stand nicht Rip. Es war Mark Diabello. Sein schwarzer Jaguar parkte vor dem Gartentor, und auch er hatte ein zu allem Bereitlächeln im Gesicht. »Hallo, Mrs. Sinclair, Georgina. Ich hoffe, ich störe nicht.« Wenn ich nicht damit gerechnet hätte, dass Rip jeden Moment auftauchte, hätte ich ihn wahrscheinlich nicht hereingebeten. So aber sagte ich, »Mr. Diabello, darf ich Ihnen einen Kaffee anbieten?« »Bitte, nennen Sie mich Mark.« Ich setzte ihn aufs Sofa am Erkerfenster, wo man ihn von der Straße aus sehen konnte. »Milch? Zucker?« »Schwarz, mit vier Stück Zucker.« Ich lachte. »Er wird wie schwarze Melasse schmecken.« »Genauso mag ich ihn.« Dann hupte draußen ein Wagen. »Bitte entschuldigen Sie mich.« Ich ging zur Treppe und rief hinauf. »Ben! Rip ist da! Komme!« Einen Moment später kam Ben herunter. Ich ging mit ihm zum Wagen und setzte wieder mein zu allem Bereitlächeln auf. Doch Rip stieg gar nicht aus. Ich hatte keine Ahnung, ob er den schwarzen Jaguar bemerkt hatte oder den Mann, der am Fenster saß. Am liebsten hätte ich mit den Fäusten gegen die Scheibe gehämmert. Ich ging wieder hinein und schlug die Tür hinter mir zu. Anscheinend war mir die Wut anzusehen, denn Mr. Diabello fragte, »Geht alles nach Plan?« Nicht ganz. Ich sah seinem Blick an, dass er meine Lage vollkommen durchschaute. »Möchten Sie darüber reden?« »Ich kann Ihnen einen guten Anwalt empfehlen.« »Nein, nein, nein. So weit sind wir noch nicht.« Während ich es sagte, wurde mir klar, dass wir wahrscheinlich genau so weit waren. »Sagen Sie mir einfach, warum Sie hier sind.« Ich habe mit Nick geredet. Er gibt zu, dass er vielleicht etwas zu enthusiastisch auf Mrs. Shapiro zugegangen ist. Aber er bestreitet, irgendetwas Unrechtmäßiges getan zu haben. Aber er gibt zu, dass er sie mit Sherry abgefüllt hat, in der Hoffnung, sie würde irgendein Papier unterschreiben. Ich glaube, der Sherry war als nette Geste gemeint. Er hat nicht damit gerechnet, dass sie ihn gleich aufmacht. Anscheinend hat sie ihm noch schöne Augen gemacht. Er hat mir übrigens auch gesagt, dass sie gar nicht ihre Tante ist. Ein kleines Lächeln spielte um seine Lippen. Das wirft die Frage auf, welches Interesse sie verfolgen. »Ich verfolge überhaupt kein Interesse. Ich möchte nur nicht, dass eine alte Dame über den Tisch gezogen wird.« Unsere Blicke trafen sich. Zum ersten Mal fiel mir auf, dass seine Augen nicht braun waren, sondern ein dunkles Meergrün mit Einsprengseln aus Gold und Obsidian. Ich hatte nicht damit gerechnet, dass er sich so brennend für das Haus interessiert. Er ist ein sehr leidenschaftlicher Mann, wissen Sie. Das ist unser Motto bei Wolf und Diabello. Leidenschaft für Immobilien. Leidenschaft. Die Art, wie er das Wort aussprach. Und er fand, Mrs. Shapiro verdient einen ausführlicheren Einblick in seinen Service. Ah, genau. Wie ich. Das liegt an Ihnen, Georgina. Danke. Es war nett, mit Ihnen zu plaudern. Ich stand abrupt auf. Auch er stand auf und streifte mich auf dem Weg zur Tür. Das Vergnügen liegt ganz auf meiner Seite. Nachdem er fort war, setzte ich mich aufs Sofa. Einatmen. Zwei, drei, vier. Ausatmen. Zwei, drei, vier. Ja. Ich wusste in meinem vernünftigen Inneren, dass ein Mann wie Marc Diabello das Letzte war, was ich in meinem Leben brauchte. Doch ich war unglücklich und wütend und bedürftig. Es war lange her, dass mich jemand mit Begehren angesehen hatte. Schwarze Melasse Als der nächste Freitag endlich kam, regnete es und ich kam vollkommen durch Nest am Turtley Place an. Als ich um die Ecke bog, sah ich einen schwarzen Jaguar, der raubtierhaft auf der Straße vor Kenner in Haus lauerte. Als ich näher kam, ging die Fahrertür auf und eine lange, schlanke Gestalt entfaltete sich auf dem Bürgersteig. Groß, dunkel, gutaussehend. Mrs. Sinclair. Ich nickte. Er streckte mir die Hand entgegen. Ich spürte eine angenehme Regung in der Beckengegend. Sie müssen Mr. Wolf sein, sagte ich und versuchte mir den Regen aus dem pudelnassen Haar zu schütteln. Nein, ich bin Marc Diabello. Seine Stimme war wie schwarze Melasse. Ich klimperte mit den nassen Wimpern. Was war mit mir los? Dieser Mann war Immobilienmakler und eindeutig nicht mein Typ. Äh, ungewöhnlicher Name. Italienisch? Ich bereute, dass ich das Fledermauskostüm trug. Spanisch. Mein Vater war ein fahrender Mandolinenspieler. Ich hab den Schlüssel, mummelte ich erhutend. Möchten Sie sich umsehen? Mein armes Fischherz zerrte teppisch an der Schnur, doch ich hing fest. Wonderboy, Violetta und ihre Kollegen hatten sich für der Eingangstür versammelt. Ich ließ sie hinein und fütterte sie in der Küche, weil es draußen zu nass war. Im Haus schlugen uns schneidende Kälte und Gestank entgegen. Doch Marc Diabello blieb davon völlig unbeeindruckt. Selbst als er im Flur in einen Haufen frische Katzenkacke trat, äh, wie war sie dort gelandet, bückte er sich einfach und putzte sich den Schuh mit dem blütenweisen Baumwolltaschentuch aus seiner Brusttasche ab. Ergriffen sah ich zu, wie er es im Küchenmülleimer entsorgte. Genauso hatte ich mir den Helden im verspritzten Herz vorgestellt. Wir standen wieder auf der Veranda. Hier muss viel gemacht werden, Mrs. Sinclair. Und natürlich müsste man behutsam vorgehen, die wunderbaren historischen Details erhalten, aber zum Beispiel könnte man den Dachboden zu einem fantastischen Penthouse ausbauen. Zuallererst sollte jedoch der Baum gefällt werden. Er steht unter Naturschutz. Spielt keine Rolle. Man zahlt einfach die Strafe. Wann will ihre Tante das Haus verkaufen? Sie wollte nur wissen, was es wert ist. Was meinen Sie? Eine halbe Million Pfund vielleicht. Bereits unsere Doppelhaushälfte hatte beinahe so viel gekostet. Er sah meinen Blick. Die Gegend hier drückt den Preis. Außerdem wäre das ein Barkauf, keine Hypothekenfinanzierung. Ich gebe Ihnen das alles schriftlich. Ich nannte ihm meine Adresse. Dann stieg er in seinen hungrigen Wagen und war verschwunden. Als ich unsere Straße hinaufging, sah ich, dass Ben schon zu Hause war. Das blaue Rechteck seines Bildschirms zwinkerte mir durchs Fenster zu. Es war nicht gut für ihn, seine Abende allein dort oben zu verbringen. Hey Ben, sollen wir ins Kino gehen? Wir könnten uns Daniel Craig als James Bond ansehen. Klingt noch ziemlich im Schwachsinn. Ist wahrscheinlich auch Schwachsinn. Aber vielleicht ganz unterhaltsam. Ich finde Schwachsinn nicht unterhaltsam, Mom. Ich registrierte eine Veränderung in seiner Stimme. Eine ungewohnte Hebung am Ende der Sätze. Fragend oder unsicher. Ich fragte mich, ob er auch so war, wenn er bei Rip war. Mom, glaubst du an Jesus? Ich holte Luft. Ich weiß nicht. Worum ging es hier eigentlich? Ich glaube, Jesus gab es wirklich, wenn du das meinst. Nein. Ich meine, glaubst du, dass Jesus beim Weltuntergang deine Seele rettet? Ben, Liebling, die Welt wird nicht untergehen. Es ist... Ich hab dich wirklich lieb, Mom. Dich und Dad. Ich will nicht. Du... Du musst einfach nur Jesus in dein Leben lassen. Die Zeichen sind da, Mom. Alle Zeichen sind da. Die fragende Satzmelodie. Es war, als wäre er jemand anders. Ein Alien. Du musst keine Angst haben, Ben. Ich nahm ihn in die Arme und drückte ihn. Zuerst verkrampfte er sich. Aber ich hielt ihn so lange, bis ich spürte, wie er sich entspannte. Egal, was es ist, dachte ich. Es wächst sich raus. Sherry. Zwei Tage vor Weihnachten machte ich mich auf den Weg zu Kennernhaus, um mein Weihnachtsgeschenk abzuliefern. Ein Körbchen mit parfümierter Seife. Vor dem Haus stand ein schwarzer Geländewagen. Ich ging schneller und klingelte. Mrs. Shapiro hatte Make-up aufgelegt und trug einen modischen Pullover, braune Hosen und ein paar Stöckelschuhe, die ja in ein paar Nummern zu groß waren. Ihre linke Hand war immer noch verbunden und in der rechten hielt sie eine Zigarette. Gorgine, mein Darling. Sie riss mich an sich. Kommen Sie rein. Ich habe Besuch. Ich folgte ihr durch die kühle Eingangshalle. Ja, da war der Haufen an seinem gewohnten Ort in die Küche. Am Tisch in der Küche saß ein Mann, sehr groß und breitschulterig, mit kurzgeschorenem, blonden Haar. Niki, sagte Mrs. Shapiro und klimperte ihn mit zerrupften Wimpern an. Das ist meine liebe Freundin Gorgine. Gorgine, das ist mein neuer Freund, Mr. Niki Wulf. Schön, Sie kennenzulernen. Er packte meine Hand. Guten Tag, Mr. Wulf. Ich denke nicht automatisch an Sex, wenn ich einen Mann kennenlerne, aber bei ihm tat ich es. Ich dachte, Sex mit ihm wäre sicher schnell, schmerzhaft und erniedrigend. Bitte nennen Sie mich Nick. Hallo, Nick. Sie müssen einer der Immobilienmakler sein. Gut erkannt. Wie haben Sie das erraten? Mrs. Naomi hat mir ihre Karte gezeigt. Sie sagte, sie hätten ihr ein Angebot für das Haus gemacht. Ein Angebot, das sie hoffentlich nicht ablehnen kann. Gorgine, Darling, wie wäre es mit einem Drink? Auf dem Tisch standen eine Sherry-Flasche und zwei Gläser, seines voll, ihres leer. Es ist ein bisschen früh für mich, Naomi. Ich versuchte vorwurfsvoll zu klingen. Es ist noch nicht mal zehn. So früh? Sie sind ein ungezogener Mann, Mr. Nick. Er lachte in sich hinein, wie ein Vergewaltiger. Es ist nie zu früh für ein bisschen Spaß. Sie machte mir einen Kräutertee, der nach nicht sehr sauberem Teichwasser schmeckte. Tatsächlich hätte ich für ein Glas Sherry sonst was getan. Frohe Feiertage, Naomi. Ich reichte ihr mein Päckchen. Oh, danke, Darling. Ich muss für Sie auch was finden. Ihr Blick blieb an einer Sonderpreis-Keksschachtel hängen. Oh, nein, bitte, das ist nicht nötig. Ich lasse euch zwei Ladies dann mal alleine. Nick Wolf erhob sich hoch über uns beide. Bitte, Nicky, Sie haben Ihren Sherry gar nicht ausgetrunken. Mrs. Shapiro war wieder ganz flatterig. Er nahm das volle Glas und kippte es in einem Zug herunter. Und Sie müssen Ihre Flasche wieder mitnehmen. Sie hielt sie ihm hin. Aber nicht doch, Naomi. Sie ist für Sie ein kleines Zeichen meiner Wertschätzung. Er grinste wieder. Am nächsten Morgen, Heiligabend, weckte mich um sieben Uhr das Telefon. Gorgine, Sie müssen kommen. Irgendwas ist mit dem Wasser. Ich kenne einen Handwerker. Soll ich ihn für Sie anrufen? Wie viel verlangt er? Kommt drauf an, was das Problem ist. Er heißt Mr. Ali. Pause. Mr. Parki? Ja, ähm, nein, ich weiß es nicht. Soll ich ihn anrufen oder nicht? Schon gut. Ich rufe meinen guten Freund Mr. Nick an. Sie legte auf und rief ein paar Minuten später wieder an. Ha, da ist niemand. Nur der Anrufbeantworter. Wie ist die Nummer von Ihrem Parki? Als ich gegen zehn zum Toadley Place kam, saß Mr. Ali bereits in der Küche und trank eine Tasse Teichwasser. Problem repariert, Mrs. George. Was war's denn? Etwas Merkwürdiges, sagte Mrs. Shapiro. Jemand hat den Wasserhahn draußen abgestellt. Mr. Ali hat ihn unter der Hintertür gefunden. Er ist ein richtiger clever Knödel. Hauptahn war zu. Jetzt wieder auf. Meine Gedanken rasten. Wer würde so etwas tun? Mr. Ali trank seinen Tee aus und stand auf. Irgendein Problem? Sie rufe mich an, Mrs. Naomi. Diesmal war kostenloser Service. Er schlang sich sein Werkzeugtäschchen um die Schulter und ich stand auf, um ihn zur Tür zu bringen. In der Halle blieb er am Telefontischchen stehen. Erst dachte ich, er wäre in den Katzenhaufen getreten, aber dann sah ich, wie er das Foto vom steinernen Torbogen anstarrte. Kirche von Heilig Georg in Lydda. Lydda? Ein Ort, keine Person. Sind Sie da gewesen? Einmal bin ich zurückgegangen, auf Suche nach meiner Familie. Ich wurde in Nähe geboren. In Griechenland? Er schüttelte den Kopf. Palästina. Als ich in die Küche zurückging, strahlte Mrs. Shapiro mich an. Ah? Sehr netter Paki. Ich erwähnte nicht, dass er Palästinenser war. Alt und begreiflich. Am nächsten Tag goss es in Strömen. Ich versuchte, mich auf Klebstoffe zu konzentrieren. Haftmittel. Aus irgendeinem Grund wanderten meine Gedanken immer wieder zu Klettverschlüssen. Faszinierende Erfindung. Nach einer Weile gab ich auf, zog die Gummistiefel an und machte mich auf den Weg zu Mrs. Shapiro, um die Katzen zu füttern. Sie warteten bereits und drückten sich niedergeschlagen im Regen herum. Die Veranda hatte sich dank der kaputten Regenrinne in eine riesige Pfütze verwandelt. Sobald ich wieder zu Hause war, rief ich Mr. Ali an. Gestärkt mit einer Tasse Tee kehrte ich an den Schreibtisch zurück. Mark, Klebstoffe, Bindungen, Fesseln. Mark. Ich ertappte mich bei dem Gedanken, dass unser Problem das Fehlen jeglicher Gemeinsamkeiten war. Kaum war die erste Erregung verflogen, fand ich ihn ein bisschen, naja, langweilig. Vielleicht war das das Problem mit dem verspritzten Herz. Die typischen romantischen Helden waren irgendwie beschränkt in ihrer Anziehungskraft. Was ich brauchte, war jemand, der männlich attraktiv und intelligent war. Hm. Ich hatte Nathans Nachricht gelöscht, ohne mir die neue Abgabefrist zu notieren. Ich wählte seine Nummer. Nathan, tut mir leid, ich habe aus Versehen deine Nachricht gelöscht. Was ist nochmal die neue Abgabefrist? Der 25. März. Meinst du, du schaffst es rechtzeitig, Georgie Girl? Ich glaube schon. Ehrlich gesagt, Nathan. Ich senkte die Stimme. Ich werde ständig abgelenkt. Irgendetwas Interessantes, raunte er. Ich zögerte. Nein, besser, ich erzählte ihm nichts von Klettverschlüssen. Nathan, hast du schon mal von Lüder gehört? Meinst du Lüder bei Tel Aviv? Heute heißt es Lot. Ich wusste, dass du dich mit Ortsnamen auskennst. Ein paar Cousins von mir leben in Jaffa. Willst du Urlaub machen? Aus irgendeinem Grund war mir bis jetzt gar nicht klar gewesen, dass Nathan wahrscheinlich auch Jude war. Die Sache ist die, dass in Kippex jeder einfach nur aus Kippex ist. Nein, aber ich besuche ab und zu eine ältere jüdische Dame in der Nachbarschaft. In ihrem Flur hängt ein altes Foto von Lüder. Das ist alles. Aber warum eigentlich hatte Mrs. Shapiro ein Foto von Lüder an der Wand? 1972 gab es dort einen Anschlag. Drei japanische Terroristen haben am Flughafen einen Haufen Leute erschossen, sagte Nathan. 1972. Ach, war ich zwölf Jahre alt gewesen, gerade neu auf die Gesamtschule gekommen. Es musste eine dieser Tragödien an fernen Orten gewesen sein, die über den Fernsehbildschirm flackerten und nach einem Tag vergessen waren. Warum haben sie das getan? Sie wollten zwei palästinensische Flugzeugentführer rächen, die von den Israelis erschossen worden waren. Ich schaltete innerlich ab. Palästinenser und Israelis. Eine alte, unbegreifliche Feindschaft. Das Problem anderer Leute. Nicht meins. Anwendungsmöglichkeiten von Sekundenkleber Als ich am nächsten Morgen aufwachte, fühlte ich mich quicklebendig. Cyanoacrylat AXP36C Ich kramte nach einem Zettel auf dem Nachttisch, um es aufzuschreiben, und stellte mir Ribs Gesicht vor, wenn ihm klar wurde, dass er fest saß. Wer würde ihn retten? Ottolein oder ich? Würde ich lachen? Würde ich mich zärtlich um sein festgeklebtes Hinterteil kümmern? So viele Möglichkeiten. Ich schlug mein Schreibheft auf. Das verspritzte Herz. Kapitel 6 Eines Abends, Komma, als ich die Familie Sinclair Nein, Sinclair Im großen, Komma, von Kerzen beleuchteten Esszimmer zum Tee hinsetzte An den reich gedeckten Abendessentisch setzte Komma, hörten sie der Nein, Drang, das schallende, schrille, durchdringende Melodische Klimpern, klingeln, singen Scheiß drauf Klingen einer Mandoline An ihre Ohren Und einen Augenblick später Betrat eine gut aussehende Gestalt die Halle Punkt Als er sein Spiel beendet hatte Komma Warf ihm Mrs. Sinclair Äh, 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 sind's da? Ein paar Münzen hin und sagte Doppelpunkt Anführung Oh, Komma, Mr. Mandolinenspieler Komma Bitte, kommen Sie wieder Punkt Bin ganz hingerissen Von ihrer großen Mandoline Oh, nein, 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 nein Ihrer entzückenden Volksmusik Punkt Abführung Arme Mrs. Sinclair War ich unfair? Als ich die Sinclairs kennenlernte Wirkte ihre Welt fremd und einschüchternd auf mich Aber sie hatte sich wirklich bemüht Mir das Gefühl zu geben Ich wäre dort zu Hause Und ich schätze Ich war eine ziemlich undankbare Schwiegertochter Damals hatte ich es ihnen übel genommen Dass sie keine Ahnung hatten Wie privilegiert ihr Leben war Ich brauchte lange, bis ich begriff Dass die Sinclairs wahrscheinlich ebenso viel Angst vor mir hatten Wie ich vor ihnen Sie müssen in mir die Vorreiterin einer finsteren Armee gesehen haben Die Ordnung, Anstand, die Fuchsjagd Und alles, was ihnen sonst noch heilig war, zerstören wollte Ich schrieb weiter Gina wird mit dem Mandolinenspieler ertappt Und aus Holti Towers verbannt Sie beteuert, dass ihr Fehltritt nur eine Reaktion Auf Ricks Seitensprünge sei Und beschließt, sich zu rächen Indem sie seinen Hintern an eine Klobrille klebt Doch aus irgendeinem Grund Empfand ich plötzlich einen Hauch von Sympathie für Rick Schließlich war er nur ein schwacher Mann Der sich von dem hinterlistigen spanischen Dienstmädchen hatte verführen lassen Und während ich versuchte, mich auf das Bild von Rips Hintern an der Klobrille zu konzentrieren Tauchte immer wieder das andere Foto von mir auf Das weinende Mädchen Zyanoacrylat AXP36C Ich hatte den Namen des Klebstoffs auf den Umschlag von Mrs. Shapiros Hilferuf gekritzelt Als ich jetzt den durchgestrichenen Namen und die Adresse ansah Kam mir eine Erleuchtung Avocados und Erdbeeren Am folgenden Samstagnachmittag So früh im März Erdbeeren Fragte ich mich auf dem Weg zum Ausgang An der Tür verteilte ein Mädchen Flugblätter Boykottiert israelische Produkte Als sie mein Interesse bemerkte, hielt sie mir ein Klemmbrett hin Wollen Sie uns Repetition unterschreiben? Es wird alles auf gestohlenem Land angebaut Ich weiß aber, das ist doch alles schon so lange her Es passiert immer noch, jeden Tag Sie stehlen palästinensisches Land Ebenen palästinensische Häuser ein Bringen jüdische Siedler hin Aus Moskau und New York und Manchester Sie rasselte ihr Plädoyer herunter Warum würde jemand aus New York weggehen wollen, um mitten in der Wüste zu leben? Sie glauben, Gott hätte ihnen das Land geschenkt Um einen israelischen Staat zu errichten Die Palästinenser haben sie vertrieben Die, die übrig sind, haben sie eingemauert Ihnen ein paar Reservate zugestanden Wie den Indianern Unbequeme Leute, die zufällig den Träumen der anderen im Weg standen Aber die Uhr lässt sich nun mal nicht zurückstellen, oder? Warum nicht? Man bräuchte nur ins Jahr 1967 zurück Vor den Sechstagekrieg Die grüne Linie, Gaza und das Westjordanland Das wurde mir jetzt alles ein bisschen zu geografisch Was für eine grüne Linie Ich warf einen Blick auf das Flugblatt Auf einer Seite war eine grob gezeichnete Karte Die eine dünne, gerade Linie zwischen Israel und Palästina zeigte Und eine zweite Linie Grün Ein Stück weiter rechts Die das palästinensische Land begrenzte Das nach dem Sechstagekrieg besetzt worden war Und dann war da noch eine dritte Linie Grau schraffiert In der Legende stand Verlauf der Sperrmauer Ich gab mir Mühe, genau hinzusehen Während ich versuchte, mich an die Karte zu erinnern, die Mr. Ali gezeichnet hatte Und mich fragte, warum mich plötzlich alle mit Landkarten bestürmten Ich drehte das Flugblatt um Die andere Seite zeigte Bilder von israelischen Produkten Avocados, Zitronen, Orangen, Erdbeeren Naja, wenigstens hatte ich die Erdbeeren nicht gekauft Aber wenn sie schon reduziert sind, ist es doch Sie sah mich mit ihrem ernsten Blick an Haben Sie eine Ahnung, wie viel Wasser man braucht, um in der Wüste Erdbeeren zu kultivieren? Wo, meinen Sie, kommt das ganze Wasser her? Ich dachte immer noch über die Sachen in meinen Tüten nach Als ich zur Bushaltestelle Eilingen Green zurückging Die Sonne war verschwunden Ein kalter Wind war aufgekommen Und ich bekam langsam Hunger Ich brach eine reife Banane vom Büschel Dann bemerkte ich ein Paar Das mit dem Rücken zu mir vor einem Schaufenster stand Der Mann war Rip Die Frau war klein Mit einem dunklen Bubikopf und rotem Lippenstift Ich starrte sie an Otto Line Walker Was ging hier vor? Wo war Pete? Das Muskelpaket Sie sah zu ihm auf Dieses Miststück Er küsste sie In diesem Moment hakte etwas in mir aus Ja! Sie drehten sich um Alle drehten sich um Ich rannte über den Bürgersteig Halt! Einatmen Drei Scheiß drauf Die Banane schoss nach vorn Und landete in Otto Lines Gesicht Rip packte mich am Arm Georgie, hör auf Bist du verrückt geworden? Dann schrie sie mich an Warum tust du das? Blöde Frage Du hast wohl geglaubt Du kannst ihn einfach so haben Was? Er gehört uns Ben, Stella und mir Nicht dir Wir sind nur unbequeme Menschen Die eurem Traum im Weg stehen Da kratzt sich die rotmündige Schlampe Den Brei vom Gesicht Und schmiert Rip damit voll Und er sagt Otti, was ist in dich gefahren? Und sie erwidert Du hast gesagt, es macht dir nichts aus Du hast mich angelogen Du hast gesagt, sie wäre mit einem anderen durchgebrannt In einem Jaguar Das ist sie auch, wirklich! Er weicht zurück Ihr seid doch vollkommen irre Alle beide! Er rennt fort Sie rennt ihm hinterher Schwankend auf ihren nuttigen Stöckelschuhen Ich suche nach meinen Tüten Jemand hat sie mitgenommen Die Siedler-Avocados Die blutgetränkten Orangen Weg Das war es wert Dachte ich, als ich in der Küche saß Mir ein Glas Wein einschenkte Und bemerkte Dass der Anrufbeantworter blinkte Miss Bediel hatte eine Nachricht hinterlassen Ich rief sie zurück Doch sie war nicht da Die zweite Nachricht war von Nathan Er fragte, ob ich Lust hätte Morgen mit ihm und seinem Vater Zur Klebstoffmesse in Peterborough zu fahren Ich drückte auf Löschen Ich wusste, ich war ein trauriger Fall Aber so traurig auch wieder nicht Ich schenkte mir noch ein Glas Wein ein Und setzte mich vor den Fernseher Bald kam eine Krankenhauer-Serie Als meine Euphorie abflaute Merkte ich Dass nur noch ein Glas in der Flasche war Und wenn ich sie ausgetrunken hätte Würde mich nichts abhalten Morgen Abend wieder eine ganze Flasche zu trinken Ich schämte mich Als ich mich an meinen Geschrei erinnerte Wirklich, die Leute wollen so etwas nicht mit ansehen Dann brach die Realität der drei Ben-losen Tage Die vor mir lagen über mich herein Und ich begann darüber nachzudenken Ob eine Messe in Peterborough Nicht genau das war, was ich brauchte Und je länger ich darüber nachdachte Desto klarer wurde mir Dass kleine Männer unglaublich sexy sein konnten Als er ans Telefon ging Hörte ich im Hintergrund Die vertrauten Klänge des Abspanns Auch er hatte die Krankenhaus-Serie gesehen Die Adhäsionsberaterin Nach dem Mittagessen Zog ich mir eine rote Jacke von Stella an Einen glitzernden Schal Und eine Mütze Die ich mir tief ins Gesicht zog Dann legte ich leuchtend roten Lippenstift auf Und machte mich auf den Weg zur Bushaltestelle Als ich in Northmeer House ankam Stellte ich fest, dass meine Verkleidung überflüssig war Denn am Empfangstisch saß ein anderer Wachhund Kann ich Ihnen helfen? Ich möchte Mrs. Lillian Brown besuchen Sind Sie eine Verwandte? Eine Cousine Hätte sein können Zimmer 23 Die Schiebetür öffnete sich Und schon war ich drin Irgendwo ertönte pausenlos Ein irres Piepen Und erinnerte das abwesende Personal daran Dass jemand verzweifelt Hilfe brauchte Ich klopfte an die Tür von Zimmer 23 Als ich keine Antwort erhielt Schob ich die Tür auf Das Zimmer war klein und überhitzt Und ein schrecklicher Geruch nach Tod Hing in der Luft Ein Fernseher lief Und ich brauchte einen Moment Bis ich die winzige Gestalt entdeckte Die reglos auf dem Bett lag Mrs. Brown? Keine Antwort Mrs. Brown? Lillian? Auf Zehenspitzen ging ich an ihr Bett Sie lag mit geschlossenen Augen da Ich sah, dass sie die Hand Um den Piepser gekrampft hatte Ob sie atmete oder nicht Konnte ich nicht sagen Ich ging rückwärts hinaus Eine dicke Frau in rosa Uniform Kam den Korridor herunter Ähm, ich glaube, die Dame braucht Hilfe Doch sie war schon wieder Über den Flur verschwunden Als die Tür hinter ihr zuging Bemerkte ich eine einsame, rauchende Gestalt Draußen auf einer der Bänke im Regen Die übergeschnappte Ich ging hinaus Sie haben mir nie Zigaretten mitgebracht Doch, aber sie war nicht da Sie schnaubte, als wüsste sie genau, dass es nicht stimmte Sie ist auf der Isolierstation Sie darf keinen Besuch haben Warum nicht? Will die Allmacht nicht unterschreiben Weigert sich Wissen Sie, in welchem Zimmer sie ist? Nächstes Mal vergessen Sie meine Zigaretten aber nicht, ja Versprochen 27 Danke Wenn sie nicht da ist, ist sie in Nummer 23 Guckt fern, das ist mein Zimmer Die kommen immer alle, um fernzugucken Mrs. Shapiros Zimmer war genauso klein wie Nummer 23 Und es war genauso heiß darin Sie sah fürchterlich aus Sie lag voll angezogen auf dem Bett Und starrte an die Decke Ihr Haar war struppig Ihre Haut lose und faltig Und hatte tiefe gelbe Furchen um Mund und Kinn Mrs. Shapiro Gorgine Mühsam kämpfte sie sich auf die Füße und starrte mich an Wie geht es Ihnen? Ich umarmte sie Sie bestand nur noch aus Haut und Knochen Gott sei Dank sind Sie da Es tut mir leid, dass ich nicht früher gekommen bin Ich habe es versucht, aber Sie haben mich nicht reingelassen Haben Sie Zigaretten mitgebracht? Tut mir leid, das habe ich vergessen Macht nichts Gut, dass Sie da sind, Gorgine Ich will nicht hier drin sterben Sie sank auf die Bettkante und fing unvermittelt zu weinen an Ich setzte mich zu ihr und striche über den Rücken, bis sie aufhörte Dann reichte ich ihr ein Taschentuch Wie geht es meinen lieben Katzen? Gut, Sie warten auf sie Ich habe ein paar junge Männer bei Ihnen einquartiert Damit sie sich um die Katzen kümmern und das Haus in Schuss halten Ich sah ihren erschrockenen Blick Keine Sorge, sobald Sie nach Hause kommen, ziehen Sie aus Ich stand auf und öffnete das Fenster Mrs. Shapiro holte Tiefluft und ihre Augen schienen ein wenig heller zu werden Danke, Darling Sie musterte mich Sie sehen besser aus, Gorgine Hübscher Lippenstift, hübscher Schal Haben Sie einen neuen Mann? Noch nicht Vielleicht habe ich bald einen neuen Mann Niki hat gesagt, er will mich heiraten Ich war sprachlos, dieser gerissene Teufel Erst habe ich gedacht, er wäre der perfekte Mann für Sie, Gorgine Aber Sie haben sich nicht für ihn interessiert Und jetzt ist es vielleicht meine Chance Was meinen Sie? Soll ich meinen Niki heiraten? Weiß er denn, wie alt Sie sind? Ich habe ihm gesagt, ich wäre 61 Sie kicherte Vielleicht ist es, weil Ich habe ihm erzählt, dass Sie einen Sohn haben Der Sohn würde alles erben Es sei denn natürlich, sie heiratete wieder Sie sah mich scharf an Woher wissen Sie von einem Sohn? Von Mrs. Goodney Ach, diese Frau Ich habe ihr gesagt, dass ich einen Sohn habe Weil sie wollte, dass ich die Handelsvollmacht unterschreibe Ich habe gesagt, mein Sohn soll mit ihr handeln Er kriegt das Haus Aber er ist gar nicht ihr Sohn, nicht wahr? Sie ließ eine Pause Nicht meine, nein Wer war denn seine Mutter? Ach, sie seufzte Es war die andere Die Naomi Shapiro Stück für Stück holte ich alles aus ihr heraus Ihr echter Name sei Ella Wechsler Sagte sie Sie war 1925 in Hamburg geboren Und stammte aus einer assimilierten jüdischen Familie Speck, aber keine Wurst Sabbat und Sonntag Nicht, dass die Nazis Unterschiede machten, als es so weit war Ihr Vater, Otto Wechsler, leitete eine erfolgreiche Druckerei Ihre Mutter Hannah war Pianistin Ihre älteren Schwestern, Martina und Elisabeth, studierten Das Haus, eine große, vierstöckige Villa im Hamburger Stadtteil Grindel, war Treffpunkt von Musikern und Künstlern Ich dachte, das wäre das normale Leben Ich wusste nicht, dass uns Juden dieses Glück nicht gestattet war, Gorgine Ich wusste nicht, was es heißt, jüdisch zu sein Bis Hitler es uns erklärte Die Wechslers flohen 1938 nach England Ella war fast 13, Martina 17, Elisabeth 20 Durch einen Cousin gelangte Otto Wechsler an eine Stelle in einer Druckerei in der Whitechapel Road Der Besitzer Mr. Grip war ein alter Witwer aus Elisabethgrat, der ursprünglich Gribowitsch hieß und dessen Familie 1881 vor den Pogromen geflohen war Hannah wurde seine Haushälterin Elisabeth arbeitete in einer Bäckerei Martina lernte Krankenschwester Ella besuchte die jüdische Schule Sie lebten in einer winzigen Zwei-Zimmer-Wohnung über der Druckerei und schätzten sich glücklich Erzählen Sie mir von Atem Wann haben Sie ihn kennengelernt? Er kam 1944 nach London im Frühling Er fragte immer noch herum, ob jemand seine Schwester gesehen hätte Bis auf die Knochen abgemagert, verlaust und hohläugig kam er über eine jüdische Hilfsorganisation in die Wohnung in der Whitechapel Road Dort blieb er ein Jahr, half in der Druckerei und schlief auf einem Feldbett in der Werkstatt In seiner Freizeit begann er eine Geige zu bauen Gott weiß, wo er die Seiten her hatte, aber wenn er spielte, war es, als würden die Engel im Himmel spielen Manchmal haben Mutti oder ich ihn auf dem Klavier begleitet Und Naomi, wer war sie? Mrs. Shapiro starrte in die Lehre Naomi Löwenthal Sie war ziemlich groß, hübsch, immer mit rotem Lippenstift, hübschen Schmatten Wer hätte gedacht, dass ausgerechnet sie auswandern würde und in Israel im Boden herumbuddeln Sie begann mit ihren Ringen zu spielen Manche sagen, sie war schön Augen, die strahlten wie Feuer, ja Sie hatte Feuer in sich Und sie war in Arti verliebt Und er? Sie schniefte Ja Und er auch in sie Artem Shapiro und Naomi Löwenthal Heirateten im Oktober 1945 Ella, Hannah und Otto Wechsler gingen zur Hochzeit Lisabeth war in Dorset in den Flitterwochen Martina war im Juli 1944 von einer V2-Rakete getötet worden Ein lautes Klopfen an der Tür ließ uns beide zusammenzucken Dann platzte die Frau in der rosa Uniform herein, der ich vorher auf dem Gang begegnet war Die Zeit, Mrs. Shapiro Dann sah sie mich Mrs. Shapiro darf keinen Besuch haben Ich bin kein Besuch, ich bin, ich dachte hastig nach Ich bin die Adhäsionsberaterin Oh, das saß Sie musterte mich und versuchte, meinen Status einzuschätzen Sie müssen erst über die Heimleiterin einen Termin ausmachen Natürlich Ich stand auf und imitierte Mrs. Sinclairs Tonfall Wenn Sie uns jetzt allein lassen würden Wir haben unser Beratungsgespräch fast beendet Als wir wieder allein waren, packte Mrs. Shapiro meine Hände Behalten Sie mein Geheimnis für sich, Nungine? Natürlich Was soll ich tun? Unterschreiben Sie nichts Heiraten Sie Niki nicht Aber wenn ich verheiratet bin, müssen Sie mich nach Hause gehen lassen, oder? Ich versuche sie hier herauszuholen Wenn ich Nein zu ihm sage, kommt er nicht mehr her Am besten sage ich vielleicht Wie schafft er es, hier hereinzukommen? Er sagt, er werde mein Anwalt Aha, clever Aber vom Korridor hörten wir Stimmen Die Dame in der rosa Uniform war zuerst da Gefolgt von einer großen Frau und einem Wachmann Doch bevor sie loslegen konnten Wurden sie von einem grässlichen Schrei abgelenkt Der aus Zimmer 23 kam Ich lief hinaus Wir liefen alle hinaus Und auf dem Flur stand die Übergeschnappte und schrie Hilfe, eine Leiche In dem anschließenden Chaos vergaßen sie mich Und ich glitt durch die Schiebetür hinaus Die Anziehung von Bindemitteln und Fügeteilen Am nächsten Morgen versuchte ich mich auf den Artikel für Klebstoffe zu konzentrieren Die Anziehung der Oberflächen im Klebeprozess Die hohen Zugkräfte, die zwischen Bindemittel und Fügeteil herrschen Können adsorptiv, elektrostatisch oder diffusiv sein Es war etwas Romantisches, dachte ich an diesen hartnäckigen Kräften Bindungen so stark, dass sie sogar die Materialien überlebten, die sie verbanden Hm Meine Gedanken begannen zu wandern Es nutzte nichts Die Klebstoffe mussten warten Über Nacht hatte es geschneit und ich wollte raus Ich rief Mrs. Shapiro an, um zu fragen, ob sie etwas brauchte Sie ging nicht ans Telefon und so stapfte ich einfach los Als ich vor Kenyanhaus stand, sah ich, dass der Schnee das Ende der Regenrinne heruntergedrückt hatte Und das Schmelzwasser auf die Veranda tropfte Vielleicht musste ich wieder Mr. Ali holen Im Schnee war eine Fußspur, die vom Haus wegführte Sie musste schon aus dem Haus gegangen sein Wonderboy schlenderte den Gartenweg hinauf Setzte sich auf die Veranda und begann zu jaulen Was ist denn los? Ich wollte ihn streicheln, doch er schlug nach mir Ich gab ihm einen kleinen Tritt mit dem Gummistiefel und ging einkaufen Abends dann klingelte mein Telefon Es war die heisere Stimme einer alten Frau Sie ist hier Bitte? Ihre Freundin, sie ist hier Ich glaube, sie haben sich verfehlt Nee, habe ich nicht Sie hat mir die Nummer gegeben Sie sind doch die, die sie im Krankenhaus besucht hat Sie hat mir ihre Nummer gegeben Sagt, sie will ihren Morgenmantel und ihre Hausschuhe Endlich begriff ich, dass es die Übergeschnappte war Und sie sagt, wenn sie kommen, können sie ja auch ein Päckchen Zigaretten mitbringen Es piepte, dann war die Leitung tot Ich hatte Mrs. Shapiro den Hausschlüssel zurückgegeben Also packte ich meine eigenen Hausschuhe ein Ein Nachthemd und Stellas Bademantel Dann lief ich zur Bushaltestelle Sollte ich jetzt Zigaretten mitbringen? Oder würde ich damit Krankheit und Tod unterstützen? Wahrscheinlich Ich kaufte trotzdem welche Als ich ankam, hing die Übergeschnappte am Ausgang herum Ich kam mir vor wie ein Schmuggler, als ich ihr die Zigaretten gab Danke, Schätzchen, sie ist in der Eisenstation Es dauerte eine Weile, bis ich Mrs. Shapiro auf der ISIS-Station fand Sie war in einer schlimmen Verfassung Ihre Wange war blau, ein Auge fast zugeschwollen Und sie trug einen Verband um den Kopf Gorgine, Gott sei Dank sind Sie da Ihre Stimme war schwach Was ist denn passiert? Ich bin in den Schnee gefallen, alles gebrochen Jemand hat heute früh angerufen Hat gesagt, meine Katze wäre oben auf einem Baum und käme nicht mehr runter Wer hat angerufen? Ich weiß nicht Ich dachte, Wonderboy wäre auf dem Baum Wonderboy ist nicht gut im Klettern War er es? Hab ihn nicht gesehen Jemand hat mich geschubst Ich bin gestürzt Da haben sie mich wieder ins Krankenhaus gesteckt Sie kümmern sich um Wonderboy Nicht wahr, Gorgine? Der Schlüssel ist in der Manteltasche War es wirklich ein Unfall gewesen? Fragte ich mich auf dem Heimweg Oder hatte ihr jemand mit Absicht einen Stoß gegeben? Was hatte Mrs. Goodney gesagt? Wir wollen es doch nicht verantworten müssen, wenn sie wieder einen Unfall hat Die kaputte Regenrinne Am nächsten Tag Wartete ich auf eine Regenpause, um rüber zu kennen in das Haus zu flitzen Und meine Katzenpflichten zu erledigen Ich fütterte den pelzigen Haufen in der Küche Und wollte gleich wieder abschließen und gehen Doch es hatte erneut zu regnen angefangen Also Stieg ich wieder hinauf auf den Dachboden Setzte mich in den blauen Sessel Und tastete in der Ritze nach dem Babyfoto Ich betrachtete es und etwas, das ich vor langer Zeit im Biologieunterricht gelernt hatte Fiel mir wieder ein Das Gen für braune Augen war dominant Das für blaue Augen rezessiv Das Baby musste also mindestens einen braunäugigen Elternteil gehabt haben Mrs. Schaperos Augen waren blau Artem Schaperos Augen auch Jetzt wurde ich richtig neugierig Mit den Fingern tastete ich die Sesselritze ab Und fand einen weiteren Brief Kefah Daniel 26. November 1950 Mein liebster Artem Am 12. November kam unser Baby zur Welt Ein kleiner Junge Er hat dein Gesicht, Artie Und von mir die braunen Augen Oft erzähle ich ihm von seinem Papa in London Ich habe ihn Chaim genannt Nach unserem großen Präsidenten Chaim Weizmann Eines Tages wird sein Vater zu uns kommen Das habe ich ihm versprochen Warum kommst du nicht, Artie? Warum schreibst du nicht? Hast du uns ganz vergessen? Wir warten so sehnsüchtig auf dich, mein Liebster Die Luft hier ist so gut und sauber Ich bin ganz sicher, dass sie deiner Gesundheit gut tun würde Mein Lieber Ich denke immer noch an unser Haus in Highbury Und an unsere glücklichen Abende am Klavier Und dann kommen mir die Tränen Warum schreibst du nicht? Mit meiner ganzen Liebe Naomi Ich las den Brief wieder und wieder Wer war Naomi? Sie musste die hübsche, braunäugige Frau sein Die Mutter des Babys Aber wer war dann die alte Frau in Northmeer House? Ich sah auf die Uhr Ben würde bald nach Hause kommen Mir fiel wieder ein, was er mir erzählt hatte Wenn Gottes auserwähltes Volk Zurück ins gelobte Land zieht Wie 1948 Ist das der Anfang vom Ende aller Zeiten Ich erinnerte mich an den Brief im Klavierhocker Unser gelobtes Land Das Datum des Briefes war 1950 Als ich ihn das erste Mal gelesen hatte Wirkte er wie eine altertümliche Stimme aus einer anderen Zeit Doch jetzt waren Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft In eine unheimliche Kollision verwickelt So schnell ich konnte, rannte ich durch den Regen nach Hause In meinem Flur aber blieb ich wie angewurzelt stehen Vor mir stand ein glatzköpfiger Freak Hallo, Mom Ben grinste verlegen Was? Seine Haare Die wunderschönen braunen Locken waren fort Sein Schädel war bleich und nackt Es ist sehr Sag es nicht, Mom Wir mussten beide lachen Willst du ein paar Schokopops? Er schüttelte den Kopf Ich weiß nicht, warum du die immer für mich kaufst Dad kauft sie auch immer Ich hasse Schokopops Ich dachte, du magst sie Früher mal Am Samstag hatte der Regen aufgehört Ich ging zu Fuß zu Kenyon House, wo ich mit Mr. Ali wegen der Regenrinne verabredet war Ich wollte ihn nach Lüder fragen, ich wollte etwas über den Islam und den letzten Imam erfahren Doch als ich am Totally Place um die Ecke bog, bot sich mir durch die Bäume ein furchterregender Anblick Mr. Ali baumelte in der Luft wie ein pummeliger Tarzan Verzweifelt klammerte er sich in schwindender Höhe an ein Stück der gusseisernen Regenrinne Am Boden stolperten zwei junge Männer in weißen Gewändern und arabischem Kopfputz durchs nasse Gebüsch und kämpften mit einer Aluminiumleiter, die sie in Mr. Ali's Richtung schwenkten Ich hielt die Luft an und mir schoss ein Gedanke durch den Kopf Diese Männer waren zu nichts Nutze In diesem Augenblick verlor der Vordermann die Konzentration und im gleichen Moment beschloss Wonderboy, auf ihn zuzustürmen Der Mann wich dem Kater aus und stolperte vorwärts, ohne die Leiter loszulassen, sodass die Spitze ins Schlafzimmerfenster krachte, nur eine Handbreit von Mr. Ali entfernt, der sich die Seele aus dem Leib schrie Dann entdeckte er mich am Gartentor Unsere Blicke trafen sich Ich konnte nicht mehr zurück Ich packte das eine Ende der Leiter, fest entschlossen, ihnen zu zeigen, dass ich nicht so dämlich war wie sie Doch die Leiter war viel schwerer, als ich gedacht hatte Ich taumelte unter ihrem Gewicht Das andere Ende schwang herum und knallte einem von ihnen an den Kopf Er torkelte rückwärts ins Gebüsch und blieb reglos liegen Lieber Himmel, hatte ich ihn umgebracht Mr. Ali und der andere junge Mann waren still geworden Wonderboy blickte zu mir auf Und ich bildete mir ein, in seinen schrägen, gelben Augen stand etwas wie Respekt Doch ein paar Sekunden später rappelte sich der junge Mann aus dem Gebüsch hoch Und zu dritt schafften wir es, die Leiter zu voller Länge auseinanderzuziehen Und sie sicher unter Mr. Alis Füßen an die Mauer zu stellen Beim Herunterklettern spuckte er buchstäblich vor Zorn Aber als seine Füße den Boden berührten, schien sein Kampfgeist abrupt erloschen Der Job ist für junge, fitte Männer, nicht für Doppel-Excel, Herr in mein Alter Aber sie waren wirklich exzellent, Mr. Ali Wie sie die Ruhe bewahrt haben Nein, Größe XXL, Mrs. George Er schlang die Arme um seinen Hamsterbauch Nicht gut für Leiter Die beiden anderen Männer waren jünger als Mr. Ali Größer und unglaublich gut aussehend Mit dunklen, funkelnden Augen und weißen, funkelnden Zähnen Hallo, ich bin Georgie Sie nickten und strahlten mich an Offensichtlich sprachen sie kein Wort Englisch Erlauben Sie mir vorzustellen Mrs. George, das ist mein Neffe Ismail Er ist vollkommen nichtsnutz Das ist sein Freund Nabil Er ist auch vollkommen nichtsnutz Dann sprach er arabisch mit ihnen Und etwas an der Art, wie er mich ansah Lies mich vermuten, dass er sagte Auch ich sei zu nichtsnutze Die männlichen Nichtsnutze schleppten die Leiter zurück Zu einem roten Lieferwagen Dann setzten sie sich auf die Verandatreppe Und rauchten eine Zigarette Dies Haus, es braucht viel Arbeit Seufzte Mr. Ali Ich weiß nicht, ob ich schaffe das mit dieser Nichtsnutze Bestimmt schaffen sie das Es hat keine Eile Ich glaube, es dauert ein bisschen, bis Mrs. Shapiro zurückkommt Er sah mich schief an Wissen Sie, Mrs. George Ich finde es schade, dass so großes Haus leer stehen muss Mein Neffe Ismail hat keine Wohnung Schläft auf Boden bei mir zu Hause Macht meine Frau verrückt Der Andernichts nutzt Schläft auch manchmal bei uns Na ja, begann ich Dann kam mir der Gedanke, dass die beiden nützlich darin sein könnten Typen wie Mrs. Goodney und Nick Wolf fernzuhalten Und sie könnten die Katzen füttern Es muss natürlich absolut klar sein Dass sie sofort wieder ausziehen, sobald Mrs. Shapiro zurückkommt Kein Problem Ich fragte mich, was Mrs. Shapiro wohl sagen würde, wenn ich ihr erzählte, dass sie Palästinenser waren Tut mir leid Sie haben kein Geld für Miete Aber sie bringen Haus in Ordnung Sie reparieren Alles wie neu Er sah meinen Blick Ich beaufsichtige natürlich Wo haben Sie Ihre handwerklichen Fähigkeiten gelernt, Mr. Ali? In Lüder? Er schüttelte den Kopf Nein Wir wurden aus Lüder fortgeschickt Wissen Sie nicht, was dort passiert ist? Sie meinen den terroristischen Anschlag Ich erinnere mich, sagte ich mit mir zufrieden Ha! Die ganze Welt erinnert sich Terroristen schießen auf unschuldige Israeli Aber wissen Sie auch warum? Wissen Sie, was vorher passiert ist? Ich schüttelte den Kopf Erzählen Sie es mir 1948 wurden alle Palästinenser aus Lüder vertrieben Viele Städte in unser Land wurden zerstört Um Platz für Juden zu machen Sie leben heute noch in Flüchtlingslagern Er verstummte Aber Sie sind Handwerker geworden? Fragte ich ermutigend Weil ich die Hoffnung nicht aufgab Dass am Ende irgendetwas Positives herausgekommen war In Ramallah wurde ich zu Ingenieur ausgebildet Hier in England musste ich neue Prüfungen machen Aber ich bin alt Wer nichts nutzt? Er zeigte auf seinen Neffen Will auch Ingenieur studieren Aeronautik Das klang ziemlich intelligenzlastig Hat Stipendium Der andere, äh, weiß ich nicht Jetzt lernen beide Englisch Erste Klasse Englischkurs hier in der Nähe Metropolitan University Gleich neben dem Arsenal-Stadion Als die Nichtsnutze mitbekamen, dass von Ihnen die Rede war Schalteten sie sich ein Arsenal, ja bitte Ja, das war sicher ein Erste Klasse Englischkurs Und warum sind Sie nach England gekommen, Mr. Ali? Ich meine, was ist mit Ihrer Familie dort? Sie stellen schwierige Fragen, Mrs. George Tut mir leid Angewohnheit aus Yorkshire Wissen Sie Als mein jüngster Sohn gestorben ist, sah ich keine Hoffnung mehr Gibt keine Möglichkeit, Konflikt zu beenden Ich wollte nur weg Ich habe Freund, Engländer Er hat uns geholfen, herzukommen Ihr Sohn ist gestorben? Blinddarmdurchbruch Er startet zu Boden Wir waren in Rantes Familie von Frau besuchen Wir wollten ihn in Tel Aviv ins Krankenhaus bringen Aber wir wurden aufgehalten An Checkpoint Meine Frau flehte Soldat an Er war ein Kind von 18 Jahren Aber er hatte Macht von Leben und Tod über uns Er spielte mit dieser Macht Er sagte, wir müssen zurück nach Ramallah Als wir da waren, war zu spät Wie kann ich vergeben? Mein Sohn war 14 Jahre alt Er begann auf die Ecke einer herumliegenden Zeitung Eine Landkarte zu zeichnen Das war vor fünf Jahren Jetzt mit Mauer ist schlimmer Sehen Sie? Grüne Linie Mauerlinie Er zeichnete eine zweite Wellenlinie Ich starte die Landkarte an Diese verrückte Schlangenlinie Warum war da überhaupt eine Linie? Was meinen Sie, Mrs. George? Mr. Ali unterbrach mich in meinen Gedanken Können Sie hier bleiben? Ich weiß nicht Wenn Sie vielleicht erst die Regenrinne reparieren Habe ich Zeit, mit Mrs. Shapiro zu sprechen Morgen, wir kommen mit neuer Regenrinne und großer Leiter Sie werden sehen Ähm, und das Fenster Das müsste jetzt auch noch repariert werden Die Klebstoffausstellung Nathan holte mich um zehn am nächsten Morgen In einem offenen Sportwagen Einen blassblauen Morgan ab Zur Begrüßung umarmte er mich Ich ging dazu ein wenig in die Knie Mein Vater kann leider nicht mitkommen Ah, wir sind nur zu zweit Mein Herz macht einen Hüpfer Ich fürchte ja Wir schossen die Holloway Road hinauf Und dann auf die Landstraße Wo mir der Wind ins Gesicht peitschte Läden, Häuser, Bäume, zisch Dann tauchte ganz plötzlich Peterborough aus dem Nebel auf Das Messezentrum befand sich am Stadtrand In einer Art niedrigem, gesichtslosem Hangar Nathan parkte in der Nähe des Eingangs Und lächelte ein Grübchen lächeln Hat es dir gefallen, George? Ich lächelte matt zurück Ich schaffte es nicht, ja zu sagen Nicht einmal ihm zuliebe Die Messe selbst war bei weitem nicht so aufregend wie die Fahrt Naja, was hatte ich erwartet? Das Spannendste war ein Auto Ein Jaguar Der mit dem Dach an eine Metallplatte geklebt war Die an einer Kette von der Decke baumelte Er hing in der Luft Gehalten allein durch die Kraft des Klebstoffs Plötzlich kam mir ein Gedanke Nathan, meinst du, man könnte Klebstoff benutzen Um einen Zahnbürstenhalter an die Badezimmerkacheln zu kleben? Natürlich Es gibt Spezialkleber, die Nägel überflüssig machen Aber im Bad müsste man ohnehin Dübel und den Akutbohrer verwenden, oder? Du meinst statt eines chronischen Bohrers Wieso? Du meinst einen Akkubohrer, Georgie Aber du hast recht Dübel wird es nicht mehr lange geben Heutzutage können Klebstoffe mindestens genauso viel Mein Herz tat einen Sprung Der Akutbohrer war Geschichte Hey, schau dir das an, Georgia Er war an einem Stand für Sekundenkleber stehen geblieben Um sich ein Foto anzusehen Die Großaufnahme eines Hinterns Der an einer Plastikklobrille klebte Offensichtlich war das Foto im Krankenhaus entstanden Im Hintergrund stand jemand mit OP-Handschuhen Auf der Tafel neben dem Foto stand nur Cyanoacrylat AXP36C Ein gefährlicher Streich Du meine Güte, sagte Nathan Keine schlechte Idee, dachte ich Nathan schlenderte weiter Hast du eigentlich schon immer mit deinem Vater zusammen gewohnt? Fragte ich beiläufig Nein Ich streifte leicht seinen Arm, als er wieder stehen blieb Doch er schien es nicht zu bemerken Meine Eltern leben in Yorkshire Sie fehlen mir Aber ich könnte nicht mit ihnen zusammenleben Ich weiß auch nicht, ob ich es noch lange mit Tati aushalte Ich streifte ihn wieder Diesmal mit mehr Entschlossenheit Meine Intentionen mussten doch völlig klar sein Er schlug sein Notizbuch auf und kritzelte etwas hinein Daraus können wir einen hübschen Artikel für Klebstoff Wir in der modernen Welt machen, Georgia, sagte er Etwas über die Geschichte des Klebens Was meinst du? Vielleicht stand er einfach nicht auf mich Vielleicht war ich ihm nicht intelligent genug Hm, gute Idee Oder sogar Klebstoff Gestern, heute, morgen Du könntest ein bisschen spekulieren Klebstoff aus recycelten Einkaufstüten Klebstoff aus illegalen Einwanderern Er grinste mich von der Seite an Wie die Nazis aus Judenleim gemacht haben Es war sogar besonders guter Leim Jetzt versuchen die Juden aus dem Palästinensern Leim zu machen Weniger erfolgreich Sie sagen, Gott hätte es ihnen befohlen Ich starrte ihn an Wie konnte er darüber Witze machen? Tut mir leid Das mit dem Leim meinte ich nur metaphorisch Dass es alles ein klebriger Schlamassel ist Und ich meinte den israelischen Staat Nicht die Juden Das ist ein großer Unterschied Wovon zum Teufel redete er? Ich verstehe ihn nicht Ich bin, was man einen selbstverachtenden Juden nennt Ein schwuler Jude voller Selbsthass Oh, schwul Das erklärte alles Innerlich lächelte ich dankbar Dass er mir Bescheid sagte Bevor ich mich vollkommen lächerlich machte Aber warum der Selbsthass? Hast du dich wirklich, Nathan? Selbsthass ist nur ein Etikett Dass die Neo-Zionisten den Leuten aufkleben Die anderer Meinung sind als sie Entweder ist man ein Antisemit Oder ein selbstverachtender Jude Er schenkte mir ein Lächeln Schwul Wie schade Tati ist übrigens bei mir eingezogen Nachdem meine Mutter starb Und Raoul ausgezogen ist Damit hat er meinem Liebesleben sozusagen Den Chaos gemacht Ist er grob zu deinen Freunden? Nein, nein Aber er sinkt Ich hoffe immer noch Dass sich irgendwann eine nette Witwe seiner annimmt Wir blieben vor dem nächsten Foto stehen Ein kleines Mädchen Dessen Hände zusammengeklebt waren Sie weinte Oh je Wie in jeder Gebrauchsanweisung nachzulesen Ist einer der Nachteile der festen Haftung Dass eine Trennung Meistens nicht ohne Beschädigung der Fügeteile möglich ist Bemerkte Nathan trocken Ich starte das Foto an Ich weiß, was du mit Selbstverachtung meinst, Nathan Ich verachte mich auch manchmal Ich meine, oft komme ich mir so dumm vor Oder unfähig Oder unausstehlich Oder ich wünschte Ich wäre jemand anders Meine Stimme zitterte Ich habe das Gefühl Ich habe mein Leben verpfuscht Das Problem war einfach Dass ich mit Rip verbunden war Permanente Haftung Er war der einzige Mann Den ich wirklich geliebt hatte Und ganz egal, wie wütend ich auf ihn war Ich wusste, ich würde nie wieder jemanden So lieben wie ihn Nathan legte den Arm um mich Klebstoff kann eine vertrackte Angelegenheit sein Ich lehnte den Kopf an seine Schulter Und er stand einfach nur da Und ließ mich weinen Nach einer Weile zog ich Ein zerknülltes Taschentuch aus der Tasche Nathan Darf ich dich um etwas bitten? Schieß los Würde es dir etwas ausmachen Auf dem Heimweg Ein bisschen langsamer zu fahren? Ein Ausflug zum Baumarkt Am nächsten Morgen rief ich Miss Bediel an Zu meiner Überraschung meldete sie sich sofort Gott sei Dank, dass ich sie erreiche Mrs. Shapiro ist entführt worden Ganz ruhig Atmen Sie tief ein Eins, zwei, drei, vier Und jetzt atmen Sie aus Zwei, drei, vier Ganz ruhig Der Knoten in meinem Magen löste sich Und meine Fäuste wurden wieder zu Händen Gut gemacht Was wollten Sie sagen? Ich erklärte ihr, dass Mrs. Shapiro Gegen ihren Willen festgehalten wurde So lange, bis sie ihr Haus überschrieb Ich vermied es, Mrs. Goodney Direkt zu beschuldigen Aber Miss Bediel Regte sich sowieso mehr darüber auf Dass Mrs. Shapiros Recht Der freien Wahl der Lebensführung Verletzt wurde Wir verabredeten uns für Freitag am Haus Ich wollte sicher gehen, dass die Nichtsnutze vorankam Miss Bediel würde in der Zwischenzeit Northmare House Einen Besuch abstatten Das ist eine Verletzung der Menschenrechte Sagte sie zuversichtlich mit ihrer Pfirsichstimme Am Mittwochnachmittag Machte ich mich wieder auf den Weg zum Northmare House Doch im Bus musste ich eingeschlafen sein Denn als ich aus dem Fenster sah Hatte ich meine Haltestelle verpasst Als der Bus endlich hielt Fand ich mich vor einer orange-grauen Fassade wieder Ein B&Q Baumarkt Das muss Schicksal sein, dachte ich Die Filiale war fast leer, sodass eine ehrwürdige Stille herrschte Cyanu Acrylat AXP36C Ich sah mir die Etiketten auf den Packungen an Suchte nach den schrecklichsten Warnhinweisen Und warf dann ein paar Sekunden Kleber in meinen Einkaufskorb Als mir auf dem Rückweg einfiel, dass ich eigentlich zu Northmare House wollte Hatte ich die Bushaltestelle schon wieder verpasst Mrs. Shapiro würde noch einen Tag warten müssen Als ich in unsere Straße einbog, sah ich, dass ein Wagen vor dem Haus stand Ein Jaguar Bist du unter die Heimwerker gegangen, Georgina? Neugierig musterte Mark die Tüte Hast du Zeit für ein kurzes Gespräch? Über Kenne hinaus? Es gibt da ein paar Entwicklungen Ich sah auf die Uhr, es war gerade drei Es muss aber schnell gehen Ben kommt bald heim Nick Wolf, du hattest recht Seine Absichten sind nicht ehrenhaft Ganz und gar nicht ehrenhaft Komm lieber rein Er folgte mir ins Haus Auf dem Weg in die Küche stopfte ich die B&Q-Tüte ins Regal im Arbeitszimmer Dann setzte ich den Kessel auf Erzähl Also Nick Er ist wie besessen von Kenne hinaus Er hat schon Pläne zeichnen lassen Um aus dem Anwesen eine geschlossene Wohnanlage zu machen Luxuswohnungen, Penthouses, Fitnessräume Ein japanischer Garten Plus sechs Studio Apartments in den Ställen Aha Und was hat er mit Mrs. Shapiro vor? Er will sie heiraten Ich tat so, als wäre ich schockiert Anscheinend haben sich die beiden angefreundet Sie behauptete, sie sei 61 Doch er hat heimlich einen Blick in ihre Krankenakte geworfen Dort wird ihr Alter mit 96 angegeben Nein Wirklich? Ich tat überrascht Er dachte Ja Ein paar Jahre Höchstens Hat er dir gesagt, dass sie einen Sohn hat? Ja Deswegen hat er es mit dem Heiraten so eilig Ist er mit ihr verheiratet, bekommt er das Anwesen, wenn sie den Löffel abgibt Es sei denn, sie hat ein Testament gemacht Der Sohn kommt angeblich aus Israel her Aber ich weiß nicht, ob er wirklich ihr Sohn ist Ihr Mann war vorher schon einmal verheiratet, verstehst du? Vor was? Das war die Frage, die ich nicht beantworten konnte Wenn Ella Wechsler, Artem Shapiro, geheiratet hätte, hätte sie Ella Shapiro geheißen Warum nannte sie sich dann Naomi? Und wenn sie gar nicht mit ihm verheiratet war Wenn sie nun mit ihm zusammen lebte Hm, da ist was dran Würde ihr das Haus dann überhaupt gehören? Am funkelnden Gold in seinen Augen konnte ich sehen, wie sein Gehirn arbeitete Wenn sie all die Jahre dort gelebt hat, gehört das Haus doch sicher ihr Das hängt von den Grundbucheinträgen ab Er sah mich mit diesen vielfarbigen Augen an Ich spürte, wie ich innerlich schmolz Es wäre interessant, mal einen Blick in ihre Papiere zu werfen, Georgina Weißt du, wo sie sie aufbewahrt? Keine Ahnung, murmelte ich, während ich sinnlich den Teebeutel ausdrückte Er stand auf Sollen wir? Er ging vor Ich folgte ihm Ein zahnloses Lächeln Nachdem Ben am Samstag mit Rip davongefahren war Zog ich meine alten Jeans an, packte eine Taschenlampe ein und ging zu Kenne in Haus Ich war fest entschlossen, die Identität der geheimnisvollen Frau auf dem Foto festzustellen Ich fütterte die Katzen und machte den Haufen im Flur weg Dann begann ich systematisch zu suchen An der Tür zum Wohnzimmer war die Klinke kaputt So dass sie einen Spalt offen stand Ich schob sie auf Der Gestank war so überwältigend, dass ich beinahe zurückprallte Die Möbel waren mit weißen Tüchern abgedeckt Ebenso ein schwerer Flügel Und vor dem Erkerfenster durchzog ein riesiger Riss die Wand Durch den ein kalter Zug hereinpfiff Wahrscheinlich waren die Wurzeln der Araukarie für den Schaden verantwortlich Im Klavierhocker waren Noten Beethoven, Chopin, Delius, Grieg Nicht die Sachen, die man im Kippex hörte Vorne in den Kriegnoten stand ein Name Hannah Wechsler In den Liedern von Delius stand Ella Wechsler Wer waren sie? Als ich durch die anderen Noten blätterte, flatterte etwas zu Boden Es war ein Brief Kifa Daniel bei Lüda 18. Juni 1950 Mein liebster Atem, warum antwortest du nicht auf meine Briefe? Ich denke jeden Tag an dich Die ganze Zeit frage ich mich, ob es richtig war, dich in London zurückzulassen Aber ich kann meine Entscheidung nicht rückgängig machen Denn dies ist unser Hort der Sicherheit, mein Liebster Der Ort, wohin unser Volk aus allen Ländern, in denen wir im Exil waren, kommt, um endlich in Frieden zu leben Hier, in unserem gelobten Land, wird unsere verstreute Nation endlich zur Ruhe kommen Wenn du doch nur auch hier wärst, Atem Du kannst dir nicht vorstellen, mein Liebster Wie glücklich es uns macht, nicht für Profit zu arbeiten Sondern für den Aufbau einer Gemeinde Wir bauen eine Zukunft für unsere Kinder Hier werden sie frei und ohne Furcht aufwachsen In einem Land ohne Stacheldraht Aus dem uns nie wieder ein Mensch vertreiben kann Endlich sind wir aus unserer vorläufigen Unterkunft in Lüda In den neuen Moschafir in Kifa Daniel gezogen Ein paar Hektar ödes Land und ein kleines Wasserrinnensaal Ein verlassener Ort, der früher nur ein paar Dutzend Menschen und ihr kümmerliches Vieh genährt hat Doch er wird unser Garten sein Itzak hat Samen eines neuen Fruchtbaums namens Avocado organisiert Den er hier kultivieren will, sobald wir das Problem mit der Bewässerung gelöst haben Mein Liebster, ich hab eine große Neuigkeit Unsere Liebe trägt eine Frucht Arti, du wirst Vater An vielen Abenden gehe ich hinauf auf den Gipfel bei Tel Hadid Und sehe dem Sonnenuntergang zu Und dann denke ich an dich Dort, jenseits des Meeres Und an dein Kind, das hier in mir wächst Mein liebster Schatz, bitte komm Mit innigen Küssen Naomi War der Brief hier versteckt oder verlegt worden? Ich las ihn noch einmal Diesen Stil hatte sie inzwischen völlig abgelegt, dachte ich Dann faltete ich den Brief wieder zusammen und steckte ihn ein Neugierig blätterte ich die übrigen Notenhefte durch Das Delius Liederbuch klappte auf einer Seite auf, in die jemand die englische Übersetzung einer deutschen Zeile gelegt hatte Hab jüngst gesehen, zwei Augen braun Drin war mein Heil, mein Welt zu schauen Das Licht der Taschenlampe flackerte Ich stellte sie aus und ging nach oben In Mrs. Shapiros Schlafzimmer packte ich ihr Satan-Nachthemd ein Den Genie-Beidemantel und die König-der-Löwen-Hausschuhe Dann ging ich auf den Dachboden Ich war noch nie da oben gewesen Und hatte Mark innerlich belächelt, als er von einem Penthouse gesprochen hatte Doch als ich die steile Treppe hinaufkletterte Flutete Licht durch zwei hohe Giebefenster Die mir eine fantastische Aussicht auf die Highbury Fields erlaubten Allerdings waren die Zimmer voller Gerümpel Ich seufzte Zu meiner Linken öffnete sich ein kleiner Durchgang zu einer Wendeltreppe ins Turmzimmer Wo ein breiter Sessel mit verblasstem Samtpolster stand Als ich mich setzte, stieg eine Staubwolke auf und ich musste niesen Meine Hände wanderten über den Samt Und plötzlich stießen sie auf etwas Hartes Eine Münze Ein altmodischer Penny steckte in der Ritze des Sessels Ich fand außerdem eine Büroklammer, eine Zigarettenkippe und ein kleines zerknittertes Foto Ich strich es glatt Es war das Foto eines Babys Eines zahnlosen, lächelnden, braunäugigen Babys Juhu! Jemand zu Hause? Ich fuhr zusammen, ich hatte die Haustür offen gelassen Ich schob das Foto wieder in die Ritze und stieg nach unten Im Flur stand Mrs. Goodney und grinste mich selbstgefällig an Sie schauen sich gründlich um, was? Mrs. Shapiro hat mich gebeten, die Katzen zu füttern Sie sollen sie im Schlafzimmer füttern? Ich wurde rot Mehr aus Wut als aus Verlegenheit Doch ich hielt den Mund Jedenfalls können sie mir den Schlüssel jetzt geben Denn wir haben festgestellt, dass sie gar nicht die nächste Angehörige sind Sie hat einen Sohn Ich schnappte nach Luft Das Baby Doch irgendwas an der Art, wie Mrs. Goodney mich ansah Gab mir das Gefühl, sie blöffte Nun, das war ein Spiel, das ich auch spielen konnte Ich glaube nicht, dass er den ganzen Weg aus Israel hierher kommt, um die Katzen zu füttern Sie blinzelte Wir sind mit internationalen Behörden vernetzt, wissen Sie? Wir werden ihn bitten, sich um die Sachen seiner Mutter zu kümmern, wenn das Haus verkauft wird Sie können das Haus nicht ohne Ihre Zustimmung verkaufen Natürlich hat auch er ein Interesse daran, was aus dem Besitz wird In der Zwischenzeit kümmert sich der Sozialdienst um sie Mrs. Goodney streckte die Hand nach dem Schlüssel aus Ab jetzt sorge ich für die Katzen Sicher Mit einem Anruf bei der Schädlingsbekämpfung Ich gebe Ihnen den Schlüssel nicht ohne Mrs. Shapiros schriftliche Erlaubnis Ich kann mit einem Gerichtsbeschluss zurückkommen Schön, tun Sie das Konnte sie wirklich? Nachdem sie fort war, schloss sich das Haus sorgfältig ab Nahm die Tasche mit Mrs. Shapiros Sachen und machte mich auf den Weg zum Krankenhaus Doch als ich ankam, war sie fort Ich suchte die ganze Station ab, aber sie war nirgends zu finden Aber ich entdeckte die Übergeschnappte draußen vor dem Ausgang Als sie mich sah, packte sie mich am Arm Sie haben mir die Zigaretten abgenommen Sie zeigte auf ein paar Jugendliche Ich ging zu ihnen rüber Habt ihr? Die hat sie nicht mehr alle Seien Sie froh Versuchte ich, die Übergeschnappte zu trösten Zigaretten sind nicht gut für sie Sie starrte mich mit einem Blick an, der zugleich verzweifelt und verächtlich war Na gut, ich besorge Ihnen welche Wissen Sie, wo meine Freundin ist? Mrs. Shapiro Die haben Sie heute Morgen weggebracht Wollten Sie in ein Heim stecken Wissen Sie, wie das Heim heißt? Neidmeerhaus Neidmeerhaus? Albtraumhaus Das klang nicht gut Weder im Telefonbuch noch im Internet war ein Neidmeerhaus verzeichnet Ich rief Miss Bediel an und hinterließ eine Nachricht, doch sie rief nicht zurück Ich war wütend und frustriert Vielleicht konnte uns Marc Diabello helfen Er hatte ein Interesse daran, dass Mrs. Shapiros Haus nicht ohne ihr Einverständnis verkauft wurde Aber wollte ich ihn wiedersehen? Ich wählte seine Nummer Es klingelte nur einmal Hallo, Georgina Schön von dir zu hören Etwas an seiner Stimme erinnerte mich an Velcro Ich errötete Mrs. Shapiro ist verschwunden Sie ist in irgendeinem Heim, aber ich weiß nicht wo Überlass das mir, Georgina Wann sehen wir uns? Danke, Marc, ich muss Schluss machen Doch noch bevor er sich wieder meldete Fand Mrs. Shapiro einen Weg, sich selbst mit mir in Verbindung zu setzen Als ich im Cannon House nach dem Rechten sah, fand ich einen Brief auf der Fußmatte Es war ein gebrauchter Umschlag, der vorher an eine Mrs. Lillian Brown in Northmare House Lear Gardens Close adressiert war Die Adresse war durchgestrichen und Mrs. Shapiros Adresse stand daneben Der Umschlag war leer, bis auf die abgerissene Ecke einer Zeitung, auf der drei Worte standen Helfen Sie mir Epoxidharz härter Manchmal, wenn ich zu verstehen versuche, was auf der Welt vor sich geht, denke ich unwillkürlich an Klebstoffe Jeder Klebstoff reagiert mit den Oberflächen und der Umgebung auf seine ganz spezifische Weise Die Kunst, eine gute Bindung herzustellen, besteht darin, für die jeweiligen Fügeteile das passende Bindemittel zu finden Acrylkleber zum Beispiel binden bekanntermaßen schnell ab und erfordern keine aufwändige Oberflächenvorbereitung Wie etwa Epoxidharze, die eine hohe Bindekraft, aber auch eine längere Abbindezeit haben Epoxidharzkleber bestehen aus zwei Komponenten Dem Kunstharz selbst und dem Härter, der den Prozess beschleunigt Am Freitag saß ich an meinem Laptop und dachte über diesen philosophischen Dualismus nach, als mir ein Gedanke kam Was ich für eine erneute Verbindung mit Mrs. Shapiro brauchte, war ein Härter Und wer konnte Härter sein als Mr. Wolf? Mit neuer Tatkraft verfasste ich einen guten Besserungsgruß an Mrs. Shapiro Und riet ihr, unter keinen Umständen irgendetwas zu unterschreiben Ich legte einen frankierten und adressierten Briefumschlag und ein leeres Blatt bei Schob beides mit der Karte in den Umschlag und klebte ihn zu Dann ging ich zu Wolf und Diabello Ein Blick auf den Parkplatz verriet mir, dass Marc unterwegs und Wolf da war In dem kleinen Büro war seine körperliche Präsenz überwältigend Ich erklärte ihm mit meiner freundlichsten Stimme, dass Mrs. Shapiro nach ihm gefragt hätte Ich notierte ihm die Adresse von Northmay House und bat ihn, ihr meine Karte mitzunehmen Falls er die Zeit fände, sie zu besuchen Dann ging ich wieder nach Hause und setzte mich an die Klebstoffe Teil 4 Klebstoffe im häuslichen Bereich Die Gasbetonfestung Northmay House war ein Zweckbau aus verputzten Gasbetonsteinen mit kleinen quadratischen Fensterlöchern Der Zugang ins Innere war nur durch eine Schiebeglastür möglich, die von einer Frau in Uniform bewacht wurde Kann ich Ihnen helfen, bellte sie Ich möchte Mrs. Shapiro besuchen Sie darf keinen Besuch empfangen Wie meinen Sie das? Meine Stimme war ein bisschen schrill Einatmen Drei, drei, vier Das steht so in der Krankenakte, kein Besuch Wer hat das zu entscheiden? Das entscheidet die Heimleiterin Kann ich mit ihr sprechen? Sie sah mich mit kaltem Blick an Sie ist in einem Meeting Ich drehte mich um und ging Zu Hause setzte ich als erstes den Kessel auf Und während das Wasser heiß wurde, hörte ich den Anrufbeantworter ab Eine Nachricht von Mark, der mich um einen Rückruf bat, wenn ich Zeit hatte Eine von Nathan, der mich an die neue Abgabefrist erinnerte Und eine knappe Vierwortnachricht von Rip Ruf mich sofort zurück Das konnte er vergessen Ich versuchte Rips Nachricht zu löschen und löschte aus Versehen alle Ich schenkte mir ein Glas Wein ein Und dann noch eins In der Küche war es so still Das Telefon klingelte Es war Mark Georgina, du bist zu Hause Ich habe ein paar Recherchen angestellt Soll ich vorbeikommen? Ich hätte auflegen sollen, aber der Wein machte mich sentimental Und die mir lasse Süße seiner Stimme erfüllte mich mit unerwarteter Sehnsucht Nein, nicht nach Sex Ich sehnte mich nach jemanden, der nett zu mir war Zehn Minuten später war er da Und er hatte nur Sex im Angebot Als das Bettzeug auf meiner Haut abkühlte, fiel mir Mrs. Shapiro wieder ein Weißt du, Mark, ich habe immer noch Fragen zu dem Haus Was fragst du dich, Liebling? Was du und dein Partner, was ihr vorhabt Weißt du, ich könnte dich das gleiche fragen, Georgina Warum bist du überhaupt zu uns gekommen? Sie ist nicht deine Tante Es ist klar, dass sie nicht verkaufen will Weshalb also dieses Interesse deinerseits? Was versprichst du dir davon? Ich schnappte nach Luft Mrs. Goodney, erinnerte ich mich Hatte mir den gleichen Vorwurf gemacht Gar nichts Da war diese Frau vom Sozialdienst Sie wollte Mrs. Shapiro ins Heim stecken Und sie zwingen, das Haus zu verkaufen Sie wollte ein Gutachten von einem Damien bei Hendricks erstellen lassen Ich habe gehört, wie sie das gesagt hat Er setzte sich auf Das hättest du mir sagen sollen Alle Immobilienmakler haben ihre Kontakte bei den Behörden So erfahren wir von Objekten mit Potenzial, bevor sie auf den Markt kommen Beim ersten Mal hatte die Frau einen Mann dabei Vielleicht war er Bauunternehmer Ich glaube, sie zeigte ihm das Haus Mit ihm muss sie danach telefoniert haben Aber wenn Was ist, wenn Mrs. Shapiro Familie hat? Sie machen einen Deal mit der Familie, Georgina Die Familie kriegt sofort ihr Geld Und sie müssen sich nicht um das Haus kümmern Es gibt immer jemanden, der da mitmacht Die Menschen In meinem Beruf sieht man meistens ihre schlimmsten Seiten Ich verstehe das nicht Wenn der alte Vater ins Heim kommt Soll der Verkauf des Hauses die Heimkosten decken Richtig? Und 500 Pfund die Woche Oder mehr Kann schnell das gesamte Vermögen verschlingen Aber wenn das Geld weg ist Übernimmt das Sozialamt die Kosten für das Heim Also besorgt man sich einen Gutachter Der ein falsches, niedriges Gutachten erstellt Er kriegt einen Anteil Die Verwandten zahlen die Heimkosten Bis das Geld aus dem falschen Verkauf weg ist Und das Sozialamt übernimmt den Rest Nach ein paar Monaten Können sie das Haus zu seinem Warenwert auf den Markt stellen Und die Differenz stecken sie ein Aber das ist Betrug! Du bist sehr unschuldig, Süße Das gefällt mir Er küsste mich auf die Stirn Und plötzlich fühlte ich mich unbehaglich Du solltest lieber gehen Ben kommt bald Abgesehen davon glaube ich nicht, dass sie Familie hat Er bedachte mich mit einem Blick Als wüsste er, dass das mit Ben gelogen war Und griff nach seiner schicken, schwarzen Lycra-Unterhose Dann zieht die Frau vom Sozialdienst die Sache vielleicht allein durch Wen bestiehlt sie schon? Eine Familie gibt es nicht Die alte Dame braucht die Millionen nicht Sie braucht nur ein hübsches, sauberes Heim Warum nicht ihr helfen und dabei sich selbst helfen? Ich war schockiert Sollte Sozialarbeiter nicht das Wohl der alten Leute wichtig sein? Er lachte Ein kaltes Lachen Niemandem sind andere Leute wirklich wichtig in dieser Welt, Georgina Weißes PVC Am Samstagmorgen fuhr Ben zu Rip Und ich erhielt einen Anruf von Mr. Ali Sie können kommen, Mrs. George Haus ist alles repariert Als ich ankam, erwarteten sie mich bereits Die Nichtsnutzer trugen Jeans und Baseballkappen Die arabischen Kostüme waren anscheinend nicht mehr angesagt Mr. Ali grinste stolz Sensen Oben am Haus prangte ein nagelneues weißes PVC-Fenster Allerdings hatte es nicht ganz die gleiche Höhe wie die Fensteröffnung Die deshalb mit Betonziegeln zugemauert worden war Eine nagelneue Regenrinne lief um das ganze Haus Sie war ebenfalls aus weißem PVC Das Gebüsch war zurückgeschnitten worden Um Platz für einen weißen PVC-Tisch mit Stühlen zu machen Und ein weißes PVC-Vogelbart stand auf dem Rasen Wonderboy saß daneben Umringt von einem Haufen Federn Und wirkte überaus zufrieden Es ist wunderschön Die Nichtsnutze strahlten Sie lassen sie herwonnen Dann reparieren sie alles Sagte Mr. Ali Die Nichtsnutze nickten enthusiastisch Ich rufe sie an Ich muss noch einen Satz Schlüssel nachmachen lassen Sagte ich in der Hoffnung, dass Mrs. Shapiro vielleicht bald zurückkam Doch am Mittwochmorgen lag ein Brief für mich im Briefkasten Ich erkannte meine Schrift auf dem Umschlag Liebste Gorgine Vielen Dank für Ihre Karte und dafür, dass Sie meine Niki geschickt haben Er kam mit Champagner und weißen Rosen, ein echter Gentleman Ich frage mich, was die Kluft unseres Alters für eine Bedeutung hat Wenn zwischen unseren Seelen solche Harmonie herrscht Es war wie mit Artem, der zwanzig Jahre älter war Und doch fanden wir Freude aneinander Er hat gesagt, er kommt wieder Und jetzt zieht sich jede Stunde so lang hin Während ich auf ihn warte Und auch auf sie, meine liebe Gorgine Mein Leben lang Habe ich mich vor Verschleppung und Gefangenschaft retten können Und jetzt haben sie mich doch gekriegt Die wollen, dass ich ein Geständnis unterschreibe Bevor ich nach Hause kann Wegen der Generalmacht Aber mein Niki sagt, ich darf nichts unterschreiben Und deshalb leiste ich tapfer Widerstand Ich muss aufhören Gleich kommt die Schwester mit der Spritze Bitte helfen Sie mir Naomi Ich rief Mr. Wolf an Danke, dass Sie meine Karte abgeliefert haben Wie geht es ihr? Nur ein paar blaue Flecken, nichts Ernstes Wir haben viel miteinander gelacht Sie scheint sie sehr gern zu haben Ja Und wissen Sie was? Irgendwie mag ich sie auch Der Satz kam so glatt heraus, als hätte er ihn eingeübt Wissen Sie von dem Geständnis, das sie unterschreiben soll? Was? Irgendwas von Generalmacht Ach so Sie wollen, dass sie eine Generalvollmacht unterschreibt Das bedeutet, die Person, der sie die Vollmacht überträgt Darf alle juristischen Dokumente für sie unterschreiben Wie zum Beispiel beim Verkauf eines Hauses? Sie haben es erfasst Wie können wir das verhindern? Das frage ich mich auch Was er sich darauf antwortete, wollte er mir anscheinend nicht anvertrauen Hat sie Ihnen von Ihrem Sohn erzählt? Anscheinend kommt er aus Israel hierher Das wäre eine große Hilfe, oder? Ich hörte, wie er scharf Luft holte Gewiss Übrigens, hatten Sie Schwierigkeiten reinzukommen? Anscheinend haben Sie da ziemlich strenge Vorschriften Ja, ja Ich habe gesagt, Sie können mich mal kreuzweise Ah, so muss man das also machen, dachte ich Eine Stunde später klingelte das Telefon Es war Mark Hallo, Jordina Schön, dass ich dich erwische Hör zu Ich glaube, ich habe die Lösung für dein Problem Welches Problem? Niemand vermeiden kann, dass Mrs. Shapiro das Haus verkaufen muss, wenn sie ins Heim kommt Anscheinend kann das Sozialamt ihr Haus auch belasten Es ist so etwas ähnliches wie eine Hypothek Das Haus wird erst verkauft, wenn der Besitzer stirbt Und dann fordern die Behörden ihr Geld ein Der Rest, wenn es einen gibt, fließt in die Erbmasse Davon hat mir niemand was erzählt Ja, das kann ich mir vorstellen Aber Mark, das Problem ist Sie muss gar nicht in ein Pflegeheim Es geht ihr gut zu Hause Dann holst du sie am besten so schnell wie möglich wieder heim Oder quartierst jemand anders bei ihr ein, bis sie zurückkommt Wenn sowas erst mal ins Rollen kommt, ist es schwer, wieder rückgängig zu machen Wem sagst du das? Das Drama um das Haus rollte mir längst viel zu schnell Und er war einer von denen, die es mit angeschoben hatten Wie wäre es heute mit Abendessen, Süßer? Ich kann nicht jede Menge Arbeit Ich legte auf Ich war am Nachmittag mit Mr. Ali und den Nichtsnutzen verabredet Also ging ich zuerst zum Schlüsseldienst und dann zum Toadley Place Der rote Lieferwagen parkte bereits davor und die drei saßen auf dem Vordersitz Sobald sie mich sahen, sprangen die Nichtsnutze aus dem Wagen Überschütteten mich mit einem arabischen Wortschwall Und folgten mir mit Dutzenden von Plastiktüten beladen zum Haus Ich führte sie nach oben, ins Gästezimmer Während sie auspackten, ging ich mit Mr. Ali durchs Haus Und zeigte ihm das, was meiner Meinung nach repariert werden musste Als wir auf den Dachboden kamen, holte er Luft Hier werden wir schönes Benthaus machen Zurück in der Halle blieb er wieder vor dem Foto der Kirche in Lydda stehen Wissen Sie, genau neben Tür zur Kirche war Moschee Kreuz und Halbmond, Seite an Seite, in Frieden Erzählen Sie mir von Lydda, ist Ihre Familie noch dort? Wissen Sie nicht von Nakba? Nakba, was ist das? Sie wissen gar nichts, er sagte es mit einem Seufzer Tut mir leid, ich mache Ihnen einen Tee, wenn Sie mir mehr erzählen Er trank sein Teichwasser mit drei gehäuften Teelöffeln Zucker Sie wollten mir von Ihrer Familie erzählen Ich werde Ihnen erzählen, wie Sie aus Lydda weggegangen sind Aber Sie kennen Geschichte, britisches Mandat für Palästina? Na ja, nur ein bisschen, ehrlich gesagt nicht sehr viel Aber Sie wissen von jüdischer Holocaust? Ja, das weiß ich Natürlich, alle wissen von Leid der Juden Nur von Leid des palästinensischen Volk weiß keiner Aber ich will davon wissen, Mr. Ali Erzählen Sie mir davon Mr. Ali blies in seinen Tee Sie wissen Nach Krieg, nach dem, was sie Juden angetan hatten Hat ganze Welt nach jüdischem Heimatland gesucht Und clever Engländer sagen Schaut, wir geben Ihnen dieses Land in Palästina Typisch England, verschenken etwas, das Ihnen nicht gehört Land war nicht leer, Mrs. George Palästinensisches Volk wohnt da Bewirtschaftet Land, seit Generationen Jetzt heißt plötzlich, müssen Hälfte an Juden geben Haben Sie nicht in Schule gelernt? Nein Meine Ignoranz war mir peinlich Wir haben mehr über Heinrich den Achten und seine sechs Frauen gelernt Sechs Frauen? Zur gleiche Zeit? Nein Zwei hat er umgebracht Und von zweien hat er sich scheiden lassen Eine ist gestorben Typisch Englisch So war auch bei uns Manche umgebracht, manche weggeschickt, in Exil Manche gestorben Aber das war vor langer Zeit Nein 1948 Was Römer mit Juden gemacht Haben dann Juden mit Palästinenser gemacht Rausgejagt Wir nennen Nakba Bedeutet Katastrophe Nein Ich meinte Heinrich der Achte war vor langer Zeit Aber das ist alles nur Geschichte, oder? Geschichte hat keine Grenzen Mrs. George Vergangenheit reicht in Gegenwart Reicht in Zukunft Junge Israelis bekommen in Schule gesagt, dass Juden in leeres Land kamen Aber nicht wie Land leer gemacht wurde Ich dachte an den Brief aus dem Klavierhocker Ein ödes und leeres Land Es war also wie Wie bei den Nazis und den Juden? Nein Nicht übertreiben Israelis wollten nicht arabische Volk ausrotten Sondern nur aus Land vertreiben Aber das jüdische Volk braucht doch auch ein Heimatland Er seufzte Aber warum in Palästina? Palästinensische Volk hat Juden nie was getan Pogrom, Ghetto, Konzentrationslager Das haben Europäer gemacht Warum müssen dann Rache an uns austragen? Es ist doch einmal ihr Land gewesen, oder? Bevor die Römer sie vertrieben haben Land gehört viele Völkern Alle Nomadenvölker wandern von hier nach da Palästina, Libanon, Syrien, Jordanien, Ägypten, Arabien, Mesopotamien Wer weiß, wo sie alle herkamen Ich war jetzt völlig verwirrt Sie sagen Palästinenser haben Häuser verlassen Und sind weggerannt Weil Anführer befohlen haben Nein Sie sind weggerannt Wegen Terror Israelische Staat ist mit Terror gemacht Denken Sie vielleicht nur verrückte Araber sind Terroristen? Mr. Ali war plötzlich ganz und gar unhamsterhaft Sie wissen von Belfort-Deklaration? Ein bisschen Ich konnte nicht zugeben, wie wenig das bisschen war Belfort hat gesagt Jüdischen Ziele sollen ohne Beeinträchtigung von Rechten der Palästinenser angestrebt werden Etwas an seiner Formulierung erinnerte mich vage an das Zukunftsentwicklungsprojekt Aber palästinensische Volk sitzt immer noch in Flüchtlingslagern Sie haben Land verloren Sie haben kein Arbeit, kein Hoffnung Sie sitzen in Flüchtlingslagern und träumen von Rache Sie haben kein Waffen Deshalb machen sie ihre eigenen Kinder zu Waffen Ich dachte an Ben Wie war er in diese dornige Bibelwelt hineingestolpert? Gibt es da nicht eine Prophezeiung, Mr. Ali? Müssen die Juden nicht den Tempel in Jerusalem wieder aufbauen, weil der Messias dort zurückkommen soll? In ihr Buch steht Sie müssen Tempel wieder aufbauen Aber geht nicht, weil jetzt steht da unsere Moschee, Al-Aqsa-Moschee Neben Felsendom, einer unserer heiligsten Orte Aber stimmt es nicht, dass auch die Moslems auf den letzten Imam warten? Den Imam Al-Madi? Glauben Sie auch daran, Mr. Ali? Vor allem Schier glauben an Rückkehr von Al-Madi Ich bin Sunnit Sie haben in Schule gelernt? Nein, im Internet Ich holte tief Luft Eigentlich war es mein Sohn, der mir davon erzählt hat Er hat das alles im Internet gefunden Seltsame Internetseiten über das Ende aller Zeit Den Antichrist, Armageddon Er hat Angst vor Ich habe mir Sorgen gemacht, das ist alles Ich wollte verstehen, worum es geht Ich machte uns noch eine Runde Kräutertee Mrs. George Jugend ist bereit, alles zu glauben Dass sie in Himmel reich führt Sie sterben sogar dafür Und es gibt immer Flüsterer, die sagen, dass Tod Tor zum Leben ist Der Gedanke bereitet ihm eine Übelkeit Keine Sorgen um ihren Sohn, Mrs. George Bald ist er erwachsen Ismail und Nabil haben auch über solche Dinge geredet Als sie noch unter Besatzung lebten Jetzt reden sie von Fußball Ein paar Sekunden später tauchten die Nichtsnutze im Flur auf Sie sagten etwas auf Arabisch zu Mr. Ali Und er übersetzte es für mich Sie wollen Danke sagen Ich nahm die Schlüssel, die ich hatte nachmachen lassen, aus der Tasche Ihr dürft niemanden hereinlassen Mr. Ali übersetzte auf Arabisch und sie nickten Ich gab ihnen die Schlüssel Ich muss zugeben, dass ich von einer höchst unguten Ahnung überfallen wurde Das Harmloseste, das passieren konnte, war Dass das ganze Haus mit weißem PVC ausgestattet wurde Das Schlimmste Wollte ich mir nicht einmal vorstellen Mr. Ali konnte der Führer einer Terrorzelle sein Ein Terrorist als Hamster verkleidet Der Tanz der Polymere Erst als ich abends wieder nach Hause kam Fiel mir ein, dass ich immer noch das Space Invaders Ei in der Tasche hatte Ich stellte es in den Schrank Wer war dieser Mann? Fragte Stella, als wir den Tisch abräumten Wir waren allein in der Küche Rip und Ben sahen oben Fußball Welcher Mann? Der schicke Typ mit dem Jaguar Der heute Nachmittag vorbeigekommen ist, als du nicht da warst Oh, das muss der Immobilienmakler gewesen sein Er will das Haus einer alten Dame am Totally Place kaufen, die ich kenne Warum? Dad hat aufgemacht Sie schienen beide ein bisschen überrascht einander zu sehen Er hatte Blumen dabei Weiße Rosen Wirklich? Die müssen für jemand anders gewesen sein Nein Er hat sie da gelassen Sie sind in meinem Zimmer Ich habe Dad gesagt, sie wären für mich Danke, Stella Du kannst sie behalten Ich will sie nicht Sie grinste kurz Am nächsten Tag Gab Rip mir einen Kuss auf die Wange Als er zur Arbeit ging Und vielleicht war das der Grund dafür Dass ich Schwierigkeiten hatte Mir Ginas Rache auszumalen Unmotiviert Schrieb ich an Kapitel 7 Des verspritzten Herzens herum Was für ein paar dummköpferig Und Gina waren Warum konnten sie nicht einfach ihre Probleme aus der Welt schaffen Und zusammenbleiben Ich merkte Dass ich etwas in mir verschoben hatte Ich war bereit Nach vorn zu blicken Ich klappte das Schreibheft zu Nahm mir den Laptop vor Und öffnete das Klebstoffedokument An dem ich eigentlich arbeiten sollte Die Chemie von Klebstoffverbindungen An Silvester Als wir uns wie Moleküle untergefasst hatten War mir eine Erleuchtung Zur Polymerisation gekommen Jetzt machte ich eine noch aufregendere Entdeckung Polymerisation Hatte etwas mit Teilen zu tun Ein Atom Dem ein Elektron fehlte Sah sich nach einem anderen Atom um Das die richtige Sorte Elektronen hatte Und nahm es sich Doch es war weder Diebstahl noch Busheit nötig Die beiden Atome teilten sich das Elektron Und das war es Was die Atome zusammenhielt In einem wunderschönen Sich endlos wiederholenden Tanz Die Schönheit von Klebstoff Ich begann über die beiden Naomis nachzudenken Die beide Atem wollten Hatten sie auch geteilt? Oder war es bei ihnen auf Diebstahl und Bosheit hinausgelaufen? Hätte Atem sich anders entschieden Wenn er Naomis Briefe erhalten hätte? Wäre stattdessen Ellas Herz gebrochen worden? Die Briefe zu verbrennen War etwas bodenlos Verwerfliches Und doch konnte ich Ella nicht als böse Frau sehen Es war als gäbe einem die Liebe Die besondere Lizenz Zu tun, was man wollte Am Ende war es der Tod gewesen Der Ella und Atem trennte Und auch Kenan Haus War Teil des Tanzes gewesen Wem gehörte das Haus wirklich? Es gab immer noch Teile der Geschichte Die ich nicht verstand Als der Regen am Nachmittag eine Pause machte Warf ich mir den Fledermausmantel über Und flatterte zur Bibliothek Das einzige Buch, das sich speziell mit unserem Viertel beschäftigte Hieß Walter Sickerts Highbury Auf Seite 79 War die Lithographie eines großen Hauses abgedruckt Vor dem ein Baum stand Je länger ich hinsah Desto überzeugter war ich Dass es dasselbe Haus war Mit derselben Araukarie Nur kleiner Die Bildunterschrift lautete Das Araukarienhaus Heim von Miss Lydia Yudsch Mehr Informationen fand ich nicht Dann fiel mein Blick auf ein schmales Bändchen Eine Geschichte christlicher Zeugnisse in Highbury Ich nahm es mit in den Lesesaal Das letzte Kapitel war dem gewidmet Was der Autor als Sekten bezeichnete Er schrieb In den späten 1930er Jahren wurde in einem Haus am Totally Place Eine Theresianische Gemeinde gegründet Nach einem Bombenangriff wurde das Haus 1941 evakuiert Und die Gemeinde verstreute sich in alle Winde Mein Herz schlug schneller Das konnte es sein Ich stand auf In der anderen Ecke bei den Zeitschriften Kämpfte ein großer, kräftig gebauter Mann Mit der Financial Times Erst dachte ich, meine Augen spielten mir einen Streich Aber es bestand kein Zweifel Es war Rip Ich wollte zu ihm gehen Ihm von hinten die Augen zu halten Ihn überraschen Aber etwas hielt mich zurück Die Art, wie er da saß Die eingesunkene Haltung Der Blick starr nach vorn Die hängenden Schultern Er sah erledigt aus Er schlug in der Bibliothek die Zeit tot Weil er nicht wollte, dass wir mitbekamen Dass er nicht bei der Arbeit war Ich stand bereits in der Küche, als Rip um kurz vor sechs nach Hause kam Er verschwand sofort im Arbeitszimmer Ich hörte, wie er herumräumte und Musik anmachte Eine halbe Stunde später steckte ich den Kopf durch die Tür Essen ist fertig Äh, wofür ist denn dieses Zeug hier, Georgie? Er hielt die Baumarkttüte in der Hand Bist du unter die Heimwerker gegangen? Äh, ich wollte eine Collage machen Eine Collage? Innerlich lächelte ich über seine ungläubige Stimme Du weißt schon Sachen zusammenkleben Als Kunstform Unsere Blicke trafen sich Er grinste Ich grinste Wir standen da und grinsten einander Über eine Brücke von Lügen hinweg an Ich würde ihm niemals sagen Dass ich ihn in der Bibliothek entdeckt hatte Dass ich seine Verwundbarkeit gesehen hatte Zögernd streckte ich die Arme aus Und machte einen Schritt auf ihn zu Dann War da ein leises Zischen Und Ben rief aus der Küche Kommt schnell, der Reis brennt an Die Penthouse Party Es war Mrs. Schaperos Idee Für das Penthouse eine Einweihungsparty zu geben Es schien unglaublich Dass Mr. Ali und den Nichtsnutzer es fertiggebracht hatten Auf dem Dachboden eine funktionierende Dusche und Toilette Und drei Velux-Fenster einzubauen Ohne dass es zu weiteren Missgeschicken kam Gorgine Diese Party ist eine gute Gelegenheit Einen neuen Mann für Sie zu finden Erklärte Mrs. Shapiro Als wir die Gästeliste zusammenstellten Wir laden meinen Niki ein Und den anderen auch den Hübschen Fast noch hübscher als Niki, nicht wahr? Ja, sehr hübsch, aber Ich hatte ja noch nicht gesagt Dass ich nicht mehr nach einem neuen Mann suchte Sondern nur den, den ich schon hatte Aufmöbeln wollte Sie müssen sich mehr anstrengen Gorgine Ich habe ein schickes Kleid Rote Punkte und weißer Kragen Würde hübsch an Ihnen aussehen Ich lächelte unverbindlich Chaim steckte den Kopf durch die Tür Was sollen wir mit all dem Gerümpel tun, Ella? Den Sachen von den Vorbesitzern auf dem Dachboden Lass das Gerümpel, wo es ist Setz dich und trink eine Tasse Kaffee Chaim schüttelte den Kopf Ich muss den Jungs helfen Sie sind zu nichts Nutz Als wir wieder allein waren Flüsterte Mrs. Shapiro Er ist verrückt, nicht wahr? Hat eine Glasscherbe ins Auge bekommen Weißt du? Ein paar Jungen haben Steine auf den Bus geworfen Ich glaube, ein Stück ist ihm auch ins Gehirn gegangen Als wir die Gästeliste fertig hatten Verteilten wir die Pflichten Mrs. Shapiro sagte, sie würde bei Wolf und Diabello anrufen Widerstrebend willigte sie ein Auch Miss Bediel einzuladen Ich sollte Nathan und seinen Tati anrufen Kaum war ich zu Hause, griff ich zum Telefon Dein Vater hat eine Eroberung gemacht, Nathan Ist es deine alte Lady, Mrs. Shapiro? Hat er irgendwas gesagt? Er sagt, zu schade, dass sie so alt ist Dasselbe sagt sie über ihn Jedenfalls seid ihr beide zu einer Party eingeladen Ich nannte ihm das Datum Es war ein Samstag Ich wollte schon auflegen, doch dann sagte ich Nathan, weißt du noch, was du gesagt hast Als du dich einen selbstverachtenden Juden genannt hast? Hatte es nicht damit zu tun, dass du nicht an ein jüdisches Heimatland glaubst? Da, wo du herkommst, Kippes Ist das dein Heimatland? Kippegs Ich meine nur, alle reden ständig von Heimatland Als wäre es das Wichtigste auf der Welt Das kommt mir so komisch vor Das war Tatis Generation Zion war ihr großer Traum Und es war ein guter Traum Aber sie mussten feststellen Dass sich mit Waffen keine Träume verwirklichen lassen Nur Albträume Beantwortet das deine Frage? Ich hätte gedacht, die Juden wären Na ja, nach all dem Leid Sie hätten mehr Mitgefühl Warum sollte eigenes Leid Mitgefühl für andere hervorbringen? Kinder, die Gewalt erfahren haben, werden später oft selbstgewalttätig Das haben sie gelernt Hm, aber Und wenn du denkst, dass du ein Opfer bist Oder auch nur ein potenzielles Opfer Ist das nicht eine Art Rechtfertigung? Du kannst so viele Leute umbringen, wie du willst Es ist wie beim Kleben, Georgia Die Haftung der Oberflächen wird erhöht Wenn sie vor dem Kleben aufgeraut werden Genau wie bei gewalttätigen Beziehungen Es ist die gegenseitige Schädigung Doch das Leben ging weiter Und nach einer Weile verwandelte sich die Gewohnheit des Zusammenlebens langsam in Frieden Und irgendwann wuchs eine Generation heran Die sich nicht mehr daran erinnerte, worum es bei dem Konflikt überhaupt gegangen war Vielleicht war Vergebung am Ende gar keine so große Sache Vielleicht war es nur eine Frage der Gewohnheit Ismail und Nabil bauten für die Einweihungsparty vor dem Haus einen Grill aus Ziegelstein Und besorgten riesige Mengen billiger Lammkoteletts und Chicken Wings Und Mrs. Shapiro förderte aus der Tiefe des Kühlschranks ein paar farblose Tiefkühl-Hamburger unbekannter Herkunft zutage Dann drängten sich rein Mr. Ali, Ismail und Nabil um den Grill Und pusteten und wedelten, um das Feuer in Gang zu kriegen Ich sah ihnen aus Mrs. Shapiros Schlafzimmer zu Wo ich das rot-weiß gepunktete Kleid anprobierte Nathan und sein Tati waren die ersten Gäste Tati überreichte Mrs. Shapiro einen Blumenstrauß Blaue Iris Oh, vielen Dank! Ihre blauen Lieder flatterten ekstatisch Das war ein guter Anfang Möchten Sie etwas trinken? Sie trug die gleichen braunen Hosen und den gestreiften Pullover In denen sie Mr. Wolf empfangen hatte Zusammen mit den hochhackigen Riemchenschuhen Die tief im Rasen versanken, wenn sie darüber stöckelte Ihr Haar war frisch gefärbt und sorgfältig mit drei Permuttkämmen hochgesteckt Sie sah richtig elegant aus Miss Bediel kam in einem fließenden Musselin-Gewand Und wirkte darin trotz ihres Umfangs Nicht wegen Mark Irgendwie wollte ich keinem Haus für mich behalten Nick kommt später auch noch Er musste noch arbeiten Mark, da ist etwas, das du wissen solltest Das du und Nick wissen solltest Neugierig zog er eine Augenbraue hoch Die Eigentumsurkunde Es gibt keine Ihr Mann ist einfach eingezogen Das Haus stand leer nach einem Bombenangriff Ehrlich gesagt glaube ich, dass sie nicht mal mit ihm verheiratet war Ein seltsamer Ausdruck glitt über sein Gesicht Und die Grübchen in den Wangen zuckten wild Er sah aus, als würde er gleich explodieren Dann begriff ich, dass er versuchte, nicht lautlos zu prusten Keine Urkunde Wenn ich das Nick erzähle Er lachte Nein, wenn ich genauer darüber nachdenke Erzähle ich es ihm lieber nicht Wo ist die alte Dame? Mrs. Shapiro und Tati waren im Haus verschwunden Sie öffneten das Fenster am Kaminzimmer Und schoben das alte Grammophon heran Damit wir die Musik im Garten hören konnten Dann gingen sie Mrs. Shapiros Plattensammlung durch Und berieten, was sie auflegen sollten Man sah sie durchs Fenster reden und lachen Was dann geschah, ging so schnell Dass ich die Reihenfolge der Ereignisse Vielleicht durcheinander bringe Aber es passierte ungefähr so Mit der Drossel fing es an Von ihrem Ausguck in einer Esche Erspähte sie ein Stück Pita-Brot Das auf dem Boden gefallen war Als sie sich daraufhin zur Erde niederschwang Ging Wonderboy mit zuckendem Schwanz In Angriffsposition Der Vogel stürzte sich auf das Brot Der Kater stürzte sich auf den Vogel Ich packte den ersten Gegenstand Der mir in die Finger kam Es war ein Lammkotelett und warf es nach Wonderboy Der Kater heulte auf und sprang zur Seite Direkt vor Nabils Füße Der eine Platte Chicken Wings trug Nabil stolperte in Ismail hinein Der das Gleichgewicht verlor Und gegen den Grill stürzte Der zusammenkrachte und überall glühende Kohlen verteilte Die den Grillanzünder in Brand setzten Der genau unter dem offenen Fenster Des Kaminzimmers ausgelaufen war Dessen Vorhang draußen im Wind flatterte Die Katzen fielen über die Chicken Wings her Wonderboy schnappte sich den Größten Und rannte über den Gartenweg davon Ein Windstoß kam auf Der Vorhang fing Feuer und brannte lichterloh Draußen auf der Straße quietschten Bremsen Und es gab einen dumpfen Schlag Nick Wolf tauchte am Gartentor auf Und hielt an einem Bein Wonderboys leblosen Körper Mrs. Shapiro wurde ohnmächtig Tati versuchte Mund-zu-Mund-Beatmung Bei Mrs. Shapiro Das Feuer raste durch das Kaminzimmer in den Flur Nathan rief mit dem Handy die Feuerwehr Ich stand nur da Sah mit geballten Fäusten zu Wünschte, ich könnte das fliegende Kotelett zurückrufen Und fühlte mich schrecklich Schrecklich, schrecklich Schuldig Stunden später Als die Feuerwehr da gewesen war Miss Bediel, Mrs. Shapiro Zu einer Behelfsunterkunft begleitet hatte Ismail und Nabil Zu Mrs. Ali zurückgekehrt Drei mit Nathan und seinem Tati Nach Hause gegangen Und Wolf und Diabello Zurück in ihre Höhle geschlichen waren Ging ich mit Violetta zu Fuß nach Hause Einatmen Zwei, drei, vier Ausatmen Zwei, drei, vier Ben und Rip sahen fern Schöne Party gehabt? Fragte Rip ohne aufzusehen Toll Ich ließ mich aufs Sofa sinken Violetta sprang auf meinen Schoß Rip sah mich an Was zum Teufel hast du da an, Georgie? Ach, ich habe mich für die Party schick gemacht Meine Jeans, den Pullover und den Fledermausmantel hatte das Feuer verschluckt Du, du hast dich verändert, Georgie Du bist anders Er starrte mich an, als würde er mich zum ersten Mal sehen Weniger Mehr Ich zögerte Wie konnte ich ihm erklären, dass ich in den letzten Monaten Gorgine Georgina Georgette Miss George Und Miss Georgiana gewesen war Ganz zu schweigen von Miss Firestorm Und der schamlosen Frau Später am Abend klopfte ich leise ans Arbeitszimmer Aus dem immer noch ein Lichtschein unter der Tür durchfiel Komm rein Rip sah es in Boxershorts am Computer und starrte den Bildschirm an Neben ihm stand eine Tasse kalter Kaffee Du arbeitest spät Ich muss einen Bericht fertig schreiben Das Zukunftsprojekt? Nein Mit dem Zukunftsprojekt bin ich fertig Ich warf einen Blick über seine Schulter und sah, dass er an seinem Lebenslauf arbeitete Ist das... Ist alles in Ordnung bei dir, Rip? Ich muss das hier noch fertig machen, ich brauche es morgen Wofür denn? Für eine Organisation namens Synergy Foundation Ich weiß nicht warum, aber ich war enttäuscht Synergy Foundation, was zum Teufel war das? Einatmen... Klingt interessant, soll ich dir noch einen Kaffee machen? Das wäre schön Ich ging in die Küche und machte zwei Tassen Kaffee, dann fiel mir das Space & Waders Ei ein Hast du Lust auf ein Stück Schokolade? Eine Stunde später, als er in das niedrige Feldbett stieg, kroch ich zu ihm unter die Decke Für jedes Material den richtigen Klebstoff Am Montagnachmittag zuckelte ich halbherzig mit dem Staubsauger durchs Haus, als das Telefon klingelte Hallo, Georgina Ich versuche schon länger, dich zu erreichen Ich spürte, wie das warme, rote Spitzenschlüpferglühen über mich kam Ich wollte dich nur wissen lassen, was ich vom Katasteramt in Erfahrung gebracht habe Mark sagte, dass das Haus nicht registriert war und dass Mrs. Shapiro, falls sie verkaufen wollte, es erst registrieren lassen müsste, wofür sie die Grundeigentumsurkunde brauchte Was ist mit dem Sohn? Vielleicht weiß er, wo die Urkunde ist Ich habe ihn neulich kennengelernt Ich erzählte ihm von unserer Begegnung an der Tür und ich erwähnte Damien Das erklärt dem BMW, den ich neulich hinter dem Büro habe stehen sehen Damiens Auftrag ist also, den Sohn zu überreden, dem freundlichen Bauunternehmer, den die Dame vom Sozialdienst empfiehlt, das Haus für, sagen wir, eine Viertelmillion zu verkaufen Und dann nach Israel zurückzufahren Ich habe dir gesagt, dass Sie Gauner sind Und dabei ist es nur ein Dreitürer mit Fleececk aus der Einser-Reihe Ich hatte das Gespräch mit Mark kaum beendet, als das Telefon erneut klingelte Es war Mrs. Shapiro Gorgine, bitte kommen Sie schnell Chaim macht Schwierigkeiten Bis ich dort war, hatten sie am Esstisch einen ungemütlichen Waffenstillstand ausgehandelt Auf einer Seite des Tisches saß Mr. Ali, flankiert von den Nichtsnutzen Gegenüber saß Chaim Shapiro Daneben Mrs. Shapiro Die Kette rauchte Wonderboy saß auf einem Stuhl am Kopfende des Tisches und wirkte sehr autoritär Ich setzte mich ans andere Tischende Hallo zusammen Mrs. Shapiro stellte mir den Neuankömmling als Chaim Shapiro vor und erklärte Das ist Gorgine, meine Nachbarin Er ging sofort auf mich los, wollte wissen, warum ich diese Fremden in sein Haus geholt hatte Aber bevor ich ein Wort sagen konnte, schlug Mrs. Shapiro zurück Es ist nicht dein Haus, Chaim Ich wohne seit 60 Jahren hier und zahle Steuern Halt den Mund, Ella Du hast hier überhaupt nichts zu sagen mit diesen Abern im Haus Ich begann zu erklären, dass im Haus dringende Reparaturen anstanden Und dass Mr. Ali und seine Helfer deswegen geholt worden waren Dann war da der Sicherheitsaspekt, erklärte ich Berichtete von dem gestohlenen Schlüssel und dem abgedrehten Haupthahn Und deutete an, dass möglicherweise Mrs. Goodney involviert war Jetzt horchte er auf Diese Goodie denkt, ich kann nur bis zwei zählen Sie denkt, ich verkaufe mein Haus billig, damit sie ein paar schnelle Frösche aus mir rausholen kann Aber ich habe andere Pläne Es ist nicht dein Haus, Chaim Es ist das Haus meines Vaters Es ist mein Haus Als dein Vater starb, hat er es mir geschenkt Was für Pläne haben Sie, Mr. Shapiro, unterbrach ich Ich plane ein paar größere Renovierungen Der Tisch schnappte nach Luft Wonderboy begann mit der Schwanzspitze zu peitschen Ich habe bereits einen Werkzeugkasten erstanden Er blickte sich am Tisch um, doch niemand sah ihm ins Auge Chaim Darling, deine Mutter würde ihre eigenen Kischkis essen, wenn sie dich so reden hörte Sie hat alles aufgegeben, um das neue Israel aufzubauen Warum kommst du jetzt zurück und willst mich auf die Straße setzen? Niemand setzt dich irgendwo hin, Ella Du setzt dich selbst auf die Straße, in dem du mit diesen Arabern lebst Die beiden sind meine Betreuer Ella, du hast nicht alle Schrauben fest Alle Araber sind gleich Sie warten nur auf die Gelegenheit, die Juden ins Meer zu stoßen Mr. Ali flüsterte Ismail etwas zu Niemand stößt hier irgendwen ins Meer Das Meer ist weit weg Heim Das Meer ist in Dover Ich kenne diesen Dover Bitch Wovon Alarmen, die sie nicht verstehen Gehetzt bei Nacht zwei Armeen baden Wovon redet der, Gorgine? Das ist ein Gedicht von Matthew Arnold Ist er verrückt? Ich rede von Terrorismus, Ella Sieh dir mein blindes Auge an Was habe ich getan? Nichts Wir sind jetzt in London, Chaim Nicht in Tel Aviv Mr. Ali übersetzte für Ismail Der sich zu Nabil beugte und ihm zuflüsterte Alle drei machten finstere Gesichter Darling, Chaim Bitte bleib ganz ruhig Das hier sind meine Betreuer Keine Selbstmordnicks Jetzt sprach Mr. Ali Araber, Christen, Juden Haben viele Generationen nebeneinander gelebt Haben Geschäfte gemacht Kein Problem Kein Bogrom Kein Konzentrationslager Wir haben euch sogar Teile von unserem Land verkauft Aber das reicht euch nicht Ihr wolltet das ganze Land Chaim ignorierte ihn und wandte sich an mich Alle Palästinenser kommen mit der gleichen Geschichte Kommen mit irgendeinem alten Schlüssel Sagen, das ist der Schlüssel zu meinem Haus Ihr müsst sofort ausziehen Aber als meine Mutter nach Israel kam Lebte dort keiner Weil sie mit Waffen verjagt wurden Schrie Mr. Ali Wenn ihr mit uns in unserem Land leben wollt Müsst ihr nur aufhören uns anzugreifen Das ist doch wohl fair Einatmen Zwei Drei Vier Ausatmen Zwei Drei Hören Sie Wir werden die Probleme der Welt nicht an einem Tag lösen Aber es ist ein großes Haus Vielleicht können Sie hier alle zusammen wohnen Jetzt starrten mich alle an Wonderboy begann zu knurren Ich will mein Haus nicht mit drei Arabern teilen Schrie Chaim Chaim Sagte Mrs. Shapiro Der Paki wohnt gar nicht hier Er ist nur zu Besuch Du verstehst die Mentalität der Araber nicht, Ella Sie lassen uns nicht in Frieden Glaubst du, Israel würde heute noch existieren Wenn die Hälfte der Bevölkerung Araber wären Die es von innen zerstören wollen Ich spürte die Wut in mir aufkochen, als ich an die Zwillingsbabys dachte Aber sie können nicht erwarten, dass Menschen einfach ihre Häuser aufgeben, ohne sich zu wehren Ha! Dann haben wir auch das Recht auf Selbstverteidigung Bumm, 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 bumm Er zielte mit der Hand wie mit einer Pistole über den Tisch Wie Shakespeare sagte Tut ein kleines Unrecht, um ein großes Recht zu tun Schön ist es nicht, aber notwendig, Miss Georgina Er hämmerte auf den Tisch wie Sperrfeuer Bumm, 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 bumm Wonderboy bleckte seine schrecklichen Fänge Dann warf er sich fauchend auf Chaim Erschrocken schrie Miss Shapiro auf Halt, Chaim, Wonderboy Der Kater floh, Chaim tupfte sich die blutende Wange ab Als er aufsah, hatte sich sein Glasauge grotesk verdreht Alle wurden still, bestürzt über die Eskalation der Ereignisse Und ein Gedanke kam mir so klar Als flammte in meinem Kopf eine Glühbirne auf Diese Leute sind alle verrückt Es war Miss Shapiro, die als erste die Sprache wiederfand Darlin, Chaim, du musst nicht kämpfen Wenn du kein Heim hast, kannst du hier bei uns wohnen Du kannst jedes Zimmer haben, das du willst Außer meinen, natürlich Du kannst nach Herzenslust alles renovieren Mit deinem Werkzeugkasten Sie nahm seine Hand Wir geben Dinnerpartys mit kultivierter Unterhaltung Konzerte, sogar Gedichtlesungen Wenn es das ist, was dir gefällt Du bist der Sohn von meinem Artigheim Hier hast du immer ein Zuhause Aber meine Betreuer müssen auch hier wohnen Ihre Stimme war so verführerisch Dass ich mich beinahe selbst um ein Zimmer beworben hätte Und Chaim, ich sah es ihm an, war bereits verführt Ella Ich nehme deine Einladung dankbar an Und wenn die Araber bleiben müssen Können wir vielleicht das Haus aufteilen Sie nehmen den oberen Teil und wir bleiben unten Als nächstes bauen sie eine Mauer Sagte Mr. Ali trocken Kontrollpunkte auf der Treppe Und dann stehlen sie ein paar mehr Zimmer dazu Und setzen Siedler rein Ähm, haben sie ein Pflaster, Mrs. Shapiro Fragte ich, um die Spannung zu lösen Mrs. Shapiro schlurfte los Und machte sich auf die Suche Mr. Ali und die Betreuer versammelten sich Zu einem gesonderten Treffen in der Küche Chaim und ich waren ein paar Minuten allein Das Auge, das mich ansah, das gute Auge War dunkel und traurig Aber es erinnerte mich an die strahlenden braunen Augen Der jungen Frau auf den Fotos Sie sehen ihrer Mutter ähnlich Er sah mich an Und plötzlich sah er völlig anders aus Mit einem Lächeln So lieb, als hätte es sich im Gesicht geirrt Sie kannten meine Mutter Ich kannte sie nicht Aber ich habe Fotos von ihr gesehen Sie erinnern mich an sie Und ihr Vater Artem Sie hat immer von ihm gesprochen Warum kam er nicht nach Israel? Er war zu krank, kaputte Lungen Ella hat sich um ihn gekümmert Hier in diesem Haus Auf dem Totenschein stand Lungenkrebs Und ihre Mutter kam nie zurück Sie wollte einen Garten in der Wüste schaffen Können Sie sich das vorstellen? Sie wollte nicht fort, bis er fertig war Ein Schatten zog über sein Gesicht Sie starb, als ich zehn Jahre alt war Ein paar Monate nach meinem Vater Das tut mir so leid Die ganze Familie zu verlieren Und dann ihre Verletzung Meine Familie war der Moschaf Als sie starb, blieb ich dort In unserem neuen Staat In unserem neuen Staat waren alle eine große Familie Sie war eine Frau mit großen Träumen Sie träumte vom gelobten Land? Von unserem Heimatland Zion Warum redete jeder von Heimatland? Hatte Heimat nicht viel mehr mit den Menschen zu tun, an denen man hing? Meine Heimat waren Ben und Stella Ja Und Rip Ich versuchte mir vorzustellen, wie es wäre, ein Land mehr zu lieben als sie Ich dachte an die Frau auf den Fotos Sie hatte ihre große Liebe zurückgelassen, um die Heimat ihrer Träume zu finden Und jemand anders, eine andere Naomi Shapiro Hatte ihren Platz eingenommen Aber ist es nicht auch ihre Heimat, Rhein? Ich verstehe nicht, warum sie nach London umziehen wollen Ich war 30 Jahre lang Lehrer Englische Literatur Jetzt bin ich pensioniert Nicht verheiratet Was für eine Frau will einen einäugigen Mann? Mrs. Shapiro kam mit einem schmuddeligen Pflaster zurück Das sie ihm mit einem kleinen Klaps auf die Wange klebte Jetzt ist deine Heimat bei uns, nicht wahr? Danke, Ella Meine Mutter hat gesagt, dass du dich während seiner Krankheit gut um meinen Vater gekümmert hast Dass du ihn ermutigt hast, nach Israel zu gehen, sobald es ihm besser ging Sie hat mir den Brief gezeigt, den du ihr geschrieben hast Ich sah zu Mrs. Shapiro Eine undurchschaubare Regung glitt über ihr Gesicht Manchmal ist es besser, die Vergangenheit ruhen zu lassen Ja, es ist lange her Er sank schwer in seinen Stuhl zurück Weißt du, Ella Dieses Land, dieses Israel Es ist nicht das Land, von dem sie geträumt hat Es hätte ein schönes Land werden sollen Blühend, modern, demokratisch Auf Gerechtigkeit und auf das Gesetz gegründet Aber die haben mit ihrem Fanatismus alles kaputt gemacht Er nickte mit dem Kopf in Richtung Küche Wissen Sie, Miss Georgina, kein Lehrer will das Blut von Kindern an den Händen haben Nicht mal das von Steine werfenden arabischen Rotzlöffeln Und was könnte Ihrer Meinung nach eine Lösung sein? Es gibt keine Lösung Ich sehe keine Möglichkeit, dass es zu meinen Lebzeiten Frieden gibt Wir stecken fest, Auge um Auge, Zahn um Zahn Für jemanden, der sensibel ist wie ich, ist es unmöglich, so weiterzuleben Aber Es ist nie zu spät, oder? Für Frieden Ich meine, wenn der Wille da ist Rilliger Quatsch Der Wille zum Frieden Sogar Rip und ich waren meilenweit davon entfernt Meine Eltern hatten mich gelehrt Immer zu den Schwächeren zu halten Doch auch die Schwächeren konnten Täter sein Wie sollte ich wissen, wer angefangen hatte? Wessen Schuld es war? Vielleicht war das von vornherein die falsche Frage Und wenn man nur die menschlichen Bindungen richtig hinbekam Vielleicht ergaben sich dann die Details Gesetze, Grenzen, Verfassung Von ganz allein Vielleicht ging es einfach darum Den richtigen Klebstoff für diese speziellen Fügeteile zu finden Erbarmen Vergebung Wenn es sie doch aus der Tube gäbe Jede Menge Rabatt Cannon House ist eine Baustelle Das Feuer hatte zwar nicht allzu viel Zerstörung angerichtet Aber nachdem die Feuerwehr fort war Kam die Bauaufsicht Um sich den Schaden anzusehen Und fand einen Blindgänger aus dem Krieg Der tief in den Wurzeln der Araukarie steckte Die ganze Straße musste geräumt werden Damit das Bombenentschärfungskommando Eine kontrollierte Sprengung durchführen konnte Wir standen alle hinter dem rot-weißen Absperrband Und sahen zu Es war ein heller, windiger Tag Und eine riesige Staubwolke wurde aufgewirbelt Das war alles, was am Ende übrig war Staub Mrs. Shapiro weinte leise Wissen Sie, liebe Gordine Sie hatten Recht Das Haus ist so groß für mich gewesen Zu viele Probleme, zu viele Erinnerungen Es ist Zeit, weiterzuziehen Glücklicherweise hatte Mark es geschafft Das Haus in Mrs. Shapiros Namen eintragen zu lassen Indem er die Tatsache, dass sie seit 60 Jahren Steuern dafür zahlte Als Beleg für ihre Ansprüche anführte So dass sie das Grundstück für eine beträchtliche Summe An einen Bauunternehmer verkaufen konnte Mark leitet übrigens mittlerweile eine Wohnungsgenossenschaft für Ex-Sträflinge Eine Entwicklung, die wohl auf den privaten Einfluss von Miss Bediel zurückzuführen ist Mrs. Shapiro, Ella, hat sich ein hübsches Apartment in einem betreuten Wohnprojekt gekauft Wo Natans Tati sie häufig besucht Haustiere aber leider verboten sind Raim und Musorski hat sie in einer Wohnung in Eilinken untergebracht Violetta ist bei mir geblieben Der Rest des Geldes ging mitsamt aller übrigen vierbeinigen Hausbewohner an den Katzenschutzverein Mrs. Goodney durfte sich schwarz ärgern Ach ja, ich habe den Schlüssel zur Küchentür wiedergefunden Er steckte in meinem grauen Jackett, das ich getragen hatte, als ich zum ersten Mal mit Mrs. Goodney am Kanan House verabredet war Ismail wohnt immer noch bei den Al-Alis draußen in Tottenham Und wird diesen Monat mit seiner Ausbildung zum Ingenieur anfangen Doch Nabil ist nach Palästina zurückgekehrt Sein älterer Bruder war nur eine Woche nach unserer Grillparty bei einem israelischen Luftangriff in Gaza umgekommen Und jetzt ist Nabil das Familienoberhaupt Der sanfte, tierliebe, kaffeekochende, Arsenal-Fan Nabil, das Herz tut mir weh Es ist schwer, ihn mir als Oberhaupt von irgendwas vorzustellen Und noch etwas anderes bewege ich in meinem Herzen Eine letzte Frage Es ist Raim, mit dessen Hilfe ich eines Samstags im September endlich den letzten Teil in das Kanan House Puzzle einfügen kann Wir treffen uns in einem Café Ich nehme das Foto aus der Tasche Das Foto der jungen Frau unter dem steinernen Torbogen und schiebe es über den Tisch Erzählen Sie mir von ihr Ihr voller Name war Naomi Löwenthal Sie wurde 1911 in Kopenhagen geboren Sie war das jüngste von drei Kindern Ihre Mutter starb, als sie zehn war, wie bei mir Naomis Vater, Chaims Großvater, war Mathematiker an der Universität Und Naomi selbst wurde Mathematiklehrerin am Gymnasium In den 30er Jahren waren ihre Brüder in der zionistischen Bewegung aktiv Naomi selbst war manchmal auf der Seite ihrer Brüder und manchmal auf der ihres Vaters Mein Großvater war einer von denen, die glaubten, assimilierte Juden könnten gleichwertige Bürger in den Ländern, in denen sie lebten, sein Doch leider wurde er aufs Tragischste widerlegt Als die Deutschen 1940 in Dänemark einmarschierten, konnte die dänische Regierung mit den Besatzern einen Handel ausmachen Dänische Butter und Speck gegen Selbstregierung Und sie weigerten sich, ihre Juden auszuliefern Juden oder Christen, wir sind alle Dänen, sagten sie Aber die Nazis trafen dennoch Vorbereitungen, alle 7000 dänischen Juden zu vernichten Es war ein deutscher Attaché, der den Deportationsplan der Nazis vereitelte, indem er die Details an einen dänischen Politiker weitergab Was eine schnelle Operation werden sollte, scheiterte, weil sich das dänische Volk dagegen stellte Spontan und unorganisiert sorgten sie für Geld, Transport und Verstecke In Schulen, Kirchen, Krankenhäusern und Feriendörfern richteten Gruppen von Unterstützern Unterkünfte für Juden ein Die auf ein Boot und die richtigen Wetterbedingungen warteten, um ins neutrale Schweden zu fliehen Selbst die Küstenwache war beteiligt Naomi und ihrem Vater gelang die Überfahrt am 3. Oktober 1943 In Schweden wimmelte es von Flüchtlingen und alle redeten von Widerstand, Freiheit, einem internationalen Bund der Juden, Sicherheit und Zion In einem Flüchtlingslager in Göteborg traf Naomi ihre Brüder wieder Auch wenn sie Zionisten waren, hatten sie sich mit einem jungen sozialistischen Bundisten aus Weißrussland angefreundet Sein Name war Artem Shapiro War es lieber auf den ersten Blick? Chaim grinst Keine Ahnung, ich war nicht dabei Von über 7.000 Juden in Dänemark erwischten die Nazis weniger als 500 Und selbst von diesen überlebten die meisten in Theresienstadt Denn die dänischen Behörden schickten Lebensmittel und Medikamente Die Juden, die nach Kriegsende nach Dänemark zurückkehrten, fanden ihre Häuser unversehrt Die Gärten gepflegt und selbst die Hunde und Katzen gesund und gefüttert Ich weiß nicht, warum ich gerade beim Gedanken an die gut gefütterten Kopenhagener Miezekatzen einen Kloß im Hals habe, während Chaim zum Ende der Geschichte kommt Ich kenne die Fotos der wandelnden Skelette in Bergen-Belsen, die Totenschädel, die grauenhaften Berge von Kinderschuhen Ich weiß, all das ist geschehen Aber ich will daran glauben, dass auch etwas anderes möglich ist Es nieselt, als ich durch Eiligen Green zu Sainsbury's gehe Um 1 wird mich Rip auf dem Parkplatz abholen, sodass ich zwei Stunden zum Einkaufen habe Er ist bei einem Treffen mit dem Team vom Finsbury Park Law Center, wo er nächste Woche seinen neuen Job anfängt Die Synergy Foundation hat ihn nicht genommen Das boykottiert israelische Produkte Mädchen ist da und wedelt mit ihrem Klemmbrett herum Auch wenn sie jetzt Unterschriften zum Schutze der Wale sammelt Ich bleibe stehen, um ihre Petition zu unterschreiben, denn inzwischen weiß ich, dass alles Wale und Delfine, Palästinenser und Juden, streunende Katzen, Regenwälder, Herrenhäuser und Bergbaugemeinden Das alles miteinander zu tun hat und von einer geheimnisvollen Kraft zusammengehalten wird Nennen sie es Klebstoff, wenn sie wollen Als ich Bier für Rip in den Einkaufswagen lade, entdecke ich Marc Diabello und Cindy Bediel, die Hand in Hand vor dem Weinregal stehen Er trägt ein kariertes Hemd und beige Hosen und ich bemerke, dass sich über seinem Gürtel eine kleine Wölbung bildet und sein Haar an den Schläfen grau wird Doch als er sich zu mir umdreht, spüre ich diese angenehme Wärme in der Beckengegend Ja, er ist immer noch der Held von das verspritzte Herz Hallo, Georgina Er begrüßt mich mit einem Kuss auf jede Wange und Miss Bediel umarmt mich mit ihren weichen, runden Armen Sie sieht genauso aus wie immer Heimlich suche ich nach Spuren von Velcro-Aufschürfungen an ihren Handgelenken Schäm dich, Georgie, aber sie sind rosig und unversehrt Danke für alles, was du getan hast, um das Haus eintragen zu lassen, sage ich zu Marc Wie geht es euch so? Vor ein paar Monaten war die Firma Wolf und Diabello auf mysteriöse Weise von der High Street verschwunden und wurde durch eine andere namens Wolf & Lee ersetzt Marc erzählt, dass er jetzt eine Wohnungsgenossenschaft für Ex-Sträflinge leitet Es ist, wie soll ich sagen, befriedigender Der mineralische Unterton in seiner Stimme lässt mich allbeben An der Feinkorsttheke treffe ich Nathan und Raoul die ernst über die Vorzüge von Oliven oder Avocado-Ölen diskutieren Nathan hat Raoul den Arm um die Schultern gelegt mit der gleichen selbstverständlichen Geste, mit der er mich einst getröstet hat obwohl Raoul zehn Zentimeter größer ist als er und nur halb so attraktiv Sie begrüßen mich mit einer herzlichen Umarmung Halt nach Tati und Ella Ausschau, sagt Nathan zu mir Die sind hier auch irgendwo Es stimmt, da sind sie und schieben gemeinsam den gefederten Kinderwagen durch die Gänge aneinander geschmiegt wie ein junges Ehepaar Sie sieht zu ihm auf, als er sich zu ihr beugt um ihr einen Bart kitzelnden Kuss zu geben und ihr etwas ins Ohr zu flüstern Sie lacht und legt den Kopf an seine Schulter Wie die beiden in den Kinderwagen schauen, könnte man meinen, es läge ein Baby darin Doch als ich nachsehe, ist es nur ein Haufen Schnäppchen Fortsetzung folgt Ende Sie hörten Das Leben Kleben von Marina Lewicka Aus dem Englischen von Sophie Zeitz Gelesen von Katharina Thalbach Produktion der Hörverlag 2010 Ohne Mauern Am Donnerstag saßen Ben und ich auf der Couch und sahen fern, als es plötzlich an der Tür klopfte Ich öffnete Es war der Fahrer eines Taxis, das vor dem Haus stand Mrs. Shapiro kletterte heraus Gorgine, rief sie Haben Sie etwas Geld für das Taxi? 54 Pfund, sagte der Taxifahrer Er lächelte nicht Ist das nicht ein bisschen? Es sollte noch viel mehr sein Wir fahren hier seit Stunden im Kreis herum Ich ging hinein und suchte meine Handtasche Der Taxifahrer nahm das Geld mürrisch entgegen und verschwand Kommen Sie herein, sagte ich zu Mrs. Shapiro Danke, antwortete sie Da sind Leute in meinem Haus Die wollen mich nicht reinlassen Als sie ins Haus trat, tauchte Wonderboy aus der Dunkelheit auf und drückte sich an ihre Beine Sie saß am Feuer und hielt einen Becher Tee in beiden Händen, während sie uns von ihrer Flucht berichtete Nach dem Leichenfund war die Übergeschnappte völlig durchgedreht Es reichte ihr nicht mehr, von den Besuchern Zigaretten zu schnorren Jetzt setzte sie mit einem Angebot noch eins drauf Für eine Kippe zeige ich euch die Leiche Die Sache eskalierte, als eine Familie mit ihrer betagten Mutter einen Besichtigungsrundgang durch das Heim machte und von der Übergeschnappten davon überzeugt wurde, dass fast täglich Leichen gefunden wurden Die Schwester, die die Gruppe herumführte, verlor die Beherrschung und versuchte, die Übergeschnappte zurück in ihr Zimmer zu drängen Am Ende musste der Wachdienst gerufen werden Die Familie war schockiert von so viel Gewalt und versuchte mit dem Handy die Polizei zu verständigen Und in dem ganzen Schlamassel gelang es Mrs. Shapiro unbemerkt zu entkommen Und hier bin ich, Darlings Das Problem ist nur, dass da Personen in meinem Haus sind Wir müssen sie sofort hinauswerfen Sie stellte den leeren Becher ab und stand auf Also gingen wir los Mrs. Shapiro lief voraus, Ben und ich trabten hinterher und Wonderboy bildete das Schlusslicht Es war Mr. Alis Neffe Ismael, der die frisch gestrichene Tür öffnete Er erkannte mich und winkte uns strahlend herein Willkommen! Anscheinend hatte er noch ein Wort gelernt Auch innen war das Haus gestrichen worden, weiß und gelb Es sah frischer aus und es roch viel besser Mrs. Shapiro schien zufrieden Ihr habt viel getan, sagte ich zu Ismael Das ist Mrs. Shapiro Sie ist jetzt wieder da, sodass ihr leider ausziehen müsst So war es abgemacht Er lächelte Offensichtlich hatte er keine Ahnung, wovon ich redete Dann tauchte Nabil auf der Bildfläche auf und lächelte ebenfalls So kamen wir nicht weiter Ismael, dem man ein wenig Intelligenz zugestehen musste Holte schließlich sein Handy heraus und begann auf Arabisch zu sprechen Wenige Augenblicke später reichte er mir das Telefon Es war Mr. Ali Sie müssen Ihnen sagen, dass Sie gehen müssen Jetzt, da Mrs. Shapiro wieder zu Hause ist Es tut mir wirklich leid Bitte, lassen Sie sie noch eine Nacht bleiben Morgen komme ich mit Lieferwagen Okay, ich rede mit Mrs. Shapiro Doch die war verschwunden Ich fand sie in ihrem Schlafzimmer Eingerollt im Bett mit Wonderboy, Violetta, Mussorski Und den Kinderwagenbabys Renovierungsarbeiten Am nächsten Morgen kam mir eine glänzende Idee Ich wählte Nathans Nummer Ich wollte fragen, ob du uns vielleicht ein paar Tipps geben könntest Renovierungsarbeiten Heute Vormittag, 11 Uhr, bring deinen Vater mit Ich gab ihm die Adresse Als ich um halb elf am Kenner in Haus klingelte Öffnete Ismael die Tür und bat mich herein Ich folgte ihm zum Kaminzimmer, wo ein Feuer brannte Der Fernseher lief und sie hatten ein Sofa aus dem Wohnzimmer rüber geschoben Auf dem Mrs. Shapiro und Nabil saßen Und der Hund von Berskeville sahen Mrs. Shapiro trug die König der Löwenhausschuhe Violetta lag zusammengerollt auf ihrem Schoß Mussorski lag auf Nabil's Schoß Und Wonderboy regelte sich auf dem Teppich vor dem Feuer Darling, kommen Sie und trinken Sie Kaffee mit uns Später vielleicht Wir müssen uns fertig machen, die Frau vom Sozialamt kommt Wozu brauche ich das Sozialamt? Mrs. Shapiro rümpfte die Nase Ich habe meine jungen Männer Die ziehen heute aus, Mrs. Shapiro Aber sie hatte das Interesse an unserem Gespräch bereits wieder verloren Als es an der Tür klingelte, waren alle drei so in das Drama versunken, dass ich aufmachen ging Es war Miss Bediel Hinter ihr auf der Veranda standen Nathan und Nathans Tati Nathan ist da, um uns ein paar Tipps zum Thema Klebstoffe zu geben, sagte ich Für den Fall, dass ein paar dringende Ausbesserungen nötig sind Perfekt Miss Bediel folgte mir in den Salon, schnupperte und musterte die Veränderungen Wunderbar Mrs. Shapiro hob kaum den Kopf, als wir hereinkamen, doch Ismail sprang mit ausgesuchter Höflichkeit auf und bot Miss Bediel seine Seite des Sofas an Hallo, Mrs. Shapiro Sie beugte sich zu der alten Dame hinunter Wie geht es Ihnen? Ich habe gehört, Sie haben ein paar Abenteuer erlebt Schst, der Hund ist auf Menschenjagd Etwa eine halbe Stunde später, als der Abspann lief, sah sie uns an Ich habe diesen Film schon einmal gesehen, mit Arti, als wir uns noch liebten, bevor die Krankheit ihn mir fortgerissen hat Ah, das ist so lange her Sie hatte Tränen in den Augen Miss Bediel beugte sich zu ihr und nahm sie in ihre rundlichen Arme Nabil setzte noch eine Kanne Kaffee auf und Ismail bot allen eine Zigarette an Sind Sie Mrs. Shapiros Betreuer? Fragte Miss Bediel Hallo, ja, bitte Er ließ seine schönen Zähne aufblitzen Sie nahm ihr Notizbuch und notierte etwas Dann kam Nabil aus der Küche zurück Und Sie, sind Sie auch ein Betreuer? Hallo, ja, willkommen Dann haben Sie möglicherweise Anrecht auf Betreuungsgeld Haben Sie das schon beantragt, Mrs. Shapiro? Wofür brauche ich Betreuung? Wissen Sie, nach allem, was Sie mitgemacht haben, Mrs. Shapiro, denke ich, Sie haben etwas Hilfe verdient Natürlich können Sie das Ganze allein entscheiden Dann klingelte es wieder Ismail ging an die Tür Einen Moment später gesellte sich Mr. Ali zu uns ins Arbeitszimmer Er und Ismail diskutierten auf Arabisch und auch Nabil mischte sich ein Mr. Ali wandte sich an Mrs. Shapiro Sie sagen, Sie wollen hierbleiben, Sie sagen, Sie können ganzes Haus reparieren Ich mache natürlich Oberaufsicht Sie zahlen nur Materialkosten Mrs. Shapiro sagte nichts Sie wissen, in unserer Kultur Wir haben viel Respekt für alte Menschen Aber ich glaube, Sie wollen nicht junge Männer in ihr Haus haben Alle Blicke waren auf Mrs. Shapiro gerichtet Ach, ich weiß nicht Theatralisch legte sie sich die Hand an die Stirn Wonderboy, was meinst du? Wonderboy schnurrte ekstatisch Na schön, wir versuchen es Alle stießen einen Seufzer der Erleichterung aus Mr. Ali führte uns durchs Haus, um uns die Reparaturen zu zeigen, die er bislang durchgeführt hatte Lediglich das große Wohnzimmer vorn im Erdgeschoss Das Zimmer, in dem der Flügel stand, schien ein hoffnungsloser Fall Mr. Ali hatte die Bretter von den Fenstern genommen Und jetzt sahen wir den großen Riss im Ärger, der so breit war Dass das Grün der Araukarie durchschimmerte Nathan, Nathan Stati und Mr. Ali liefen mit nachdenklicher Miene auf und ab Es gibt neue, schnell aushärtende Schaumfüllmittel, die im Bau zum Einsatz kommen Begann Nathan zögernd Aber das repariert nicht eigentliches Problem Mr. Ali kratzte sich am Kopf Zuerst müssen wir herausfinden, was Ursache ist Vielleicht ist Baum Vorsicht, raunte Nathans Tati Mrs. Shapiro zu, die herübergekommen war, um sich die Sache anzusehen Er legte eine Hand auf ihre Schulter und ließ sie dort Während wir noch vor dem Riss standen und hineinstarrten Tauchte ein schmaler Katzenkopf zwischen den Dielen auf Und Stinkerle kletterte in den Salon Der Phantomscheißer Raus, kleiner Piske, rief Mrs. Shapiro lächelnd Sie schlenderte zum Flügel, hob den Deckel und klimperte ein paar Noten Und Nathans Tati, der hinter ihr stand, sang in seinem wohltönenden Bariton dazu Dann gingen wir alle zurück in die Eingangshalle, um uns zu verabschieden Mrs. Shapiro trat zu mir und flüsterte mit einem Nicken zu Nathan Ist das ihr Freund, Gorgine? Nicht mein Freund, ein Freund Das ist gut, flüsterte sie Er ist zu petit für sie, aber ziemlich intelligent Und sein Vater ist auch charmant, so schade, dass er zu alt für mich ist Nachdem alle fort waren, kehrten Mrs. Shapiro und ihre Betreuer zum Kaminfeuer zurück Ich blieb allein in der Eingangshalle zurück Und erst jetzt fiel mir auf, dass das gerahmte Foto von Lüder verschwunden war Wer hatte es abgenommen? Während ich darüber nachdachte, hörte ich das Gartentor ins Schloss fallen Ich öffnete die Tür Es war Mrs. Goodney Hinter ihr stand ein dunkler, gedrungener Mann um die 50 in einem zerknitterten, braunen Anzug Keiner von beiden lächelte Etwas an seinem Blick war seltsam Seine Augen wirkten asymmetrisch Mrs. Goodney blieb wie angewurzelt stehen, als sie mich sah Jetzt tauchte noch eine dritte Person auf dem Gartenweg auf Damien Der junge Mann von Hendricks und Wilson Er betrachtete das Haus, ohne mir in die Augen zu sehen Füttern Sie wieder mal die Katzen, fragte Mrs. Goodney Sie wandte sich an Damien und bleckte grinsend die Zähne Schön, dass ich's geschafft habe, Mrs. Lee Der Herr bräuchte eine erste Schätzung des derzeitigen Werts Der gedrungene Mann nickte Sein schiefer Blick glitt hin und her Jetzt erkannte ich, dass er ein Glasauge hatte So ein Haus muss ziemlichen Wert haben, oder? sagte er Nicht so viel, wie Sie meinen, leider Es ist in einem schlechten Zustand, wie Sie sehen können Mrs. Goodney lächelte geziert Ich habe einen Bauunternehmer einen Blick darauf werfen lassen Ich zeige Ihnen den Kostenvoranschlag, wenn Sie möchten Aber keine Sorge, Mr. Lee wird einen guten Preis festsetzen Nicht wahr, Mr. Lee? Damien nickte Das tun Sie also für Ihre 5000, Damien, zischte ich Er ignorierte mich Sieht aus, als wären schon Handwerker am Werk Pfuscher! Mrs. Goodneys Blick war auf das Plastikfenster gefallen Glitt aber schon im nächsten Moment an mir vorbei Ich drehte mich um Dort stand Mrs. Shapiro und hinter ihr Nabil und Ismail Hallo, Mrs. Shapiro! Kreischte Mrs. Goodney Was machen Sie denn hier? Sie sollten doch Ich bin wieder zu Hause, Schluss mit Gefängnis Aber Sie können nicht allein hier wohnen, meine Liebe Ich bin nicht Ihre Liebe Sie streckte sich Die ganzen ein Meter fünfzig Ich habe meine Betreuer Die jungen Männer ließen Augen und Zähne aufblitzen Auf einmal trat der glaseugige Mann vor Ella? Sie sind Ella Wechsler? Mrs. Shapiro wich zurück Ich bin Naomi Shapiro Sie sind nicht Naomi Shapiro Seine Stimme war rau Das war meine Mutter Ich weiß nicht, wovon Sie reden Mrs. Shapiro drängte sich an mir vorbei Griff nach der Tür und schlug sie zu Ich blieb so lange, bis ich ganz sicher war, dass die drei verschwunden waren Dann ging ich nach Hause und versuchte zu verstehen, was passiert war Er musste der Sohn der echten Naomi Shapiro sein Das braunäugige Baby auf dem Foto Dieser gedrungene, hässliche Mann Mitte fünfzig Der einst alle Hoffnungen seiner schönen Mutter verkörpert hatte Aber wie hatte ihn Mrs. Goodney gefunden? Vielleicht hatte ich deshalb keine Dokumente im Haus gefunden, weil Mrs. Goodney vor mir da gewesen war Zu Hause ging ich ins Schlafzimmer und breitete die alten Fotos auf dem Boden aus Um halb fünf steckte Ben den Kopf zur Tür herein, um zu sehen, was ich machte Warum hat er ein Gewehr? Wer? Der Mann, der das Foto gemacht hat, sieh doch Er zeigte auf einen dunklen Fleck Es war der Schatten des Fotografen und von etwas Langem, das von seiner Schulter hing Ja, es konnte ein Gewehr sein Er nahm das Foto und dreht es um Hier steht Lüller Das ist ein Ort in Israel Ich weiß, Mom, es kommt in einer der Prophezeiungen vor Es ist der Ort, wo der Antichrist wiederkehrt Die Moslems nennen ihn Dajjal Er hat nur ein Auge? Er wird bei einer heftigen Schlacht an den Toren von Lüder von Jesus erschlagen Auf seiner Stirn bildeten sich Schweißperlen Ben, das ist doch alles Das Wort, das mir auf der Zunge lag, war Quatsch, aber ich hielt es zurück Ich weiß, dass du nicht dran glaubst, Mom Ich weiß ja nicht mal, ob ich das wirklich alles glaube Aber ich weiß, dass da irgendwas dran ist Ich weiß es einfach Ich fühle es kommen, verstehst du? Ungünstige Fügeteile Als ich bei unserem Haus ankam, schwand das Tageslicht bereits Und durch Bens Fenster sah ich, dass sein Computer an war Und der Bildschirmschoner flackerte Seltsam Ben sollte eigentlich bei Rib sein Hallo Ben, rief ich, als ich zur Tür hereinkam Ich bekam keine Antwort Ich setzte Tee auf Dann ging ich nach oben und klopfte an seine Tür Keine Antwort Ich schob die Tür auf Der Bildschirmschoner tanzte im Halbdunkel Und warf schwindelerregende Muster an die Wand Weiß, rot, schwarz, weiß, rot Wusch, wusch, wusch Dann sah ich Ben Er lag auf dem Boden Sein Kopf war zurückgeworfen Seine Augen standen offen und waren verdreht Schaum und Erbrochenes tropfte ihm aus den Mundwinkeln Er stöhnte und zuckte mit Armen und Beinen Die Station, in die Ben eingewiesen wurde, war dieselbe, auf der Mrs. Shapiro zuerst gelegen hatte Der Arzt, der nach uns sah, hatte die gleiche gegelte Stoppelfrisur wie Damien Sieht aus, als hätte er einen Anfall gehabt, sagte er Was? Epilepsie? Könnte sein Könnte aber auch eine einmalige Sache gewesen sein Morgen sieht ihn sich der Neurologe an Lassen Sie ihn heute Nacht ausschlafen Keine Sorge, wir haben ihn im Auge Sowas kommt gar nicht so selten vor Er versuchte nett zu sein, aber er war zu jung, um mich zu überzeugen Dann ging der Vorhang rund um Bens Bett auf und Rip und Stella kamen herein Ich hatte ihnen aus dem Krankenwagen eine SMS geschrieben Rip ignorierte mich und ich glaube, ich wäre weggelaufen Wäre Stella nicht zu mir gekommen und hätte mich umarmt Was ist mit Ben los, Mom? Er hatte einen Krampfanfall oder sowas Stella drückte ihrem Bruder die Hand Du dummer kleiner Bengel Sie sagte es mit dem breiten Dialekt aus Lieds, der Sprache ihrer Kindheit Er öffnete die Augen und sah sich mit einem seligen Lächeln um Hallo, alle Dann schlief er wieder ein Rip stand im Vorhang und versuchte den Arzt in ein Gespräch zu verwickeln Verlangte Details und Erklärungen, die der junge Mann ganz offensichtlich nicht geben konnte Und wich die ganze Zeit meinen Blick aus Ich stand auf und ging in den Aufenthaltsraum, um mich zu beruhigen Eine Minute später kam Stella herein Ihr Gesicht war rot und fleckig Erst dachte ich, sie hätte geweint Doch dann begriff ich, dass sie wütend war Mann, ihr spinnt total, du und Dad Ihr müsst aufhören, euch wie kleine Kinder zu benehmen Wir haben die Nase voll davon, Ben und ich Wir wollen, dass ihr Ich weiß auch nicht Dass ihr erwachsen werdet Ich starrte sie an Ich hatte sie in meinen Bauch getragen und ihr die Brust gegeben Und sie sagte mir, ich sollte erwachsen werden Ja, aber was ist mit ihm? Jammerte ich Er hat angefangen Es ist egal, wer angefangen hat Wir haben die Nase voll Außerdem tut es Ben nicht gut Na gut Also Wenn er aufhört, höre ich auch auf Jetzt geh einfach da rein und lächle ihn an Sei einfach normal, Mom Ich gehorchte Ich lächelte Rip an Und er lächelte mich an Ein bisschen schief Und er erklärte, dass er bei Pete ausziehen musste Und er hatte versucht, mich anzurufen und Bescheid zu sagen, dass Ben früher heimkam Als ihm ein anklagender Ton reinrutschte, warf Stella ihm einen warnenden Blick zu Wenn ich überlege, was der Wendepunkt war, der Zeitpunkt, an dem es wieder bergauf ging Würde ich sagen, es war dieser Montag im März Als Ben sich aufsetzte und sich zu erinnern versuchte, was passiert war Und Stella auf seinem Bett saß Ich und Rip zu beiden Seiten des Bettes wie sperrige, ungünstige Fügeteile Und Ben und Stella in der Mitte Die uns zusammen hielten Wie zwei Tropfen Klebstoff Am nächsten Tag saßen wir zusammen im Sprechzimmer des Neurologen Rip, Ben und ich Der Neurologe erkundigte sich nach den Umständen von Bens Anfall Als ich ihm den zuckenden Bildschirmschoner und die flackernden Flammen der Armageddon-Website beschrieb Erzählte er uns von einer Häufung von 685 Epilepsiefällen Die anscheinend alle von derselben Pokémon-Folge ausgelöst worden waren Fotosensibilität kann durchaus einen epileptischen Anfall auslösen Er wandte sich an Ben Versuch ein bisschen wählerischer bei den Webseiten zu sein, die du besuchst, junger Mann Okay, Ben nickte Doch es musste noch mehr dahinter stecken, dachte ich Unsere Gespräche über das Zeitenende der gehetzte Blick Ich kann verstehen, dass das Flackern des Computers etwas auslöst Aber manchmal hast du gesagt, dass du dich komisch fühlst, wenn du von der Schule kamst, noch bevor du den Computer angemacht hast Ja, das ging im Bus los Wir sind unter den Bäumen durchgefahren Ich konnte die Sonne durch die Äste sehen Da habe ich angefangen, mich so komisch zu fühlen Aber wenn du bei mir in Eilinken warst, ging es dir immer bestens Ich hörte einen Vorwurf in Ripps Stimme Dann nehme ich den anderen Bus Der Neurologe nickte Wenn du das nächste Mal in so einer Situation bist, junger Mann, mach einfach ein Auge zu Das war schon alles Generationen von Propheten Die Herrschaft des Antichrist, Armageddon Alles ging auf eine Frequenz von flimmerndem Licht zurück Auf einen Kurzschluss in der Verkabelung des Gehirns Und man brauchte nur ein Auge zu schließen Ich war erleichtert und enttäuscht zugleich Man nimmt heute an, dass einige Propheten und Mystiker Epileptiker waren sagte der Neurologe Viele religiöse Erfahrungen lassen sich physiologisch erklären Als wir aus dem Krankenhaus kamen, fragte Ripp ziemlich kleinlaut Ob er vielleicht vorübergehend wieder einziehen könnte Und ich antwortete Dass es mir egal wäre Aber dass es Ben sich erfreuen würde Ja, insgesamt war ich zufrieden Die Dinge entwickelten sich in die richtige Richtung Doch es gab noch so einiges, was wir klären mussten Ripp schlug sein Lager im Arbeitszimmer auf Es war Stella, die mir bei einer Tasse Tee erzählte, dass Ottolein ihn hinausgeworfen hatte Die Nacht vor dem Krankenhaus hatte er im Hotel verbracht Deswegen war Ben am Montag so früh nach Hause gekommen Sie erzählte mir auch, was Weihnachten vorgefallen war Ben hatte Predigten über das Ende der Welt gehalten Und Ripp hatte sich wahnsinnig darüber aufgeregt Es war ziemlich übel Und dann hat Grandpa Ben auch noch einen Waschlappen genannt Ach, mein armer Junge Teil 5 Wenn es sie doch aus der Tube gäbe Schwer wie Wassermelonen Am nächsten Tag ging ich bei Canon House vorbei In der Hoffnung auf ein Wort mit Mr. Ali Er stand auf einer Leiter an der Hauswand Und strich Mrs. Shapiros Schlafzimmerfenster Hallo Mr. Ali, rief ich Ist alles in Ordnung? Er stieg von der Leiter Hallo, Mrs. George Schöner Tag Morgen leie ich Lieferwagen Und wir nehmen Mrs. Shapiro mit Farbe für Schlafzimmer aussuchen Oh, das ist schön Wie geht es Ihrem Sohn? Ganz gut, aber Ich zögerte Ich dachte an die Angst in Bens Augen Mr. Ali Das Foto im Flur Das von Lüder Haben Sie es abgenommen? Warum stellen Sie immer Fragen, Mrs. George? Sie wollten mir von Ihrer Familie erzählen, wissen Sie noch? Was ist in Lüder geschehen? Er sagte nichts Dann nahm er einen der weißen Plastikstühle Und setzte sich an den Tisch Sie wollen wissen Gut Ich werde Ihnen sagen, Mrs. George Ich komme aus Lüder Ich hatte einen Bruder, der gleichzeitig geboren wurde Mustafa al-Ali Der Mann, den ich als Mr. Ali kannte War 1948 in Lüder geboren worden So viel wusste er Er kannte den Namen seiner Mutter nicht Noch den seines Zwillingsbruders Noch seinen genauen Geburtstag Doch er wusste, dass er am 11. Juli 1948 Ein paar Monate alt gewesen sein musste In jenem Sommer, dem Sommer der Nagbar, füllte sich die Stadt mit Flüchtlingen aus Jaffa und Dörfern an der ganzen Küste Dann, eines späten Vormittags im Juli, begannen die Explosionen Eine nach der anderen, als die Flugzeuge ihre Bomben über dem Städtchen abwarfen Es gab keinen Ausweg, keine Schutzräume, keine Flugabwehrwaffen Sie wollten uns vertreiben, mit Terror Am nächsten Tag, als die Überlebenden aus den Trümmern krochen, rollte ein Bataillon in die Stadt ein Männer, Frauen und Kinder wurden niedergeschossen Die anderen flüchteten in Todesangst Sie können alles in ihre Internet nachlesen, Mrs. George Blitzkrieg, gnadenlos erfolgreich Leichen voll mit Kugeln am Straßenrand, alles um Terror zu erzeugen So sind sie die Bewohner von Lydalus geworden Aus ihren Häusern vertrieben, nahm die verängstigte Bevölkerung alles, was sie tragen konnte und floh Auch die Familie Al-Ali, Frauen und Kinder, der Vater war verschwunden Soldaten trieben sie zum Stadtrand, plünderten sie aus und schrien Lauft, geht zu Abdullah in Jordanien Vor ihnen war einer ihrer Nachbarn, der gerade geheiratet hatte und seine Ersparnisse nicht hergeben wollte Vor den entsetzten Augen seiner jungen Ehefrau wurde er erschossen Danach protestierte keiner mehr Alle liefen in die Ebene und stolperten dem steinigen, heißen Horizont entgegen Die Al-Alis schlossen sich der Prozession an Zuerst zuversichtlich, dass es sich nur um eine vorübergehende Sache handeln konnte Bald würden die arabischen Armeen die Eindringlinge zurückschlagen Doch nach ein paar Stunden begann ihr Mut zu schwinden Sie hatten so wenig Wasser Wer hätte daran gedacht, Wasser zu tragen, statt Silber und Gold? Der dritte Tag des Marschs war der schlimmste Geh, sagte seine Mutter zu ihrem älteren Sohn Tarik Geh voraus und such nach Wasser Doch es gab kein Wasser Entlang des Wegs wurden die Menschen vor Durst ohnmächtig Vor sich entdeckte Tarik eine Frau, die unter dem Gewicht eines riesigen Bündels wankte Es sah aus, als würde sie zwei Wassermelonen tragen Und er dachte, wenn sie sie fallen lässt, nehme ich sie Doch als er näher kam, sah er, dass sie zwei Babys trug Hilf mir, flehte sie Der Junge zögerte Er war erst vierzehn und er musste sich schon um seine Mutter und Schwestern kümmern Nimm nur einen, flüsterte sie Tarik sah die beiden Jungen an Wie konnte er einen auswählen? Dann öffnete einer der beiden seine funkelnden, dunklen Augen Die direkt in seine zu blicken schienen Mr. Ali verstummte Das waren Sie Das Baby Er nickte Ich heiße Mustafa Das bedeutet, der Auserwählte Mein Bruder Tarik hat mir die Geschichte erzählt Hat er Ihnen auch erzählt, was aus dem anderen Baby geworden ist? Mr. Ali schüttelte den Kopf Er hat mir nur erzählt, dass der Soldat, der den Bräutigam erschossen hat Eine Tätowierung auf dem Arm hatte Eine Nummer Wie kam es, dass ein Jude, der das Konzentrationslager überlebt hatte Mit solcher Grausamkeit Gegen die unglücklichen Zivilisten seines gelobten Landes vorging Und als ich Naomi unter dem Torbogen fotografieren ließ Wusste sie dann nicht, was an dieser Stelle erst zwei Jahre zuvor geschehen war Oder hielt sie es für den notwendigen Preis? Wasserkresse Am Dienstag nach Ostern ging ich in den türkischen Supermarkt um die Ecke Und kaufte ein großes Osterei, das um 50% reduziert war Es war ein hässliches Ding in lila Folie Auf der Space Invaders Krieger abgebildet waren Dann machte ich mich auf dem Weg zu Cannon House Ich klingelte und Mr. Ali kam und öffnete die Tür Ich dachte, er wollte mich hereinlassen Doch er stürmte einfach an mir vorbei zur Rückseite des Hauses Ich ging ihm nach und sah, wie er hektisch Gras und Unkraut In der Nähe der Küchentür herausrupfte Bis eine kleine Metallluke zum Vorschein kam, wie er öffnete Er schrie Nabil, der uns gefolgt war, etwas zu Und griff in das Loch im Boden Was ist hier los? fragte ich Nabil Doch der rannte wieder zur Vorderseite des Hauses Ich folgte ihm Dann tauchte Mrs. Shapiro auf Ah, Gorgine, Gott sei Dank sind sie da Was ist hier los? Wasserkresse Ich habe sie schon angerufen Wasserkresse? Sie haben versucht, Rohrleitungen ins Penthouse zu verlegen Reim! schrie sie die Treppe hinauf Was machst du da? Pinkelt hier nicht schon genug herunter Aus einem Riss in der Decke Tröpfelte Wasser In einem steten Rinnsaal auf dem Boden im Flur Ich bemerkte, dass das Wasser angenehm warm war Der Flur füllte sich mit Dampf Über uns begann der Putz an der Decke Blasen zu werfen Während Mrs. Shapiro ohne die geringste Aussicht auf Erfolg Mit einer Seidenbluse den Boden wischte Jetzt erschien Mr. Ali in der Tür Es kommt aus der Tank Kein Männerwasser Erklärte er Mrs. Shapiro Ich rätselte immer noch über den Geschlechterstatus des heißen Wassers, als Ismail und Chaim die Treppe heruntergerannt kamen Wasser! Wasser! Überall! Männerwasser ist aus, aber Wasser läuft immer noch, schrie Mr. Ali zurück Ismail schrie Nabil an Mrs. Shapiro schrie Chaim an, der zurückschrie Ich schrie ihn an und Mrs. Shapiro schlug mit der Seidenbluse nach ihrem Stiefsohn Alles deine Schuld! Du wolltest ja unbedingt eine Wassertrennung! Jüdisches Wasser! Arabisches Wasser! So! Jetzt haben wir Pinkelwasser! Nicht meine Schuld, Ella! Die nichtsnutzigen Araber haben das falsche Rohr durchgesägt! Dann klingelte es Alle sahen zur Tür Ich machte auf Es war Mark Diabello Hallo? Er starrte auf die Szene im Flur Georgina, ich wollte nur Komm rein! Wir haben hier eine kleine Wasserkrise Wer ist das? Fragte Mrs. Shapiro Darf ich Ihnen Mr. Wolfs Partner vorstellen, sagte ich Mark Diabello Der Partner von meinem Niki, wie reizend! Sie klimperte mit den Wimpern Er trat vor und funkelte mit den grün-gold-schwarzen Augen Ich bin entzückt, Mrs. Shapiro Wenn ich Sie nur einen kleinen Augenblick in Anspruch nehmen dürfte Die Grundeigentumsurkunde In diesem Moment ertönte ein fürchterliches Knirschen über unseren Köpfen Der Kragstein einer der Schmucksäulen begann abzubrückeln Vor unseren Augen wurde der Riss in der Decke breiter Der Kragstein kam ins Rutschen Mark fiel zu Boden Eins der wunderbaren historischen Details hatte ihn umgeworfen Das Wasser versiegte, als der Tank des Warmwasserspeichers leer war Und plötzlich breitete sich ein erschöpfter Friede aus Mr. Ali Wo haben Sie den Werkzeugkasten her? Reim Reim Von B&Q Wollen Sie ihn sich mal ansehen? Ich setzte mich zu Mark, bis der Krankenwagen kam Ich habe gehofft, dich hier anzutreffen, Georgina Ich wusste nicht, dass dein Mann wieder da ist Ja, ich hätte es dir sagen sollen, tut mir leid Du und ich, es ist aus, Mark Ich drückte seine Hand, als er zum Krankenwagen gebracht wurde Aber es war schön Mrs. Shapiro, sagte ich beiläufig Wissen Sie zufällig, wo die Eigentumsurkunde für das Haus ist? Wir beide tranken eine Tasse Kaffee am Kamin Wofür brauche ich Urkunden? Anscheinend ist das Haus nicht beim Katasteramt registriert Ich zahle seit 60 Jahren die Steuer Mr. Diabello sagt, es wäre besser, Sie lassen es registrieren Falls Sie es irgendwann mal verkaufen wollen Ich verkaufe überhaupt nichts Aber es wäre besser, wenn das Haus in Ihrem Namen registriert ist, Mrs. Shapiro Dann kann es Ihnen keiner wegnehmen Sie glauben, Reim will es mir wegnehmen? Nein, alle wollen es Reim, Mrs. Goodney, Mr. Wolf und Mr. Diabello Und was ist mit Ihnen, Gorgine? Sie sagte es ganz nebenbei Wenn ich tot bin, Darling, können Sie es haben Ich lachte Das ist lieb von Ihnen, aber es ist zu groß für mich Zu viele Probleme Sie packte meine Hand und zog mich zu sich Das Haus, es gehört niemandem Artem hat es leer gefunden, verlassen Die Bewohner waren weggelaufen Aber warum? Verstehen Sie, Artem war frisch verheiratet Er brauchte einen Platz zum Leben Mit Naomi? Sie wich meinen Blick aus Es war Krieg, deutsche Bomben, die Leute sind geflohen Sie sind einfach eingezogen So ein schönes Haus, nicht wahr? Es gab sogar einen Flügel Er spielte die Violine Und wir haben ihn auf dem Klavier begleitet Zwei braune Augen Wissen Sie, Gorgine Ich war nur ein junges Mädchen Ich wusste nichts Ich wusste nur, dass ich ihn liebe Wenn man liebt Wenn man eine Idee im Kopf hat Denkt man nicht immer an die Folgen Sie dachten, weil sie ihn liebten Dann wäre es in Ordnung Ich dachte, ich könnte ohne ihn nicht leben Und sie hat ihm nicht gut getan Die andere Hat immer genörgelt, dass sie nach Israel wollte Ein armer Mann wie er Mit kaputten Lungen Was sollte er in Israel? Also ging sie allein Immerfort redete sie von Zion Davon für alle Juden der Welt Ein Heimatland aufzubauen Dabei wollte er nur in Frieden sterben Ich habe mich um ihn gekümmert Er konnte nicht allein bleiben Er sagte immer, er würde zu ihr gehen Wenn es ihm wieder besser ging Sie hat ihm aus Israel geschrieben, nicht wahr? Sie nickte Ja Diese Briefe Ich habe sie alle verbrannt Nicht alle Ich habe sie überrascht mit mir Ich habe sie bei mir Ich habe siegehört mit mir Ich habe sie Ich habe sie Vielen Dank Untertitelung des ZDF, 2020